Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und das ist meine 14-seitige Ausarbeitung zum Thema Zecken, Mücken, Fliegen und durch diese Parasiten übertragene Infektionskrankheiten, sowohl auf Mensch als auch auf Tier. Es ist eine ganze Menge, aber ich saß auch immerhin zehn Tage Vollzeit daran. Das heißt, ihr werdet hier definitiv komplett voll aufgeschlaut. Zumindest wäre das mein Anspruch. Das ganze ist entsprechende Kapitel gegliedert. Genauso wie ihr das hier findet auf meiner Webseite, werde ich auch das Video entsprechend in genau diese Kapitel untergliedern. Anfangs werde ich euch in der Einleitung ein bisschen was über Parasitismus und Biologie erzählen, nur dass ihr so ein Grundverständnis zum Abholen habt. Und dann werden wir übergehen zu den Fliegen. Da werden wir behandeln die Warnstecher, die Bremsen, die Lausfliegen und natürlich auch die CC-Fliege. Dann kommen wir zu den Mücken. Hier werde ich die Stechmücken, die Kriebelmücken, die Gnitzen und die Sandmücken diskutieren. Und last but not least natürlich die Zecken, Schildzecken, Lederzecken. Zum Ende werde ich euch dann etwas zur Prophylaxe erzählen, was man natürlich machen kann, damit man von blutsaugenden Parasiten möglichst nicht belästigt beziehungsweise ausgesaugt, gestochen, gebissen wird. Und zum Schluss dann natürlich auch ein kleines Fazit, um das ganze Ding hier entsprechend ideologisch zusammenzufassen. Zu Beginn des Videos werde ich gleich mit gutem Vorbild hier mal vorangehen und mir bei 25 Grad Celsius eine kleine Jacke anziehen, damit wir auch schön ins Schwitzen kommen hier. Wir sitzen hier in einem akkuraten Mücken, in einem akkuraten Mückenwald. Es hat gestern praktisch den ganzen Tag geregnet. Wir haben jetzt draußen, wie gesagt, es ist ziemlich warm und war die letzten Tage auch sehr warm. Die Mücken sind schon geflogen ohne Ende. Paarungstänze haben wir die letzten Tage schon gesehen. Es ist hier alles voll. Es wimmelt. Und damit ich nachher nicht komplett verstochen bin, ich lasse ein bisschen offen. Ja, aber in der Regel, das ist, wie gesagt, leichter lohnend. Das dürfte helfen, schützen. Ja, wir haben jetzt hier noch die Mütze mitgenommen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob wir es haben müssen. Noch geht es, sage ich mal. Das ist, die Mütze ist imprägniert, kommen wir noch zu. Ja, daher das Ding. Und ansonsten, was ich auch mitgebracht habe, beziehungsweise mir mal mitgenommen habe, Insektenschutzmittel. Ja, diese Flasche ist hier unten mindestgeil, also Ablauf. Ich denke mal, das ist das MHD März 2017. Und die Flasche war bis vor kurzem nagelneu. Ich habe die noch nie benutzt, ja. Damals mal für eine Tour gekauft. Allerdings hatte dort, hatten die Tourteilnehmer ihr eigenes Zeug mit. Ich nehme manchmal sowas als Backup mit. Ja, beziehungsweise habe das in der Regel dabei, falls jemand nicht dran denkt, an meine klugen Ratschläge. Ja, kam allerdings nicht zur Anwendung. Und seitdem liegt das jetzt bald praktisch bei mir in der Kiste rum. Und ich habe es selber noch nie benutzen müssen. Aber ich habe jetzt mal Eli damit eingesprüht. Denn ich war ja vorausschauend. Hier haben wir schon. Denn ich war ja vorausschauend und wusste, dass wir hier bei der Sonne nicht draußen sitzen werden. Sonst kriegt er hier einen Koller. Wollten wir ein bisschen in den Schatten gehen. Und Schatten ist da natürlich verbunden mit Mücken ohne Ende. Und damit er hier mit seinem Gehechel lockt ihr das ganze Viehzeug auch an, wärmer zu kommen, habe ich ihn das allererste Mal damit eingesprüht. Das mache ich sonst übrigens nicht. Ist jetzt hier auch mal ein Versuch und die Flasche muss auch irgendwie leer werden. Sonst noch besser wird sie nicht. Und weil wir noch nicht genug hier haben, habe ich euch auch ein paar mitgebracht. Das sind hier, ist eine kleine Sammlung in meinem Schälchen, überwiegend von Zecken. Ich blende euch mal ein Foto ein, weil das ist jetzt wahrscheinlich sehr schlecht zu sehen. Das ist hier ein Schnake, dürfte jeder kennen. Ja, wie sind Schnake? Und da habe ich natürlich auch ein paar Mücken verschiedener Spezien. Wir haben hier eine Gnitzerhammer dabei. Volle Zecken, leere Zecken, kleine verschiedene Mücken hier. Ja, also was ich euch damit sagen möchte, ist jetzt wie gesagt nur heimische Sachen logischerweise. Ja, ich gebe euch jetzt schon eine 100% Garantie, dass ich am Ende dieses Videos definitiv, also ich, mindestens eine Zecke haben werde. Denn dieser Platz ist ziemlich nah, wo wir damals das Tarp Video gedreht haben. Und da hatte ich übrigens auch zwei Zecken. Ihr seht also schon, für mich gehört das mehr oder weniger mit zum Alltag. Ja, diese Nässe-Schutzplane liegt jetzt hier nicht, weil ich mir vor den Parasiten oder so, wegen dem Krabbelzeug, sondern einfach, weil ja noch alles nass ist. Ich wollte mich nicht ins nasse Laub setzen. Und ich denke auch, Eli kommt das natürlich sehr entgegen. Und weil es dann schon ein bisschen länger dauern wird, packen wir Ihnen hier mal gleich ein bisschen Wasser mit rein. Ne, Elinchen? Ein bisschen Trinky machen. Wir sind nämlich schon ein paar Meter unterwegs gewesen jetzt. Ja, guck mal. Ja, das dachten wir uns. Und natürlich haben wir auch einen kleinen Snack mitgenommen hier. Kriegt da vielleicht auch schon mal gleich was vorab. Ja, die sieht gar mehr so gut aus. Kleines Rübchen. Und dann würde ich sagen, macht es euch mal genauso gemütlich, wie ich mir das hier mache. Ja, also so gut, wie es natürlich geht. Guck mal, Eli. Und den kannst du Schmacko machen. So hier hinlegen. Den kannst du für die haben. Ja, dann wird sich das gleich reinziehen. Okay. Und dann werden wir dann jetzt auch mal loslegen. Ja. Ähm, Akkus habe ich bei. Sonnenbrille brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich habe versucht, die Sonne zu vermeiden. Und äh, ich hatte euch noch eine kleine Vorgeschichte. Das ist ja auch ein mehrseitiger Krankenhausbericht. Ja. Aber ich bin der Meinung, das passt nicht so ganz zum Thema. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, erzähle ich euch die Geschichte mal in einem separaten Video. Denn das ist hier auch Kritik an unserem Gesundheitssystem und natürlich auch so ein bisschen Gesellschaftskritik bei. Ja. Ich will das Video hier nicht überladen. Um die kurze Zusammenfassung zu machen. Ich würde heute schon gar nicht mehr hier sitzen. Ja. Daher war ich da mal im Krankenhaus gewesen. Denn ich hatte bereits zweimal Blutvergiftung gehabt. Ist jetzt schon ein bisschen her. Der ist jetzt hier von 2015. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt nicht wegen dem Splitter ins Krankenhaus. Sondern wirklich definitiv, wenn ich weiß, es ist lebensnotwendig. Das ist mein einziger Grund, warum ich ein Krankenhausaufensuche. Ja. Also nicht irgendwie für Schönheitsoperationen oder sonst irgendwelche Sachen. Sondern wenn meine Gesundheit dermaßen beeinträchtigt ist, dass es schon sehr, sehr schlecht aussieht. Ja. Und das ist, wie gesagt, die Kurzfassung zu einem kurzen Erfahrungsbericht. Denn ich wurde damals, war es eine Bremse. Die Art kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Es hatte sich sehr stark entzündet. Ja. War Unterarm gewesen. Beziehungsweise der Stich war irgendwo im unteren Bereich des Arms. Und es wurde dann über mehrere Tage, ist es nicht weniger geworden. Es wurde immer dicker. Es werde immer roter. Es wurde immer wärmer. Es wurde dunkelrot. Ich hatte so einen schönen Lila. Man hat denn hier schon die Vene richtig schön hoch gewandert. Also es ging bis hier und das Ding war richtig dick. Ja. Und da war mir schon klar, definitiv, das ist Bakterium. Und jetzt muss ich definitiv ein Antibiotika haben. Ich habe es versucht auszusitzen. Aber, und das hat man mir damals dann am Krankenhaus, in der Notaufnahme auch wortwörtlich. Ich zitiere gesagt, wenn Sie übermorgen noch leben wollen, bleiben Sie heute hier. So. Und genau dafür ist ja denn dieser Bericht nicht, dass euch das nicht passiert, weil das kann grundsätzlich jedem immer wieder passieren. Sondern nur zum Aufschlauen und natürlich am Ende, wie gesagt, auch so ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Der das hier eine ganze Menge ist. Ja. 14 Seiten, das auswendig zu lernen, wäre der reinste Wahnsinn. Ja. Also das muss ich mir nicht antun, denn ich mache ja nebenbei noch ein paar andere Sachen. Ich saß ja da schon an genug. Ja. Es ist aber mein eigener Wortlaut. Das ist alles verfasst in so Stichpunkten. Ja. Es sind also keine ausformulierten Sätze. Es ist also schon knapp gerafft. Ja. Werde ich das Ganze jetzt nicht Wort für Wort ablesen, aber wie gesagt, ich werde immer einen Blick drauf werfen, dass ich natürlich auch das möglichst genau so euch wiedergebe, wie es auch bei mir im Lesebericht auf der Webseite zu finden ist. Ja. Um reinzukommen in das Thema. Ja. Für alle, die ihr Schulwissen aus der 6., 7., 8., was auch immer, 9., 10. Klasse schon ein bisschen Biologie vergessen haben. Kurz was zum Abholen, Aufschlauen und vielleicht auch für die, die vielleicht noch gar nicht davon etwas jemals gehört haben. Das werde ich jetzt hier nur diesen kleinen Einleitung, sind vielleicht 2, 3 Minuten ablesen, denn das sind wie gesagt fest formulierte Sätze. Ja. Zum Thema Parasitismus und so ein bisschen Biologie. Ja. Parasitismus. Parasiten sind Lebewesen, die einen Wirtsorganismus infizieren und dessen Stoffwechsel schmarotzend und für ihre eigene Vermehrung nutzen. Der Parasit beeinträchtigt oder schädigt den Wirt direkt und löst zusätzlich durch Übertragung von Bakterien und Viren Infektionskrankheiten aus. Der Wirt kann dabei Haupt- oder Zwischenwirt sein und wird in der Medizin als Krankheitsüberträger auch Vektor genannt. Ja. Ich denke, das wird man vielleicht so in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, das Wort Vektor, das ein oder andere Mal schon mal gehört haben, ist wie gesagt nichts anderes als der Krankheitsüberträger. Ja. In diesem Fall reden wir jetzt hier von den Parasiten. Infektionskrankheiten, die auch zwischen Mensch und Tier übertragen werden können, sind als Zoonose bezeichnet. Aktuell gibt es davon so roundabout 200 Stück. Ja. Also das, was praktisch jetzt ich auf Ila übertragen könnte und was er mir denn als Dank zurückgeben könnte, wäre dann eine Zoonose. Nach Art des Eindringens in den Wirtkörper unterscheidet man Ecto- beziehungsweise Außenparasiten, die logischerweise außen am Wirt hängen, ja, leben, und Endo- beziehungsweise Innenparasiten, die im Wirt leben. Unschöne Vorstellung, haben wir aber so gut wie fast alle irgendwo in uns. Für den Menschen relevant wären Einzeller wie Bakterien und Pilze, Würmer, Milden und Zweiflügler. Das sind die, in die wir jetzt hier in diesem Video drauf eingehen werden. Und dann gibt es auch noch Flöhe, Läusen, Wanzen, Rundmäuler, Hahnrollenwälse, naja, Vampirfledermäuse. Der erste Teil hat hier gesagt, wenn wir es jetzt mal kurz zusammenfassen, Zecken fliegen Mücken, ja, so roundabout. Und dann könnte man, wenn ihr das haben wolltet, könnte ich noch einen zweiten Teil von diesem ganzen Ding bringen, weil, wie gesagt, 14 Seiten, denke ich, reicht für einen Teil in jedem Fall aus, ja. Über Läuse, Wanzen und Flöhe, ja, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, der uns irgendwo auch alle betrifft, ja. Das andere, wo ich sage, Rundmäuler, Neunauge, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, ist auch heimisch bei uns, ja. Also Süßwasser, kommt aber eigentlich ursprünglich auch aus dem Meerwasser, ja, ist schon sehr alt, ist nicht mehr ein wirklicher Fisch, ja. Da kann man sich auch, was die Klassifikation angeht, so ein bisschen streiten, ja. Lebt in jedem Fall parasitär, habe ich persönlich allerdings noch keine, also Neunauge schon gesehen, aber noch keine direkten Erfahrungen gemacht, wie klebt er an mir, so wie Blutegel. Ja, das wäre noch so ein Ding. Bei den Harnröhrenwelsen, hm, da gibt es verschiedene Aussagen, ja, also das ist praktisch das, was unten in Südamerika, ähm, Amazonasbecken, ja, bei den Eingeborenen bekannt ist, wo man solche Geschichten findet, wie, die binden sich den Schniedel zu, das praktisch, oder ihr habt es anders schon mal gehört, wer ins Wasser uriniert, da schwimmt dann praktisch der Harnröhrenwels durch den Strahl, in die, durch die Harnröhre bis in die Harnblase rein und, also ganz hetzliche Sachen, ja. Es gibt dazu, ich zumindest, habe keine nachweisbaren Berichte dazu gefunden, wo man sagt, medizinisch und so weiter, es gibt nur einen Haufen Augenzeugenberichte, ja, aber auch keine wirklichen Fotos darüber. Von daher, schwierig mit diesem Thema, ja, und das Letzte, wo ich auch sage, habe ich auch keine Erfahrungen mitgemacht, Vampirfledermäuse, ja, kennen wir alle irgendwo, auch Südamerika, beziehungsweise fängt im Süden USA ja schon an, Mittelamerika geht es eigentlich los, ja, gibt eine ganze Menge Schäden bei Nutztieren, ähm, Rindern zum Beispiel, ich denke, ist bekannt, ja, sterben auch viele durch Tollwut. Aber das ist auch etwas, äh, habe ich persönlich auch noch keinen Kontakt mit gehabt, ja, wir bleiben, wie immer bei mir, ist ja ganz wichtig in meinen Videos, ich erzähle euch immer von meiner eigenen Erfahrung und die werden wir hier auch einige wiederfinden, ja, wie gesagt, Würmer, Milben, Zweiflügler, ja, das ist so ein Ding und wenn ihr es haben wollt, könnten wir nochmal was über Läuse, Flöhe, Wanzen machen. Gut, Viren, ja, ich habe was jetzt über Parasiten erzählt, Viren werden eigentlich nicht als Parasiten bezeichnet, da sie nicht alle definierten Fähigkeiten echter Lebewesen besitzen, ja, die da wären, Stoffwechsel, Reizbarkeit, Wachstum, Reproduktion und Evolution, ja, aber auch wenn sie nur so als eine Grenzform des Lebens bezeichnet werden, ja, agieren sie in ihrem Verhalten dennoch wie Parasiten, ja, Übrigens sind hier nur die wenigsten Viren tatsächlich bekannt, man schätzt, wenn man so eine Hochrechnung macht, dass jedes Lebewesen eine entsprechende Anzahl an verschiedenen Viren hat, die auf dieses Lebewesen zutreffen, befallen können, infizieren können, ja, dann kann man sich ansatzweise vorstellen, ja, die Multiplikation, geht man davon aus, jedes Lebewesen mal x ist die Virenanzahl, das ist deutlich mehr Viren, als überhaupt Lebewesen auf diesem ganzen Planeten gibt. Das ist, das wäre eine wahnsinnige Vorstellung, man, wie gesagt, man weiß es nicht, der Mensch, gehe ich mal stark davon aus, ist grundsätzlich nicht der Superintelligente, für den er sich mal hinstellt, können jetzt zwar irgendwo zum Mars fliegen, aber vom eigenen Planeten wissen wir wirklich hier nur so wenig tatsächlich. Von daher kann man davon ausgehen, dass immer mal wieder neue kommen, beziehungsweise auch in der Zukunft immer mehr entdeckt werden, was uns denn eines Tages vielleicht mal vor Augen führen wird, ach du großer Gott, wir sind ja gar nicht der Herrscher der Welt, ja, sondern es sind eigentlich diese ganz kleinen Mietedinger. Haben wir irgendwo schon mal in Biologie gehört, ja. Und apropos Biologie, ja, das ist auch etwas zum Abholen, da ich im Laufe dieses Vortrages auch natürlich die entsprechenden Arten Spezies nennen werde und damit ihr irgendwo so ein bisschen mitbekommt, für den, der jetzt noch nicht so bewandert ist, wie man das Ganze einzuteilen hat, von der Nomenklatur, hier noch ein kurzes Wort dazu auch, ja. Biologie ist die Wissenschaft vom Lebewesen, ja, das dürfte eigentlich bekannt sein und in ihrer Systematik werden bestimmte Kriterien in einer Gruppe zusammengefasst. Das ist diese sogenannte Taxonomie in der Biologie, ja, die bezeichnet die einzelnen Rangordnungen, ja, die drei höchsten Ränge sind in entsprechende Domänen gegliedert und so weiter, dann geht das immer weiter nach unten. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist der Stand, der heute, ja, oder eigentlich gestern, wenn man es mal genau nimmt, ja, oder der letzten zehn Tage noch gewesen ist. Das wird nicht nur weiterentwickelt, sondern ändert sich auch immer mal wieder, ja, es erfindet immer wieder, die Taxonomie wird regelmäßig angepasst, so wie man auch immer sagt, naja, die Art ist eigentlich gar nicht zu dieser Gattung spezifiziert, sondern die kategorieren wir jetzt mal eine andere oder geben deine eigene, wisst ihr, was ich meine, es wird immer aktualisiert. Das, was ich euch jetzt hier sage, ist der aktuelle Stand, ja, und aber allgemein kann man davon ausgehen, wenn man jetzt von diesen drei Domänen ausgeht, ja, während das einmal die Archeen bzw. Urbakterien und Bakterien, ja, das sind die sogenannten Protozyten ohne den Zellkern, ja, und dann gibt es die mit Zellkern natürlich noch, das wären die Eukaryoten, ja, zu denen zählen die Tiere, Pflanzen und Pilze, ja, und wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, ist das in entsprechende Reiche untergliedert, aktuell gibt es da sieben Reiche und diese Reiche sind dann wieder in Stämme untergliedert, die Stämme wieder in Klassen, die Klassen wieder in Ordnung, die Ordnung wieder in Familien, die Familien wieder in Gattung, die Gattung wieder in Arten und das Ganze dann jeweils immer nochmal mit vor, mit über und unter, ja, also das heißt Untergattung, Überart und solche Späße, ja, also man kann da richtig, ja, Subspezies-Thema ins Detail gehen, ja. Klingt eine ganze Menge für jemanden, der davon keine Ahnung hat, aber wenn man sich damit mal befassen musste, so wie ich damals bei meinem Studium, macht das auch irgendwo alles Sinn, ja. Es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt, aber dann versteht man das und dann ist es manchmal ganz schön nervig, wenn dann plötzlich jemand sagt, ey, das ist gar nicht mehr so, wir sortieren das alles um. Und auch ich persönlich muss bei einigen Dingen sagen, da gehe ich nicht ganz d'accord, ja. Macht von meiner Definition, wenn man zum Beispiel um die Bestimmung einer Art geht, wir hatten das hier gerade, ja. Ich habe euch den gezeigt hier, die Schnake, ja, wird nämlich auch, gibt ungefähr 4000 Arten von Schnaken, wird übrigens auch in die Mücken eingeteilt, ja, also zu den Mücken, ja. Und da gehe ich persönlich zum Beispiel nicht so ganz mit, ja. Hat jetzt nichts mit der Stechmücke zu tun, nicht falsch verstehen, sondern hat ein paar andere Gründe. Also wie ihr seht, man kann da, aber um den ganz groben Punkt hier mal zu setzen, ihr habt gesehen, es wird alles irgendwie so ein bisschen unterteilt und der Grund, warum ich euch das jetzt erzählt habe, ich mache es ja, also ich versuche es zumindest korrekt zu machen, dass wenn wir jetzt die einzelnen Arten benennen werden an diesen Parasiten, ich euch natürlich auch immer sage, wo ist die Einteilung jeweils zu finden und wo gibt es möglicherweise auch einen Zusammenhang, ja. Damit wir dann am Ende, Schlussfolgerung, auch sehen können, wie das Ganze vielleicht so ein bisschen zusammenhängt, tatsächlich auch, was. Ja, und da werden wir dann mal einsteigen ins Thema. In der Überschrift heißt es ja, Zecken, Mücken, Fliegen, ja. Ich werde es hier, wie anfangs bereits gesagt, ja, in meiner Aufzählung, aber genau andersrum behandeln, denn wir beginnen mit den Fliegen. Ja, jetzt könnte der Ärzte schon vielleicht sagen, ach, scheiße, Fliegen, war das schon. Ich spugle gleich vor dir zu den Zecken, weil das jetzt natürlich immer vielleicht auch im Frühjahr gerade so ein bisschen gehypt wird durch die Medien. Wir werden aber sehen, ja, und das ist ja auch das, was ich in meinem kleinen Erfahrungskrankenhausbericht hier habe, ja, dass die Fliegen hier nicht ohne sind. Ja. Bevor wir jetzt zu den vier Fliegenfamilien, die ich anfangs in meiner Übersicht genannt habe, überkommen werden, noch ein bisschen was Allgemeines zum Thema Fliegen beziehungsweise auch zu etwas anderen Fliegen, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen werden, aber die trotzdem meiner Meinung nach in jedem Fall nennenswert wäre. Fliegen, kommen wir auch gleich zu, ist eine Unterordnung, ja, in der biologischen Taxonomie. Und infiziert mit einem Bakterium Chlamydia trachomatis verursachen in den tropischen Entwicklungsländern, geht meistens um Afrika, ja, eine Bindehautanzündung, durch welche sich mit der Zeit die Augenwimpern nach innen drehen können und somit auf der Hornhaut reiben, was letztendlich zur Vollständigung Erblindung führt, ja. Dieses Trachom, damals auch genannt ägyptische Körnerkrankheit, ja, von diesem Trachom sind ungefähr 50% der afrikanischen Kinder und insgesamt über 150 Millionen Menschen betroffen, ja. Vor zwei Jahren, also das ist eine Zahl, die ich gefunden habe, 2020 wurden ungefähr 33 Millionen Menschen deswegen behandelt, ja. Sieht man mal so als kleiner, nur ein Bruchteil davon, ja, also nur ein gewisser Teil wurde überhaupt behandelt und wie viele davon, das sind Sachen, die wir hier bei uns noch, ja, muss man einmal sagen, noch nicht haben. Aber woanders gehört es zum Alltag, wie das ich bei mir hier um mich schlage. Die Larven der Familie der Dasselfliegen, die leben als Endoparasit in Schleimhäuten von Nase und Rachen, im Bindegewebe der Haut und in Magen und Darm, weltweit in sehr vielen Tieren. In tropischen Regenwäldern von Mittel- und Südamerika und Afrika befällt diese Dermatobia hominis, aber auch Menschen und löst die Miasis aus, ja. Das ist eine Fliegen-Maden-Krankheit, bei der die fleischfressenden Larven unter der Haut leben, ja. Da gibt es ganz unschöne Fotos zu, wenn man sich mit diesem Thema, kann man sich vorstellen, das sind dann überall offene Wunden, die man da hat und überall krabbeln dann die Magen, ganz herrlich. Die weltweit, kommen wir mal ein bisschen zu etwas Einheimischem, die weltweit verbreitete Stubenfliege Musca Domestica überträgt Inflationskrankheiten, wie beispielsweise Ruhr, Typhus, Cholera, Salmonellosen, Kinderlähmung sowie Maul- und Klauenseuche. Die gleich große australische Buschfliege, das ist das Pendant unten auf der Süddeutschkubel sozusagen, ja, zu unserer Stubenfliege, löst durch Bakterien bei Menschen auch dieses genannte Trachom, ja, also das heißt diese Augenentzündung mit möglicher Erblündung aus, ja, sowie durch Viren beim Kaninchen die unheilbare China-Seuche, das ist R-H-N-D, ja. All diese, die ich jetzt hier genannt habe, Fliegenarten, besitzen einen Saugrüssel, ja, und übertragen die Infektionskrankheiten ausschließlich durch ihre Ausscheidungen. Andere Arten besitzen zusätzlich auch einen Stechrüssel und verursachen eine Nadelstich-Verletzung mit diesen, wo sie denn auch, wie gesagt, Infektionskrankheiten übertragen. Und genau zu diesen werden wir jetzt übergehen, ja, zu praktisch allen Fliegen, die irgendwo stechen. Also zu den meisten, die ich jetzt hier gefunden habe, die man kennen sollte. Und das wäre, beginnen wir jetzt mal, wenn das jetzt, wie gesagt, Punkt 4, ja, in meiner Gliederung ist, 4 sind hier die Fliegen, das andere war alles vorher die Einleitung, ja, dann wäre das jetzt Punkt 4a, sind die Wadenstecher, beziehungsweise die gemeine Stechfliege. Ich hatte es ja gesagt, ich erzähle euch jetzt in der Taxonomie, also welche biologische Systematik das jeweils untergliedert ist, ja. Die Wadenstecher zählt zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Zweiflüge, zur Unterordnung der Fliegen und zur Familie der echten Fliegen. Diese Familie mit den echten Fliegen hat ca. 4000 Arten, ja. Und diese gemeine Stechfliege, Stomoxis calcitrans, das ist Gattung und Art, um die geht es jetzt hier, die wird ungefähr 6 bis 7 mm groß, sieht praktisch aus wie eine Stomoxis, hat der eine oder andere sicher schon mal gesehen, auch wenn er es jetzt vielleicht nicht direkt zuordnen kann. Der Unterschied zur Stomoxis, woran man sie allerdings erkennt, ist der waagerecht abstehende Stechrüssel, ja. Also wenn er irgendwo mal eine Stomoxis sitzen sieht, vermeintliche Stomoxis, bei der vorne sozusagen, ja, diese kleine Rüssel, dann habt ihr da den, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, den Wadenstecher, ja. Zur Fortpflanzung, ich habe bei mir, nochmal auch nochmal kurz zur Erklärung, ja, jede einzelne Art, um die ich hier rede, ist gegliedert meistens in verschiedene Unterpunkte, also meine Struktur, ich nenne die biologische Systematik, ich sage etwas zur Biologie kurz, zur Fortpflanzung, zur Verbreitung, zum Aufkommen, zum Blutsaugen und den übertragbaren Krankheiten, ja. Das wären so die Punkte, die ich bei den einzelnen Tieren hier behandeln werde, ja. Und der Punkt mit den übertragbaren Krankheiten ist dann natürlich meistens, also ist dann in jedem Fall immer der Größte, ja, worum es hier hier in diesem Video auch geht, ja. Aber nichtsdestotrotz halte ich für in jedem Fall korrekt, wenn ich euch vorher auch ein bisschen was zu dem Lebewesen, auch wenn es ein Parasit ist, natürlich irgendwo auch sage, ja. Gut, also zur Fortpflanzung. Das war auch eine Fliege, die war jetzt so schnell, dass ich sie nicht erkennen konnte. Fliegen sind ungefähr mit 10 kmh unterwegs und es hängt ja auch gerade einer am Objektiv, das ist die Stumfliege. Ziemlich sicher. Gut. Nach mehrmaliger Blutaufnahme erfolgt die Eiablage auf Tierkut oder organischem Material. Die Larvenentwicklung ist temperaturabhängig und dauert in der Regel zwischen 10 bis 30 Tage. Man kann sagen, je wärmer es ist, desto schneller entwickeln sich Fliegenlarven. Kennt man vielleicht vom Kompost oder vom Mülleimer, der schön irgendwo in der Sonne steht, wenn man dann mal aufmacht, es kann allerdings auch möglich sein, dass diese Larven überwintern und dann schlüpfen die dann sozusagen erst im nächsten Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Das ist auch möglich. Die Verbreitung ist praktisch weltweit. Überall. Das ist, ne, wir kennen die Fliege, haben wir überall schon mal gesehen, egal wo man irgendwo im Urlaub gewesen ist, die findet man überall. Sie ist tagaktiv in der Regel, wärmenliebend, ja, und hier, wenn wir jetzt um unsere heinheimischen Breiten gehen, finden wir so überwiegend zwischen Frühjahr und Herbst, ja. Das ist jetzt natürlich, im Winter haben wir sie auch irgendwo drin, nach möglich, ja, das, aber so Pi mal Daumen, wenn wir jetzt hier draußen sind und das seht ihr ja, was so summt, das ist alles das, diese schöne Art, ja. Zum Blutsaugen selbst, der Stich dieser gemeinen Stechfliege, der ist schmerzhaft, ja. Nicht riesig, wenn er mich fragt, auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, ne 4, ja, so Pi mal Daumen, 3 bis 4, Pi mal Daumen, es ist ein Kapillarsauger mit einem Stechrüssel. Werden wir auch nochmal drauf kommen, der Unterschied, ich, äh, gibt es Kapillarsauger und Poolsauger. Der Kapillarsauger, der klassische, zum Beispiel die Stechmücke, das heißt, mit ihrem Stechrüssel punktieren die genau ein Blutgefäß, ja, also die suchen, stechen durch die Haut und ganz gezielt praktisch dort, während die Poolsauger mit meistens scharfen Mundwerkzeugen die Haut aufreißen, richtig reinbeißen, alles aufreißen und dann aus der blutenden Winde sozusagen rausrüsseln, ja. Das sind dann meistens auch die Stiche, die natürlich mehr wehtun, wir kommen da zur Bremse zum Beispiel. Aber ich will noch nichts vorwegnehmen, nur, dass ihr schon mal wisst, ja, wenn ich es wieder sagen werde, Kapillarsauger, Poolsauger, die Stechfliege, in diesem Fall ein Kapillarsauger, wie die Mücke. Der Unterschied zur Mücke ist allerdings, dass der Saugvorgang jetzt nicht nur und dann sagen wir mal, wie bei der Mücke könnten wir jetzt sagen, so 15, 20 Sekunden, Pi mal Daumen, kann bei der Stechfliege, also dort deutlich länger, bis zu 8 Minuten. Das heißt also, wenn die ihren Saugvorgang nicht beendet hat, weil wir sie irgendwo weggeschlagen, dann kommt die natürlich wieder und muss sie nochmal neu ansetzen. So haben wir denn, ne, gleich mehrere von denen. Und in diesem Fall stechen sowohl die Weibchen als auch die Männchen. Hier auch noch ein Wort. Das Blut wird ja grundsätzlich gesaugt für die Fortpflanzung. Also das wird zumindest meistens, ist dem so. Daher ist allgemein bekannt, dass in der Regel eher die Weibchen Blut saugen. Die bösen Frauen wieder. Aber in diesem Fall stechen auch die Männchen. Ansonsten kann man meistens davon ausgehen, dass die Männchen fast immer und bei anderen Familienarten grundsätzlich auch noch zusätzlich noch einige Weibchen sich dann eher irgendwo von anderen Säften auch ernähren. Pflanzensaft, Nektar und so weiter. Das seht ihr ja auch. Fliegen sitzen ganz gern auf Blüten und so weiter. Das heißt also nicht, dass sie grundsätzlich ausschließlich nur Blut saugen. Das ist in der Regel meistens eher für die Fortpflanzung, für die Vermehrung gedacht. Für Eierplage ist es notwendig. Aber wie gesagt, in diesem Fall beim Wadenstecher sind sie beide bezahlt. Arbeitsteilung, Gleichberechtigung bei der Stechfliege, könnte man sagen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu den übertragbaren Krankheiten. Erstmal gibt es diverse Bakterien, die übertragen werden können. Das ist eine ganze Latte und da ist man jetzt bei der Stechfliege noch nicht so weit hinterher, dass man genau sagen kann, dieses Bakterium hier und da mag vielleicht den einen oder anderen Spezialisten geben, aber ich habe da nichts Genaues zu gefunden. Deswegen sage ich nur, es werden eine ganze Menge Bakterien übertragen. Was allerdings bei der Stechfliege sehr prägnant ist, was der eine oder andere Pferdeliebe aber auch sicherlich schon mal irgendwo gehört hat, ist das EIA-Virus. Beziehungsweise, wenn man es wissenschaftlich ausspricht, das Virus der Echin-infektiösen Anämie. Ikedea sind ja die Pferdetiere. Also was sozusagen die Familie der Pferde, man kann auch sagen, die Einhufer. Also es sind nicht nur Pferde, sondern in dem Fall auch Pony, Esel, Maultiere und natürlich auch Zebras. Ausgelöst wird dieses Virus durch Lentiviren und die sind weltweit vertreten. Ist also sozusagen eine Tierseuche. Übertragen wird das Ganze über die Körperflüssigkeiten. Meistens geht man da vom Blut aus, wie gesagt, durch den Stich zum Beispiel. Kann aber auch durch die Haut übertragen werden. Und führt zur Blutahnut, daher der Name Anämie und endet in der Regel nach zwei bis vier Wochen meistens tödlich. Es gibt akute Krankheitsformen, wo wie gesagt, das Ganze dann relativ schnell tödlich enden kann. Es gibt aber auch chronische Krankheitsformen, wo praktisch jahrelang nur mildere Symptome vorhanden sind. Und dann gibt es auch welche, die sind infiziert und haben gar keine Symptome. Es sind bei vielen Fähren irgendwo schon festgestellt, hat den Virus, aber ist nicht zu sehen praktisch. Ist also auch möglich. Und laut meiner Recherche gibt es hier keinen zugelassenen Impfstoff. Wie gesagt, laut meiner Recherche. Die Angaben können variieren. Jeder hat vielleicht der eine oder andere Pferdeliebhaber, kennt sich damit ein bisschen genauer aus und dann kann er das hier gern editieren irgendwo. Falls es dazu eine Neuigkeit gibt, werde ich das denn bei mir im Bericht natürlich auch auf der Webseite schriftlich natürlich aktualisieren. Das war denn zur Stechfliege beziehungsweise zum Wadenstecher. Kommen wir jetzt mal zu dem, was ich anfangs auch beschrieben hatte durch mein Erlebnis und das, was ich für doch nicht ganz ungefährlich halte, wie wir gleich sehen werden, nämlich die Bremsen. Wäre jetzt hier Punkt 4b beziehungsweise auch Viehfliege genannt. Ich habe mehrere Namen. Gehört zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Zweiflüge, zur Unterordnung der Fliegen, zur Familie der Bremsen und diese Familie der Bremsen hat hat ungefähr, also hat 4 Unterfamilien mit circa 4000 Arten. Das sind also eine ganze Menge. Das ist nicht, wenn man so allgemein, das ist jetzt eine Bremse, das kann man schon ein bisschen genauer sagen in diesem Fall und da haben wir hier mal, zähle ich mal ein paar Einheimische auf, die wir alle irgendwo hier haben, mal eine kleine. Wir kommen doch erst noch zu den Mücken. Da haben wir sie. Aber wir sammeln schon mal vor. Müsste denn Punkt 5 werden. Nennen wir da mal ein paar Bremsen. Das wäre die Blindbremse, die Goldaugenbremse, die Rinderbremse, die Gemeine Viehbremse, die Pferdebremse, die Regenbremse. Das sind alles, die habe ich jetzt ganz bewusst rausgesucht, weil das sind alles Bremsen, die ich hier bei mir, in meinem Umfeld schon gesehen habe beziehungsweise kenne und die ich auch identifizieren würde. Zur Biologie ausgewachsen sind die ungefähr 10 bis 25 Millimeter groß. Also 25 habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wie gesagt, es gibt Bremsenarten, die tatsächlich ganz schöne Brummer sein können. Die Lebenserwartung der erwachsenen Tiere, die beträgt so ungefähr zwei bis vier Wochen, kann man sagen. Und in diesem Fall sind hier nur die Weibchen die Blutsauger. Und sie sind mitunter ziemlich aggressiv. Man kennt das, man geht irgendwo durch die Gegend, kommt das Vieh, man vertreibt das, haut irgendwo drauf. Die meisten anderen Insekten, also viele andere, sagen wir es mal so, würden sich denn erst mal von dann ziehen. Die Bremse, die fackelt gar nicht, da kommt sofort wieder, die kommt immer wieder. Die ist sehr anhänglich, man kennt das, man kann praktisch vor der Weglaufen, die verfolgt einen direkt. Also glücklicherweise sind es nur Einzelgänger bei den Bremsen. Ja, es sind keine Schwärme, mir zumindest nicht bekannt, aber dennoch finde ich, kann eine Bremse lästiger sein als ein ganzer Schwarm voller Mücken. Ja, wir werden auch gleich kommen, was da denn noch passieren kann. Ja, also warum ich die in dem Fall denn auch noch ein bisschen gefährlicher halte als Mücken. Zur Fortpflanzung, die Eierplage erfolgt an wassernahen Pflanzen und der Entwicklungszyklus dauert mehrere Monate bis mitunter sogar auch Jahre. Verbreitung ist das Ganze, wie gesagt, Europa, Asien und ungefähr Nordafrika. Das Aufkommen, natürlich der Klassiker, wir kennen das, an schwülen Sommertagen vor allen Dingen. Angelockt werden sie durch den Schweiß der Säugetiere. Das ist so ein Klassiker, wenn was jetzt ist, noch keine Zeit. Ich habe dieses Jahr schon zwei, drei Bremsen gesehen, aber es fehlte noch so ein bisschen die Superhitze. Die werden wir vermutlich bald haben und dann werden die rauskommen. Und wir haben hier so ein prädestiniertes, ich will nicht sagen Bremsengebiet, aber da unsere Felder, also ist ja landwirtschaftlich geprägt, was er da so ein bisschen, wenn du das am Bildrand sehen solltest, das ist hier gleich das Feld. Ich habe mich hier in den Wald gleich in den Rand verkrochen. Haben wir eine ganze Menge Entwässerungsgremien und die stehen praktisch voll mit Gülle das ganze Jahr über. Ich sage ganz bewusst Gülle, weil das ist, das hat nichts mehr mit Regenwasser zu und was da drin ist. Der Bauer kippt ordentlich schön aufs Feld, bei uns ist das so eine, ich will jetzt hier nicht abweichen vom Thema, ja, aber und es gibt ja dann auch einen Grund, warum ich natürlich wegen dem Ganzen hier ins Krankenhaus musste, ja, das ist ja jetzt nicht nur wegen Pillepalle, sondern da war wirklich was im Gange und das war dann auch nachweisbar, ja, in der Notaufnahme. Es hat eine ganze Weile da gedauert, ich will es jetzt nicht groß ausführlich machen, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich stand dann da an der Seite, an der Wand irgendwo, ja, und es lag dann auch noch ein anderer Patient irgendwo mit einem, mit einer Begleitung irgendwo auf der Liege, an der Bahre, so ungefähr fünf Meter neben mir im Gang, ja, und dann kam der Arzt mit meinem Befund, ja, oder Assistenzarzt, was auch immer, runtergelaufen, ja, und ist dann zu dem da hingegangen, zu mir auf der Zahre, ja, und hat dem was erzählt irgendwie und dann hat die Begleitung irgendwie nur so mit dem Kopf geschüttelt irgendwie, und dann guckt er so rum, so leicht unglaublich, er brannt, ich stehe so ungefähr vier Meter vor ihm, ich sage, ja, hier bin ich, da guckt er auf sein Zettel, nee, ist so Herr Brand, ich sage, ja, das bin ich, guckt er nochmal so hin, guckt mich so an, Herr Brand, ich dachte, es ist ja bekloppt, ignoriert er mich oder was, na, ich sagte, also wenn Sie jetzt nicht noch einen haben, dann werde ich das sein, dann guckt er so, nee, das können Sie nicht sein, ich sage, wieso, um was geht's denn, dann sagt er, das, wenn Sie das sind, das, was wir hier im Befund haben, da dürften Sie gar nicht mehr so stehen, da müssten Sie genauso liegen wie er, und das war nämlich der Punkt, warum er denn zu der Bahre gegangen ist, ja, man hat mich schon fast für tot erklärt, sozusagen, ja, obwohl ich eigentlich noch ganz locker da an der Wand stand, aber es war nicht ohne, also es tat wirklich weh, ja, lang Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, die Masse an Konzentrationen, an Bakterien, die ich da im Blut hatte, haben Sie gesagt, hätte normalerweise einen alten oder einen etwas schwächeren, jüngeren Kinder in jedem Fall schon längst umgebracht, also er hat gesagt, da würde ich hier gar nicht mehr antanzen mit der Masse an Bakterien, die Sie da gefunden haben, ja, und das ist denn das, was man hier praktisch auf die Fälle hat, gilt, ich kriege das eins zu eins, ich könnte jetzt im Prinzip auch unter den Wagen von dem Bauer mich runterlegen und das dann sozusagen gleich hier intravenös, hätte ich jetzt gesagt, inhalieren, ja, es ist das gleiche, als wenn mich jetzt hier die Bremse sticht, ja, so wie nochmal das war, ich wollte nicht abweichen, ja, zu meinen Freunden den Bremsen halt, ja, es kann natürlich auch eine, es ist nicht nur einmal vorgekommen, das Ganze, muss ich natürlich auch noch sagen, ja, aber bei diesem Mal war es eine Bremse, ich hatte auch bei anderen Sachen, sind ja auch noch andere gestochen worden, hatte ich auch die Stechfliege und die Mücke in Verdacht, nochmal, nicht nur, dass ich jetzt hier auf der Bremse rumreiten möchte und dass jeder jetzt denkt, oh, nur die Bremse ist das, das können noch andere, was die kann, ne, gut, und zum Blutsaugen, ich hatte es ja erwähnt, ja, mit ihrem groben Mundwerkzeug reißt die Bremse relativ große, äh, offene Wunden in die Haut, ja, auch möglich durch die Kleidung übrigens, ja, ich hatte es ja erwähnt, äh, in dem Fall, das schützt, hier, also durch den Lohn kommt sie nicht durch, aber durch etwas dünnere Sachen und durch so ein T-Shirt ist kein Problem, ja, vor allen Dingen hier, Wolle, ja, also ganz dünn, dann wird ein gerinnungshemmendes Sekret eingespritzt, das ist praktisch was auch, sehr, sehr viele andere machen, ja, sonst würde das Blut ja gerinnen und können das Insekt gar nicht aufnehmen, ja, und dann wird es in diesem Fall, wie gesagt, vom Weibchen über den Rüssel aufgenommen, ja, in dem Fall, wie gesagt, nur die Weibchen, ja, die Männchen saugen da ganz friedlich den Blütennektor, ja, spielt keine Rolle auf Männchen oder Weiblern, ich mache da sozusagen auch pauschal, das ist für mich Gleichberechtigung, wenn ich sie erwische, dann sind sie dran, ganz einfach, ja, sofortige Symptome ist natürlich ein schmerzhafter Stich, ja, und die Stichstelle gibt es denn mit Juckreiz und Qualle, ja, schmerzhafter Stich, wenn ich jetzt sage, die gemeine Stechfliege, ja, also den Wadenstecher mit drei bis vier, dann würde ich mal die Bremse vier bis fünf betiteln, ja, so auf dieser Insektenstichskala, das kann aber variieren, also ich hatte schon einige, wirklich, da war es, also da hat man wirklich schon richtig aufgeschrien, ja, also nicht nur so, dass du denkst, au, ja, wie wenn jetzt so eine dicke Spritze reingeht, sondern wo du wirklich dachtest, boah, ne, also die muss dann richtig, bam, zugepackt haben, ja, aber wenn wir dran denken, ja, das heißt nicht bis, auch wenn es so umschrieben wird, weil sie praktisch mit ihren Mundwerkzeugen das aufreißen, es ist, es ist ein Stich, ja, es ist jedes Mal, darum geht es ja, um stechende Insekten, das zieht sich hier durch den ganzen Bericht durch, ja, Bremse, Mücke, Zecke, ja, auch die Zecke, die beißt nicht, die sticht, wenn man zukommt, ja, und dann die übertragbaren Krankheiten, ja, mögliche übertragbare, einmal hier haben wir wieder den EIA-Virus, genau das gleiche für die Pferdeliebhaber, aufgepasst, ja, Warnsticher, zurückspulen, dann haben wir die Lymneboriose, ja, allgemein bekannt, nur Boriose, ja, hört man natürlich gleich sofort Zecke, ja, das Ganze wird auch durch die Bremse übertragen, ist möglich, gibt es nachgeweisene Funde bereits, aber ich habe mich entschlossen, dass hier in meiner Nomenklatur, bei der Zecke die Boriose zu erwähnen und da aufzugehen, darüber, in diesem Punkt dann bei der Zecke darauf einzugehen, weil das natürlich die meisten mit der Zecke verbinden werden und natürlich, weil wir hier bei der Bremse noch ausreichend genug Krankheiten haben, ja, damit das jetzt nicht so aussieht hier, da würde ich die Zecke noch ein bisschen was überlassen, sozusagen, ja, also zur Boriose werde ich bei der Zecke erwähnen, gilt aber genauso für die Bremse, ja, das soll jetzt hier nicht vergessen werden und nämlich das ganz bekannteste, beziehungsweise mit das krasseste wäre die Tularämie, ja, Tularämie wird auch genannt Nagerpest, ja, ist eine Zoonose, dadurch gleich wieder deutlich gefährlicher, und die kann auch durch Zecken und auch Stechmücken übertragen werden, ja, auch da gibt es nachgewiesene Fälle und wir werden sie aber hier jetzt ganz explizit bei der Bremse behandeln, das ist, um das hier nochmal kurz für euch zusammenzufassen, so ein kleines Stückchen, ja, und es ist auch lohnenswert, denke ich, darüber mal Bescheid zu wissen, wer noch nicht über die Tularämie was gehört hat, ja, hinsetzen, Festzeiten, wird aus, also wird ausgelöst durch ein hoch ansteckendes Bakterium, der Franciskella Tularinensis, habt ihr gesehen, ja, das war hier die Schnarke, ja, bei hasenartigen Nagetieren, ja, aber auch, hat es auch schon gegeben, beim Fuchs und bei Wildgeflügel, bei Haus- und Nutztieren, Flöhe, Läuse, Wanzen, Milben und Zecken, hat es gesagt, können auch ein Überträger, ein Wirt sein, ja, das ist ein Ding, was wirklich praktisch, ich will nicht sagen überall, aber das sollte man nicht unterschätzen, ja, die Übertragung, weil es vor allen Dingen auch hochinfektiös ist, denn die Übertragung kann sowohl direkt, das heißt, über die Haut, als auch Blut, das heißt, man könnte sagen Kontakt erfolgen, es kann aber auch durch indirekten Kontakt, und das ist das Gefährliche daran, das heißt, die Atemluft denn als Aerosol sozusagen, feine, winzige Partikelchen, ja, was man so als Virus so klassischerweise kennt, ja, ohne jetzt auf Covid-19 anspielen zu wollen, ja, übertragen werden, und damit ist es in jedem Fall hochinfektiös, ja, die äußere Tularämie, äußert sich mit Fieber, Entzündung der Lymphknoten, Augenbindehaut, sowie Geschwüren, ja, und dann gibt es die innere Tularämie, mit Entzündung zahlreicher Organe, die ohne Behandlung zu 33% tödlich verläuft, ja, und selbst mit Behandlung noch eine Letalität von 5% hat. Bei Tieren, ich hatte es gesagt, Zoolose, ja, führt es zu schwächer Apathie, und in der Regel tritt der Tod innerhalb von 3-14 Tagen ein, Hunde und Katzen sind übrigens relativ im Vergleich zum, was die Hasenartigen angeht, ja, die da sehr empfindlich drauf reagieren, äh, unempfindlicher, ja, aber es ist nicht unmöglich, das muss man sagen, ja, jahrelich gibt es in Deutschland ungefähr 100 gemeldete Falle, ja, und die Tendenz ist steigend, und man kann sich es vorstellen, wenn ich jetzt von Hasenartigen rede, ja, dann kann man, betrifft es meistens Jäger, also viele Fälle, von denen ich gefunden habe, wo ich recherchiert habe, waren es denn tatsächlich Jäger, das heißt, wo man dann auf einer Hasentreibjagd beispielsweise gewesen ist, und die Jäger natürlich allerdings auch gesagt haben, sie haben an den Hasen keine Symptome erkannt, ja, also was ich zum Beispiel gesagt habe, der Klassiker Bindehautentzündung und so weiter, das heißt, diese Augengeschwüre, und die dann irgendwo, ja, an den Schleimhörten sind, hat es wohl dort angeblich nicht gegeben, ja, und die Jäger sind trotzdem erkannt, und es gab auch schon tote Jäger deswegen, ja. Therapie erfolgt mit Antibiotika, ja, und den Lebendimpfstoff gibt es allerdings nur in Russland und den USA. Jetzt ist es, also nicht falsch verstehen, ich lache jetzt nicht, weil ich mich über diese Krankheit lustig mache, sondern der Hintergrund, wenn ich so etwas lese, ist nur in den USA und nur in Russland erhältlich, denn leuchtet zumindest bei mir immer gleich die rote Glocke, weil das natürlich einen ganz bestimmten Hintergrund hat, warum dem so ist, ja, denn diese beiden Großmächte, wenn ich sie mal so nennen darf, sind natürlich die, wo man immer mal wieder etwas über Biokampfstoffe hört, ja, und genau das ist nämlich auch der Punkt, ja, ein entscheidendes geschichtliches Ereignis, was ich zur Thularamie gefunden habe, ja, 1942 hat es an der Ostfront 100.000 ungefähr Infizierte gegeben, ganz plötzlich, ja, das war dahingehend ungewöhnlich, also Thularamie war grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, aber der Fall war dahingehend ungewöhnlich, dass es im Jahr zuvor nur 10.000 gegeben hatte, in dem Jahr zuvor auch nur 10.000 und in dem Jahr danach, also 1943, auch wieder nur 10.000. Es war also ganz explizit, auf genau den Zeitabschnitt, kurz vor Stalingrad ist es gewesen, 100, ich gehe mal davon aus, dass man da von deutschen Soldaten geredet hat und man kann sich das natürlich vorstellen, Soldat geschwächt und dann braucht man gar nicht weiter darüber reden, ja, es gibt so den einen oder anderen Punkt, den ich in Geschichtsbüchern auch damals schon in der Schule immer vermisst habe, wo ich mir, also ich möchte jetzt hier keine Kriegssachen, soweit wollen wir nicht abweichen, aber nur kurz mal zum Verständnis, ja, es gibt ganz plausible Erklärungen für einige Ereignisse, ja, und das könnte zum Beispiel eine sein davon, ja, gut, das also von den Russen sehr wahrscheinlich eingesetzt, ja, Beweise gibt es natürlich für so etwas nie, also, ich habe nicht einen einzigen Beweis beziehungsweise irgendein Ereignis gefunden, wo eine Nation zugegeben hätte, das ist ein Einsatz von biologischen Kampfstoffen und darum reden wir ja hier, wenn es jedes Mal auch um Infektionskrankheiten geht, sind das nun mal bei einigen biologische Kampfstoffe und die Thularämie zählt in jedem Fall dazu, es gibt so eine schöne Liste, kann man sich anschauen, was gerade von eventuell welcher Nation in jedem Fall aber schon in der Vergangenheit nachweislich mal verwendet wurde, ja, und da zählt genau diese Thularämie mit dazu, weil, wie gesagt, schön hochgradig ansteckendes Bakterium ist, ja, und was zumindest dann später nachweisbar wurde, nach dem Krieg, ja, ist das bei den Amerikanern, denn in den 50er, 60er Jahren es durchaus Experimente gegeben hat, ja, die dann auch irgendwo publik geworden sind, dadurch, dass, ja, immer mal wieder auch tatsächlich an Bevölkerung getestet wird, ja, klingt jetzt erstmal ziemlich ja, aber man kann es sich irgendwo auch vorstellen, es gab ganz hässliche Fälle, die möchte ich hier nicht erwähnen, auch darüber habe ich dann leider auch, äh, im Rahmen meiner Recherche etwas gefunden, das ist aber, das ist finster, ähm, also nicht, dass ich sowas grundsätzlich um den Teppich blicke, aber wie gesagt, das könnte jetzt hier einen falschen Eindruck, weil dann müsste sich da jemand beschuldigen, ja, und dann fühlt sich da jemand anders vielleicht irgendwo auf den Schlips getreten, ja, und das ist immer ein ganz heißes Thema, ja, aber grundsätzlich ist an Menschen grundsätzlich experimentiert worden, genauso wie heute auch immer noch an Tieren experimentieren, experimentiert wird, ja, ja, und wie gesagt, da ist es dann in den 50er, 60er Jahren bei den Amis zumindest ein Publikum geworden, ja, und auch heute steht es immer noch auf der aktuellen Liste der Biokampfstoffe, und aus diesem Grund sagte ich ja, wenn ich sage, der lebend im Stoff ist nur in diesen beiden Nationen zumindest offiziell, ja, dort nur erhältlich, ja, dann, und das zieht sich denn durch den einen oder anderen, äh, hochgradig infektiöse, Krankheit zieht sich das denn durch, wo man jedes Mal wieder das Potenzial sieht, oh, die können wir doch schön benutzen, sozusagen, als Waffe, ja. Übrigens hier die ganze Zeit, ich habe gerade, wo ich den Akku gewechselt habe, tatsächlich eine Bremse gesehen, am Stativ von, ähm, von der Kamera. Satz schön im, im sonnigen Fleckchen da hat, herzlichen Glückwunsch, ja. Gut, also wie gesagt, Ila ist ja, äh, eingedieselt, und bei ihm sieht es jetzt, ähm, sieht es ganz gut aus, muss ich sagen, ich habe hier jetzt noch nichts festgestellt, und er hat auch nicht großartig um sie geschnappt, wie ihr vielleicht gesehen habt, ja. Ich allerdings, ja, habe hier schon ein paar Mal. Gut, sind wir durch mit der Toularemie, ja, wir sind allerdings immer noch bei der Bremse. Die nächste, ja, also Toularemie wäre hier die Nummer 3, die Nummer 4 wäre die weiche Krankheit, beziehungsweise auch Morbus Veil, der ein oder andere schon mal gehört, oder auch unter dem Synonym Leptospirose. Ist ebenfalls durch Bakterien, ja, und wird in der Regel in verunreinigtem Abwasser oder Rattenurin, ja, übertragen. Aufnahme erfolgt durch die Haut, Schleimhaut oder Atemwege und führt dann in der Regel zu Fieber und grippeähnlichen Symptomen Herz-, Leber-, Nieren- und Gehirnhautentzündung. Die Letalität beim Morbus Veil liegt bei 10%. Ist in Deutschland übrigens meldepflichtig und es gibt jedes Jahr so ungefähr round about 20 gemeldete Fälle in Deutschland, ja. Und es ist eine anerkannte Berufskrankheit bei den Beschäftigten in der Abwassertechnik, im Forst und in der Schädlingsbekämpfung, ja. Also hier nochmal an alle, die regelmäßig mit dreckigem Wasser zu tun haben, ja. Das wäre jetzt, wie gesagt, Nummer 4. Und Nummer 5, das habe ich mir jetzt schon fast zum Schluss aufgehoben bei der Bremse, immer noch dran denken, Milzbrand. Richtig, Anthrax. Bekannt, denke ich, durch Rundfunk, Fernsehen, Medien und so weiter. Spätestens durch die ein oder anderen Filmchen wird schon mal was davon gehört haben, ja. Ist auch eine Zorose, ja. Und wird übertragen, beziehungsweise ausgelöst durch das Stäbchenbakterien Bacillus anthraxes, dessen Widerstandsseporen Jahrzehnte überdauern können. Das ist das Gefährliche bei Anthrax, weswegen auch dieser Riesenhype oder diese Vorsichtsmahmen gemacht werden, dass praktisch, wir kennen ja diese, ich werde da mal drauf eingehen, dass es wirklich über Jahrzehnte irgendwo überdauern kann und dann plötzlich auftaucht und aktiv ist, ja. Und es ist bereits schon im Altertum als Biokammstoff tatsächlich verwendet worden, ja. Ursprünglich kam es bei den Paarhufern vor, ja. Und fand dann weltweite Verbreitung durch Tierkadaver beziehungsweise bei Tierkörperverwertung und Gerbereien, ja. Und damit war dann dieser Hautmilzbrand zumindest, eine ehemalige Berufskrankheit bei Fleischern, Gerbern, die dann übrigens ohne Behandlung zu ungefähr 5 bis 25 Prozent tödlich verlief, ja. Und neben dem Hautmilzbrand gab es dann auch den Lungen- und den Darmmilzbrand, ja. Und der hat eine deutlich höhere Letalität, ja. Also der führt bereits nach wenigen Tagen zu einer deutlich höheren Todesrate, ja. Eine genaue Zahl habe ich da nicht schwankt, ja. Aber sehr, sehr hoch in jedem Fall, ja. Mehr muss man dazu nicht wissen jetzt, als dass es enorm tödlich ist, Antrax, ja. Und ich hatte es hier gesehen, erwähnt im Altertum, hat man beispielsweise irgendwelche Tierkadaver, von denen man wusste, dass sie hochinfektiös und ansteckend sind, hat man also da schon irgendwo gewusst, dass was mit dem Tier zu tun da muss, hat man praktisch über irgendwelche Festungsanlagen rübergeworfen über die Mauern, ja. Und hat dann sozusagen die ganze Städte damit ausgerottet, oder man hat sie einfach ins Trinkwasser geworfen, ja. Und dann sozusagen die ganze Nahrungsmittel, Trinkwasserversorgung verpestet und so weiter, ja. Also Antrax hat auf unserer Welt schon eine ganze Menge Todesfälle verursacht, ja. Therapie erfolgt mit einem Antibiotikum, aber, und hier haben wir wieder den Klassiker, der Impfstoff ist in Deutschland nicht, ich zitiere, verfügbar. Ich sage verfügbar, weil, ich würde mal sagen, inoffiziell erhältlich ist er in jedem Fall, aber er ist nicht für die Zivilbevölkerung verfügbar, zumindest, ja. Zumindest, solange nichts passiert, denn wir haben es auch hier wieder, Biokampfstoff, ja. Milzbrand Antrax, neben der Tularemie, steht er wirklich ganz weit oben, ja, unter diesen. Und wir alle kennen das, diese Fälle aus den Medien, irgendwo in den USA, ist das Publikum gemacht worden, ja. Irgendwelche Briefchen sind über den USPS verschickt worden und Barack Obama kriegt dann sozusagen von irgendeinem, der gerade Politik nicht gefällt, schon ein weißes Pulverchen hinterher. Da gibt es etliche, es gibt über Antrax, wer sich mit Antrax, also Milzbrand beschäftigt, der findet dazu, der kann ein ganzes Buch darüber schreiben, allein die Anschläge, ja. Ob das jetzt hier von Al-Qaida, Osama, in Japan, in der U-Bahn, ach, überall ist irgendwo mal irgendwo etwas verstreut worden, ja. Gibt es eine ganze Menge Fälle weltweit, denn wie gesagt, es lohnt sich, man kriegt eine ganze Menge Opfer damit, ja. Biokampfstoff. Das war Nummer 5, ja, bei der Pferdebremse, immer noch dran denken, ja, Pferdebremse. Nummer 6 wäre Sura, ja, nicht ganz so bekannt, ja, gebe ich auch ehrlich zu, habe ich vorher noch nichts von gehört, ist durch Einzeller, Trypasonoma, Iwansi, bei Pferden, Kamelen, Hunden, Elefanten in Nordafrika, Arabien, Südostasien, Mittelamerika. Da haben wir es natürlich wieder, der Klassiker, ist weit weg von uns, also erst mal noch weit, haben wir noch nichts von gehört, ja, ist aber, woanders, gehört es zum Alltag, ja. Und dann haben wir den letzten Punkt, ja, um dann die Bremse auch mal abzuschließen, Nummer 7, was ich da gefunden habe, wären natürlich Fadenwürmer, ja, Nematoden. Das betrifft grundsätzlich Mensch als auch Tier, ja. Und Fadenwürmer, kann man sagen, ist, ähm, genauso wie viele Bakterien, kann praktisch fast mit jedem Wirt irgendwo übertragen werden, ja. Es gibt eine ganze Menge, zumindestens, wo Fadenwürmer übertragen werden und wir werden zum Ende nochmal kommen. Es ist also nicht nur so ein Afrika-Phänomen, ja, auch hier haben wir Würmer. Und der eine oder andere von meinen Zuschauern wird das vielleicht schon bestätigen hören, weil da auch schon irgendwelche Würmer, nicht jetzt gerade aktiv, wo wir die uns haben, sondern auch wirklich schon in dermaßen Menge, dass man es zum Beispiel im Stuhl schon irgendwo mal gefunden hat, ja. Wie gesagt, sowohl bei Hunden als auch bei Menschen, ja. Also nicht nur bei Hunden, aber da kennt man es ja, unsere Wurmkur, die wir da verabreichen, ja. Nach den Bremsen sind jetzt die Lausfliegen dran, ne. Das wäre dann sozusagen bei mir Punkt 4c, nicht ganz so lang, ja, hört sich jetzt mal Lausfliege, ähm, finde ich allerdings sehr relevant, weil auch ich, wie gesagt, Lausfliegen, das sind so meine Freunde, na, wir kommen gleich dazu, ja. Gehen wir erstmal drauf ein, gehört zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Zweiflüge, zur Unterordnung der Fliegen, zur Familie der Lausfliegen. Die sind ungefähr in 100 Arten, gibt es in dieser Familie, wie mal da, ja. Ich nenne hier mal ein paar, es ist die Hirschlausfliege, die gibt es auf der gesamten Nordhalbkugel, ja. Die Pferdelausfliege, die ist in Europa, Asien und Afrika heimisch, die Mauerseglerfliege, die bei Mauerseglern und Schwalben vorkommt, ja. Diese Tierchen sind ungefähr 5 bis 8 Millimeter groß, ja, also gar nicht mehr so groß, sind sehr flach und besitzen oft nur Stummelflügel oder gar keine Flügel, wie zum Beispiel die Schaflausfliege, ja. Und die Hirschlausfliege bricht ihre Flügel auf dem Wirt ab, wenn sie dort landet, ja, und krabbelt dann sozusagen auf ihm drauf rum, um dann sozusagen hier auch schön ins Unterfell was zu suchen, wo sie sich dann festbeißen. Ja. Und dann möglichst permanent auf dem Wirt leben, ja. Also das heißt, sie lassen nicht wieder los, das Hirschlausfliege ist ja nicht so ein Ding, oder auch andere Lausfliegen, die beißen und fliegen wieder weg, sondern sie kommen an einen Angeflogen, um möglichst bei einem schön zu bleiben, ja. Auch ganz herrlich, ja. Und wenn man sie so laufen sieht, überein, ja, also bei ihr haben wir das schon ein paar Mal gesehen, ja, bei mir sehe ich es natürlich auch, aber bevor sie loslauft, da werde ich natürlich gleich so machen, wenn es geht, ja, sieht man sie in diesem seitlichen Krebsgang, ja. Deswegen würde sie auch oft Spinnen- oder Krabbenfliege genannt, ja. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, für meine Zuschauer, für meine Abenteuerreportage in Lapland, ähm, die Folge, wenn ich mich da nicht ganz falsch erinnere, ähm, nach dem Fuluf Jellet Nationalpark, an diesem schönen, romantischen See, den wir da gefunden haben, bei Tante Emma, wo ich den Tag da an dem schönen, entspannten Moos gelegen habe und euch da praktisch diese, eigentlich Kribelfliegen zeigen wollte, die da fliegen und ich haue da in die Luft und sage hier, und was habe ich da in der Hand gehabt? Eine Lausfliege, ja. Das war ein, so ein Exemplar gewesen, ja. Die sind übrigens, man kann mehrfach draufhauen, weil die so ziemlich flach sind, vermute ich mal, dass es daran liegt, sind die extrem widerstandsfähig. Ich habe jetzt hier leider keine drin, ja. Oder nee, Quatsch, entschuldigt, doch, eine habe ich gesehen, habe ich vorhin beim Rausgeben sehen, aber wird jetzt sowieso nichts bringen, wenn ich euch die zeige. Es ist aber nur ein wirklich ganz kleines Exemplar. Ich versuche das mal zu fotografieren, vielleicht erkennt das denn auf dem Foto. Eine war hier drin, ich hoffe, sie ist noch nicht rausgefallen. Die durfte auch schon keinen Flügel mehr haben. Ja, also da kannst du mehrfach draufhauen und die krabbeln einfach weiter, also die sind schon fast schlagresistent, könnte man sein. Da muss man sehr rabiat sein. Meistens ist es wirklich so, dass ich sie mit den Fingern greife und dann wirklich zwischen den Fingern plattreibe oder gleich auf dem Boden und dann nochmal ordentlich mit dem Stein drauf. Bei Ila ist es ganz tückisch, weil wenn die natürlich die krabbeln so richtig schön, alles gut, die krabbeln so richtig schön ins Fell rein, es ist wie eine Zecke. Man sieht die nicht, wenn die drinnen sitzen, tatsächlich so. Und dann gehen die so unter das Fell, du siehst sie nicht, ja, und dann zwickt es zu und er schnappt den natürlich danach, hier haben wir auch wieder sowas garstiges, der schnappt den natürlich und ich frage mich, was hat er denn da irgendwo? Ja, ist eine Mücke, ich habe gar nichts gesehen und wenn man den ganz genau hin sucht, hat er tatsächlich so eine Lausfliege und das sind dann natürlich meine richtigen Freunde, ja, also wer ja in Ila geht, da kriege ich ordentlich eine verbraten von mir, ja, also der endet dann meistens im Feuerzeug. Ja, gut, also, zur Biologie, Fortpflanzung, das ist was Besonderes bei den Lausfliegen, die sind, jetzt reicht es aber, die sind lebend gebärend, ja, die gebären nur ein Junges, ist also ein ziemlich aufwändiger Vorgang, bei denen kommt also keine hunderten von Eiern raus, ja, sondern nur eins, ja, aber reicht ja auch, sind ja auch ziemlich bärende und fallen dann praktisch vom Wirt runter, ja, Verbreitung ist weltweit, ja, deswegen nannte ich es als durchaus nennenswert oder wichtig und kommen meist in Waldnähe von April bis Oktober vor, ja, wie ist hier der Klassiker, ja, wir sind genau am Rand zwischen Feld und Wald, ja, und ich hatte es ja beschrieben, es ist das Eldorado für Insekten, sonst würde ich nicht dann die ganze Zeit so machen, ja, also wir sitzen hier wirklich, also wenn man hier jetzt, für den super Insektenfreund, der könnte hier rumrennen mit dem Kescher, der wird richtig glücklich werden, wenn ich hier nachts ein weißes Bett lag mit einer Lampe dahinter spanne, das Ding ist innerhalb von zehn Minuten Kohlrahmen schwarz, ja, da siehst du im Prinzip gar keinen weißen mehr, so krass ist hier diese Stelle, ja, ist ja auch gut, ja, kommen wir zum Ende für, will das ja auch nicht schlecht drehen, ja, Würte sind meistens bei den Lausfliegen übrigens Vögel und Nutztiere, ja, Nutztiere, wir kennen das natürlich, auch Pferde, ja, Kühe, auch der Klassiker, oft von Betroffenen, ja, ich hatte es erwähnt, zum Blutsaugen, deswegen sind sie so penetrant, weil sie sich festkrallen, ja, im Haar und Federkleid, die haben so richtig wirklich kleine Widerhaken an den Füßchen, womit sie, wie so ein Saugnaff, praktisch, ja, deswegen kriegt man sie ganz schlecht auch weggewischt, das ist nämlich der Punkt daran, ja, der Grund, ja, und der Stich ist so ungefähr ähnlich einer Stechfliege, so dem Warnbeißer, den ich genannt habe, so Pi mal Daumen würde ich auch sagen, so auf der 3, der Skala, ja, könnte man 3 bis 4 sagen, kommt aber drauf an, aufs Einzelne, ja, und in dem Fall haben wir hier wieder sowohl Männchen als auch Weibchen, ja, saugen hier das Blut und das ist wieder der Klassiker für mich, Gleichberechtigung, sind alle platt, ja, wenn sie mich erwischen zumindest, und warum ich das hier mit reingenannt habe, obwohl es gar nicht so viele Daten dazu gibt, was die übertragbaren Krankheiten angeht, ja, denn tatsächlich gefunden habe ich nur, dass diese einzige Aussage, dass ungefähr 90% aller Lausfliegen tatsächlich infiziert sein sollen mit dem Bakterium Bartonella schön Buchensis und das ist wiederum eine Zoonose und, ja, was soll ich sagen, ich finde, da ist in jedem Fall noch ordentlich Bedarf vorhanden, ja, bei den Lausfliegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur dieses eine Bakterium ist, also, ich vermute mal, hier fehlen eigentlich Angaben und hier wurde sich noch nicht intensiv mit beschäftigt, weil, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Stadtfliege, vielleicht auch, ja, aber hier auf dem Land ist das Ding sehr prägt, und wir haben es, wie gesagt, auch in Schweden, ja, also hier für alle, die ein bisschen was verändern wollen und vielleicht auf diesem Thema so ein bisschen, ne, Lausfliege, meine Freunde, da guckt man ein bisschen, wo da noch Gefahrenpotenzial besteht, also, was wir von denen noch erwarten können, in jedem Fall, ja, ich zumindestens, aus meiner Hinsicht, ähm, kann feststellen, dass es über die, das ist so eine Langzeitbeobachtung, ich habe ja so mehrere Sachen, speichere ich mal so im Kopf ab, dass sie in jedem Fall zugenommen haben, ja, also nicht das Verbreitungsgebiet, von A nach B sich ausgedehnt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, denn die habe ich auch schon vor sehr vielen Jahren in Schweden gefunden, aber dass sie von der Menge her durchaus, in dieser Jahreszeit, dass das Aufkommen mal geringer gewesen ist, das, das ist mein subjektiver Eindruck zumindest, Ja, und dann kommen wir zur letzten Fliege, ja, es wäre Punkt 4D, ähm, die eigentlich könnte man sagen, gefährlichste Fliege von allen, ja, allerdings nicht in unseren Breitengraden, die CC-Fliege. Sie gehört zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Zweiflüge, zur Unterordnung der Fliegen, zur Familie der Zungenfliegen, und dann gibt es die Gattung der CC-Fliegen, Glossinar heißt die Gattung, ja, und von dieser Gattung gibt es drei Untergattungen, mit über 30 Arten und Unterarten, ja, also es ist nicht nur eine CC-Fliege, sondern verschiedene, und wir werden das dann auch, bei den Krankheitssymptomen, wenn wir mal dazu kommen, jeder hat so ein paar spezifische Eigenarten, die entsprechend ihrer Regionalität unterschiedlich sein können, ja, aber ich versuche es ja so ein bisschen, ne, ich will keine Doktorarbeit über CC-Fliegen machen, die gibt es schon, ja, auch die habe ich übrigens gelesen, wir machen es hier für den, für den gemeinen Reisetourist, gut, zur Biologie, Körpergröße 5 bis 15 Millimeter, und das Charakteristische bei der CC-Fliege, woran man sie in jedem Fall erkennt, ist, die Flügelstellung in Ruheposition, die ist, ist scherenartig, ja, es ist so zungenförmig, ja, man sieht, wenn sie jetzt sozusagen so brummen würde, und wenn sie denn zusammenlegen, dann falten die die übereinander, und das sieht dann sozusagen, wie eine, wie eine Zunge aus, das ist so ein Charakteristiker der CC-Fliege, ja, die Wirte sind Mäuse, Ratten, Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Antilopen, Büffel, Hyänen, Löwen, ganze Menge, ja, und da sehen wir denn schon, Verbreitungsgebiet ist natürlich Afrika, und der große Bereich um Zentralafrika, ja, wenn wir jetzt Zentralafrika nehmen, das riesengroße Ding, einmal nach oben und nach unten erweitert, und das Ganze nennt sich denn tatsächlich auch, CC-Gürtel, der ist von 14 Grad Nord bis 29 Grad Süd, das ist ein immenser Bereich, wo diese Fliege unterwegs ist, ja, und ich hatte es gerade erwähnt, Entschuldigung, zu dem, ähm, zu den Wirten, Zebra, ganz interessanter Aspekt hier nebenbei, so ein kleiner Fun-Fake, ja, wo wir gerade gar nicht bei den scheußlichen Krankheiten auch gleich wieder kommen werden, warum hat das Zebra seine Streifen, ja, gibt es ja unterschiedliche Theorien drüber, ja, damals hatte man anfangs gesagt, was mit Tarnung und so, aber da war man sich denn, das konnte nicht hundertprozentig bewiesen werden, was in jedem Fall bewiesen wurde ist, dass das Zebra, dass bei dieser Streifen, Schwarz-Weiß-Streifung, dass es Insekten erschwert, auf diesem Tier zu landen, tatsächlich, die können es nicht einordnen, offensichtlich, wenn sie angeflogen kommen, ist der Klassiker, sie landen mit, also sie kommen mit überhöhter Geschwindigkeit und prallen dann praktisch gegen das Tier. Es ist nachgewiesen worden, dass 50 Prozent, so ungefähr, das Zebra weniger gestochen, belästigt wird von Viehzeug als alle anderen, ja, und das hat man an ganz lustigen Experimenten nachgewiesen, die gingen davon, wir malen sozusagen die Kuh in Streifen an, tatsächlich, ich finde da eine ganze Menge Bilder im Netz, so, ja, schwarz-weiß gestreifte Kuh, also nicht gepunktete, sondern schön in Streifen, und damit man nicht meinte, dass es vielleicht an der Farbe liegt, hat man andere Kühe dann sozusagen in schwarz gestreift, ja, also da hat man die Farbe nicht verändert, so nur das Spree nachgeahmt, vom Geruch her, dann hat man anderen Tieren, hat man auch Kostüme angezogen, man hat Schweine bestreift, und dadurch konnte man jedenfalls nachweisen, dass das tatsächlich so ist, das wäre jetzt also eine Erklärung, warum hat das Zebra seine Streifen, weil das Zebra natürlich auch genau im Gürtel der CC-Fliege, wie gesagt, liegt, ja, und jetzt könnt ihr fragen, warum trage ich jetzt Multicam, ja, das ist natürlich ein Spaß, ja, also ich werde jetzt hier durch die Hose, höchstwahrscheinlich, kann man jetzt, könnte man natürlich auch mal, wäre mal eine wissenschaftliche Untersuchung, ja, Camouflage, Tarnmuster, was das praktisch, bei vielleicht dem Eid oder anderen, fehlt jetzt hier natürlich das Weiß, ich könnte mir vorstellen, wenn es das, also, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber ein Tigerstripe als Skycarmo-Version, völlig sinnfrei für irgendwelche militärischen Bereiche, könnte ich mir vorstellen, ja, aber wenn man jetzt, ihr wisst, was ich meine, also wir ziehen uns jetzt sozusagen an, wie ein Zebra, und dann laufen wir durch Afrika, am Ende werde ich ja nochmal zu den Schutzmaßnahmen kommen, ja, nein, da wird jetzt nicht stehen, Zebra-Kostüm anziehen, ja, aber ihr wisst, was ich meine, man kann durchaus durch entsprechendes äußeres Kleidung, grundsätzlich auch Insekten fernhalten, das ist möglich, aber ich will nichts vorwegnehmen, wir bleiben hier bei der CC-Fliege, ja, das Aufkommen, hier, ich hatte es ja erwähnt, verschiedene Arten und so weiter, ist eigentlich praktisch alles, von Savanne, Wald, Flussnähe, ja, die eine Art da, die andere da, von daher kann man es nicht pauschalisieren, ja, sie sind in jedem Fall tagaktiv, das habe ich so für fast alle gefunden, und auch eine Gemeinsamkeit, sie sind aggressiv, ja, ich, mir fehlt jetzt der Vergleich, da ich tatsächlich hatte noch keine CC-Fliege, also, da muss ich sagen, toi, 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 ja, ähm, will jetzt nicht sagen Glück gehabt, sondern ich hatte es einfach nicht gehabt, äh, wenn, wenn ich lese, aggressiv, denn vermute ich mal, es könnte Bremsen-ähnlich sein, ja, welche jetzt schlimmer ist, der kann ich natürlich nicht sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, was mit aggressiv gemeint ist, ja, wenn man, wenn man jetzt an eine aggressive Bremse zum Beispiel denkt, ja, ja, auch hier wieder die Gemeinsamkeit mit der Bremse, ja, der Stich ist sehr schmerzhaft in jedem Fall, kann ich euch jetzt nicht sagen, Scala, wie gesagt, habe ich nie gehabt, ja, und in jedem Fall auch durch die Kleidung möglich, ja, die übertragbare Krankheit bei der CC-Fliege, und das ist ja das, denke ich, wofür diese Fliege populär ist, ist in jedem Fall die afrikanische, Trypanosomasis, habe ich das jetzt richtig gelesen, äh, Trypanosomiasis, Entschuldigung, Trypanosomiasis, ja, ihr kennt es als Schlafkrankheit, ja, klingt jetzt erst mal, äh, lachen kann man, und sollte man darüber in jedem Fall nicht, ja, das ist tödlich, ja, übertragen durch den blutparasitischen Einzeller, beziehungsweise Unterarten von Trypanosoma brucei, das jetzt richtig ausgesprochen habe, das Infektionsrisiko für genau jene Schlafkrankheit liegt allerdings nur bei einem Prozent, was allerdings, wenn man sich natürlich die Masse der betroffenen Menschen betrachtet, ungefähr gibt es 500.000, eine halbe Million Erkrankte, ja, und ohne Therapie ist diese Krankheit zu 100% tödlich. Die Symptome werden bei der Schlafkrankheit in drei Stadien unterteilt, ja, und je nachdem, welches Stadium ist, wird dann auch entsprechend behandelt. Das erste Stadium tritt ungefähr nach drei bis zehn Tagen ein, mit Fieber, Schüttelfrost, Hautausschlag, Juckreiz, es können, also bis hierhin erst mal noch, nichts Großweltbewegendes, es können aber, zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits gefunden, es gibt auch Aussagen, dass es hier schon im ersten Stadium auch bereits zu Herzrhythmusstörungen kommen kann, die zur Todesfolge führen, auch schon möglich. Das zweite Stadium, da tritt der Erreger über die Blut-Hirn-Schranke ins zentrale Nervensystem ein. Das heißt, es ist dann eine Meningoenzopalitis, das sozusagen Entzündung des Rückenmarks und des Gehirns im zentralen Nervensystem mit der Gehirnentzündung dazu. Und das kann nach einigen Wochen, das kann aber auch erst nach einigen Jahren eintreten. Daher ist das sehr tückisch. Du kannst praktisch heute gestochen werden und kriegst das erst mitunter, Monate später kommt dann sozusagen erst die härtere Quittung dafür. Wo man denn anfangs, das ist das Problem bei dieser Krankheit, weil es mit sehr vielen anderen zu verwechseln ist. Diese Symptome, die ich da vorgelesen habe, der typische Schüttelfrost, Hautausschlag, Fieber und so weiter, das findet man bei ganz vielen anderen Krankheiten auch. Du weißt also, wenn du das nicht zuordnen kannst, dass sich tatsächlich eine CC-Fliege gestochen hat, ist es praktisch schon zu spät. Das ist nämlich der Klassiker in der Regel, das im ersten Stadium gar nicht behandelt werden kann entsprechend, sondern erst, wenn die Symptome im zweiten auftreten. Und die Symptome im zweiten sind ja schon dementsprechend hart. Ja, und das führt denn, genau diese harten Symptome, wären dann in dem Fall Verwirrtheit, Krampfanfälle, Koordinations- und Schlafstörungen, auch aggressives bis gewalttätiges Verhalten. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal von gehört, dass man dann in Afrika unten die Menschen an irgendwelche Gegenstände, Feste wie Bäume bindet. Wo man sagt, was ist das jetzt, Marterpfahl oder hast du gesehen, der ist denn einfach, das ist ziemlich böse. Also, es ist dramatisch für den Erkrankungsstaat. Man schützt einmal den vor sich selbst und praktisch auch noch andere, indem man ihn sozusagen ruhigstellt, festbindet, ist da die richtig finster eigentlich. Aber was willst du machen? Und im dritten Stadium tritt das Ganze dann in einen Dämmerzustand ein, wo der Patient in den Koma fällt und praktisch dann stirbt. Daher der Name Schlafkrankheit. Es bauscht sich also auf und geht dann langsam runter und dann weg vom Fenster. Ja, die Therapie, für wen es eher interessiert, das sind alles entsprechend dieser Krankheit, kann man sagen, alles richtig krasse Sachen, die man da vergibt. Das sind alles irgendwelche Neurotoxine. Also, wenn man da falsch dosiert, da ist man auch gleich weg vom Fenster. Also, die Therapie ist nicht ohne. Im ersten Stadium wird die vorgenommen, in der Regel mit Suramin und Pentamidin. Im zweiten Stadium mit Melarosopol und Eflorentin. Ach, keine Ahnung. Das sind Arsen-Verbindungen in jedem Fall, die alleine schon, wenn man sie einnimmt, ohne dass man etwas falsch macht, selbst wenn man es korrekt dosiert, schon zu einer Letalität von 5% führen. Also, du kannst dir aussuchen, stirbst du in jedem Fall an einer Krankheit oder das Mögliche stirbst du an den Nebenwirkungen beziehungsweise stirbst am Medikament, was man dir da verabreicht. Seit 2018 gibt es dann auch irgendwie das Fexinidazol, was wohl angeblich nicht ganz so krass sein soll von den Nebenwirkungen. Kann ich aber nichts darüber sagen, denn wie gesagt, ich will hier kein Medizinreferat halten. Mir war hier wichtig zu erwähnen, die Schlafkrankheit von der CC-Fliege ist in jedem Fall tödlich ohne Behandlung. Das ist ja Punkt daran. Das Risiko ist zwar nur sehr gering, aber dennoch ein Prozent ist ein Prozent in jedem Fall. Und wenn man behandelt wird, mit was auch immer, ist diese Behandlung auch nicht ohne. Es ist praktisch wie eine Chemotherapie. Also, der Hammer eigentlich. Und dann gibt es natürlich noch ein Pendant dazu. Das war jetzt die Schlafkrankheit, ist auf die Menschen bezogen. Und genau das Gleiche tritt praktisch bei den Tieren ein, heißt da nicht Schlafkrankheit, sondern Nagana-Seuche. Ist wie gesagt das Pendant zu dieser Schlafkrankheit und tritt auf bei praktisch allen Haus- und Nutztieren. Zumindest ist es da der wirtschaftliche schädigende Faktor. Damit meine ich Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziegel, Esel, Hund und Katze. Die sterben in jedem Fall auch daran. Irgendwelche Wirte in der Savanne, da wird wahrscheinlich keinen so interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass logischerweise auch wenn irgendwo, der Löwe, die Hyäne, wer auch immer, dass der möglicherweise auch dran verenden. Ja, damit wären wir jetzt bei den vier Fliegen durch. Ich fasse die vier nochmal zusammen. Wir hatten den Warenstecher, wir hatten die Bremsen, wir hatten die Lausfliegen und wir hatten die CC-Fliegen. Kommen wir jetzt zum Punkt 5. Das wären die Mücken. Das ist das, womit ich hier schon die ganze Zeit drin sitze, in dem Haufen, wo Eli verschont bleibt. Ich glaube, wir haben uns jetzt hier eine kleine Stärkung verdient. Eli kriegt noch ein kleines Rübchen. Das ist noch ein kleines Schmackuam. So mal klein als, die ist schon ein bisschen oll allerdings hier. Da müssen wir mal, die liegen schon ein bisschen lange. Die machen wir dir ein bisschen schick, Eli. Weil der Eli ist ja auch wirklich sehr idyll, ich muss es immer zugeben. Hält das die ganze Zeit hier aus, ohne groß rumzumeckern? Hier hast du ein kleines Schmackuam. Muss ich dir das Ding auch noch abschneiden? Das gibt es doch nicht. Das ist ein Feinschmecker. Den jetzt? Nimmt er. Einer haben wir hier noch auf Reserve. Darf die zu lang gehen. Gut, die Mücken. Mücken zählen zum Stamm der Giederflüßer, zum Unterstamm der Sechsflüßer, zur Klasse der Insekten, zur Unterklasse der Fluginsekten, zur Überordnung der Neuflügler, zur Ordnung der Zweiflügler, zur Unterordnung der Mücken. Und diese Unterordnung der Mücken hat 45 Familien. Davon sind vier blutsaugend und die haben 13.000 Arten. Und genau die werden wir uns jetzt anschauen. Nicht die 13.000 Arten, sondern die vier Familien, die blutsaugend sind. Weil ich denke, das ist ja das Relevante daran. Der Parasit, der sozusagen uns die Krankheiten verabreicht. Und diese vier Arten wären da Nummer 1. Die Stechmücke, also die Familie. Es sind immer alles Familien. Mal daran denken, das ist also nicht eine spezielle Art, sondern es ist die Familie der Stechmücken. Die hat ca. 3.800 Arten. Die Familie der Kribelmücken, die hat ca. 2.400 Arten. Die Familie der Bartmücken, ihr kennt das vielleicht als Gnitze, die hat ca. 4.000 Arten. Und die Familie der Schmetterlingsmücke, mit ca. 2.800 Arten, worunter allein schon 700 Arten der Sandmücken enthalten sind. Und wir beginnen jetzt genau mit Punkt Nummer A. Wieder Nomenklatur. 5a ist bei mir die Familie der Stechmücken. Also ich weiß schon, warum ich das Zeug in der Regel nicht nutze. Wir kommen am Ende nochmal dahin. Es ist nervig. Ila stinkt die ganze Zeit wie ein Chemiehaus. Ihr kennt das ja. Es ist völlig egal, ob das jetzt, es riecht alles gleich, Autan, No Bite. Puh, das. Aber offensichtlich hilft es ja. Das ist ja das Gute daran zumindest. Er hat zumindest seine Ruhe. Und ich weise nochmal darauf hin, in dem Zusammenhang, ich habe das übrigens gemacht, ich habe heute, er hat leider wieder eine Grasmilbe. Die hat er jedes Frühjahr. Die kommen immer wieder. Sie sind ziemlich penetrant. Und dieses Jahr war es so schlimm, dass er hier auch sich die Stellen schon aufgebissen hat. Also offene Wunden sozusagen hat. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht es. Und da habe ich dann mal jetzt hier mit Apfelessig experimentiert. Also verschiedene Wäschen mit Apfelessig gemacht und habe ihn vorhin auch mit Apfelessig eingerieben. Ich sage das in dem Zusammenhang, weil ich ihn nachher wieder waschen werde. Das heißt, dieses Mückenscheißzeug bleibt nicht lange drauf. Sobald wir heute Abend wieder drin sind, ich habe noch ein paar Kilometer zu laufen, werde ich ihn wieder waschen mit Apfelessig und dann ist diese Mückenkram wieder runter. Nur mal für alle Tierliebhaber. Ich überlege schon, was ich mache. Gut. Ein Feedback zu dem Thema Apfelessig, das packe ich in den Hundevideos und sowas. Gut, also Stechmücke. So, Biologie. Größe bis 15 Millimeter. Also ich könnte jetzt hier einmal in die Luft greifen und hätte wahrscheinlich... Wir kennen die Männchen, sind die mit diesen schönen, buschigen Fühlern vorne dran. Und die Weibchen sind die mit dem Rüssel, die dann saugen. Wie gesagt, ist völlig egal. Bei mir auch wieder Gleichberechtigung. Bam. Fluggeschwindigkeit hier übrigens der gemeinen Stechmücke nur 3 kmh. Zum Vergleich, wir hatten es anfangs, die Stubenfliege mit 10 kmh. Das ist der Grund, warum wir natürlich bei der Stechmücke hier mal schön eben den machen können, wenn wir bei der Stubenfliege ja schon 25 Mal daneben gekloppt haben in der gleichen Zeit. Es gibt vor allen Dingen jetzt zu dieser Jahreszeit, kurz bevor, wenn sie frisch geschlüpft sind, die kleinen übrigens, das sind die, die kriegst du noch relativ einfach. Das ist gar kein Problem. Also die Jungtiere. Und wenn sie richtig groß und fett sind, da einige, die haben dann auch einen relativ behebigen Flug denn schon. Die kannst du dann auch im Flug noch hier so einen richtig vorbraten. Aber wir kommen noch zu so ein paar lustigen Sachen gleich, in jedem Fall. Die Lebenserwartung liegt übrigens bei einer Woche. Mal Pi mal Daumen. Und hier haben wir ein paar Arten zu nennen. Die werden interessant sein nachher, was die Krankenhäuser angeht. Ich sage es gleich vorab. Man kann den ganzen Krankheiten, wo wir zukommen werden, und es sind nicht wenige, irgendwo jeder eine spezielle Mücke zuordnen. Eine Mückenart. Und da gibt es, wir kennen das schon, asiatische Tigermücke. Alles solche Sachen, die man dann total verteufelt und sagt dann die und die und die. Ich habe da so viele Informationen gefunden, dass mittlerweile auch bei anderen Mücken diese Krankheiten von diesen übertragen wurden, wo man das eigentlich noch nicht hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde bei den Krankheiten nachher nicht sagen, dass es explizit von dieser Mücke übertragen wird, denn ich bin schon fast davon überzeugt, dass es praktisch so gut wie fast durch sehr viele Mücken in jedem Fall Mückenarten übertragen werden kann. Es wäre also Quatsch, das an einer Mückenart abzumachen. Es gibt einige Krankheiten, die von mehreren übertragen werden und andere Mückenarten wiederum, die übertragen vielleicht nur eine. Aber wir reden hier summa summarum, denn wenn man in ein mückenverseuchtes Gebiet fährt, bin ich der Meinung, und da werden wir ja darauf kommen, was ich ja schon gemacht habe, auch immer wieder mal mache, wenn ich dorthin fahre in diese Region, also ich rede jetzt hier von den Tropen, nicht von den relativ harmlosen im Norden, die schlecht infiziert unten, dass ich da nicht gucke, okay, welche Mückenart könnte jetzt, sagen wir mal, in dem Wald wohnen und dann mache ich sozusagen im nächsten Wald was gegen die anderen Mücken, sondern ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es dort gefährliche Krankheitsregier gibt und dann ist es mir völlig egal, durch welche Mücke die übertragen werden. Was meine ich dazu? Es ist egal, ob es dann die ägyptische oder die asiatische Tigermücke ist. Das möchte ich nur dazu sagen, falls das wieder irgendwo mal in den Medien publik gemacht wird, dass es mal irgendwo an einer Mücke festmacht, lasst sich davon nicht irren. Das kann mehrere betreffen. Und ich nenne jetzt mal ein paar, die gemeine Stechmücke, die große Hausmücke, die Auwaldmücke, die Wiesenmücke, die asiatische Tigermücke, die asiatische Buschmücke, die Gelbfiebermücke und natürlich eine ganze Menge Malaria-Mücken von Anopheles. Haben wir alle schon mal irgendwo gehört? Ja, Fortpflanzung. Habe ich jetzt in den letzten Abendstunden immer wieder beobachtet, diese Paarungsschwärme zur Dämmerung. Das sind denn ganze Wolken. Eigentlich sieht man sie, sondern man hört sie zuerst. Ich sitze dann abends bei mir auf der Verande, so ganz entspannt, und dann hörst du immer so ein Wo du denkst, ist das irgendein Gerät, was ganz weit irgendwie weg entfernt ist, vielleicht ein Zug, der über die Luft schallt, ist es ein ganz komisches Flugzeug, ist es irgendeinen, irgendeinen menschlichen Ursprungs, denkt man in jeden Fall, so vom Geräusch, ja, und dann, aber es ist irgendwie überall, man kann es sich diagnostizieren, und dann beobachtet man, guckt man mal ganz genau hin, man muss wirklich schon suchen, ansonsten geht diese Wolke irgendwo unter, ja, weil in dieser Dämmerung mit dem Licht sieht man den schlecht, und dann sieht man sie aber so, vier Meter in der Länge, zwei Meter in der Höhe, und die stehen so in ungefähr drei Meter Lufthöhe, meistens über irgendwelchen Bäumen oder Büschen, das heißt dunklen Profilen, und dabei am liebsten mit einem Flammenwerfer reinhalten, darf ich das hier sagen, als Grüner? Eigentlich ja nicht, wir wären am Ende darauf zu kommen, dass das natürlich böse ist, ja, aber ganz ehrlich, irgendwann hat es bei mir auch mal ein Ende, gut, also diese Paarungsschwärme zur Dämmerung, ja, und die Eierblage, da erfolgt dann die Fortpflanzung, wie gesagt, Männchen, Weibchen, da müssen wir jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, wie das jetzt, dass auch Ellerewand jedenfalls wichtig ist wiederum nur, dass die Eierblage meistens an stehenden Gewässern erfolgt, meistens, weil wir werden nachher bei der Art kommen, dass es auch ein bisschen anders sein kann, aber in jedem Fall Gewässernähe, ja, die Larven und Puppen, Puppen hängen dann mit einem Atemrohr, das hat der eine oder andere schon mal gesehen, unter der Wasseroberfläche, das ist nämlich dadurch, dass sie Luft saugen, die müssen ja irgendwo atmen, ja, und, ja, was soll ich sagen, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber, theoretisch, nur theoretisch, würde man die Wasseroberfläche, mit einem Öl benetzen, also kippt man jetzt, sagen wir mal, irgendwo ganz böse, habt ihr auch nicht gehört, einen Liter Altöl in die Regentonne rein, so dass nur die Oberfläche bedeckt ist, ja, dann hätten die Mückenlarven keine Chance, aber das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, das weiß ich auch nicht, muss mir eine Mücke geflüstert haben, hier gerade ins Bild, wir werden am Ende nochmal zu entsprechenden, ich hatte es ja gesagt, Profilaxen kommen, da werde ich dann noch ein bisschen drauf eingehen, nicht auf das Alte Öl, sondern, ja, um Himmels Willen, das ist jetzt nur ein bisschen Spaß, ich meine, ich hoffe, ihr könnt meinen Sarkasmus ein bisschen verstehen, ja, damit wollte ich euch sagen, wenn die oben an der Oberfläche hängen, wie gesagt, das müssen die machen, um zu atmen, und die begatteten Weibchen können an geschützten Stellen auch wirklich überwintern, das ist also der Klassiker, die frieren dann eigentlich alle weg, wo man jetzt denkt, ja, ich habe denn die ganzen Mückenlarven sind doch beseitigt, Eier sind auch nicht mehr beseitigt und kommen trotzdem im Frühjahr wieder, die überleben, das ist meist so in feuchten Kellerräumen und so weiter, also irgendwo, wo es auch in irgendwelchen Höhlen oder so, wir haben in jedem Fall ein Weibchen ist jetzt schon weniger, von den, weiß ich nicht, wie vielen Milliarden, und das ist ja der Oberhammer, habt ihr die hier sehen? Das gibt es nicht, wir haben hier eine Kribelmücke, ist kein Witz, wir kommen, wir kommen gleich dazu, also gleich, bald, die Verbreitung ist weltweit, vorwiegend, also das Aufkommen ist vorwiegend bei Windstille, und man kann sagen, je wärmer, desto höher fliegen die auch, wenn es kalt ist, in Skandinavien ja Klassiker, dann hat man sie eigentlich relativ noch, aber wenn es, ich hatte es gerade erwähnt, das ist das mit diesen Paarungsschwärmen, wenn es abends auch noch schön warm ist, dann steigen die richtig schön hoch, mit der Heißluft und so weiter, das heißt, von der Aktivität, ja, ist es sozusagen auch temperaturlimitierend, weil, was die Viecher angeht, ja, ist ja bei vielen so, und ansonsten ist die Aktivität allerdings artspezifisch, es gibt Mücken, die sind nachts unterwegs, und es gibt welche, die tags unterwegs, sondern es gibt welche, die sind Tag und Nacht unterwegs, ja, von daher ist es hier jetzt allgemein, sage ich, Tag und Nacht aktiv, ja, geht man jetzt auf jede Art spezifisch ein, könnte man da einen Unterschied machen, wenn man das möchte, interessiert mich aber, wie gesagt, auch wieder relativ wenig, wenn ich von Mücken geplagt werde, denn, ich hatte es ja erwähnt, mich interessiert die Art nicht, sie wird einfach geplättet, ganz einfach, ja, die Wirtsfindung, das ist wieder was Interessantes, erfolgt tatsächlich über das ausgeatmete Kohlenstoffdioxid, sowie über Körperdüfte, von den Milchsäuren, als auch über die Körperwärme, es ist also ein sehr komplexes Finden, ja, Mücke, es ist nicht dieser Trugschluss mit dem Licht übrigens, ja, hat man ja immer mal gehört, mach das Licht aus, zieh die Mücken an, ja, zieh Insekten an, das ist richtig, aber die Mücken haben andere Möglichkeiten, jemanden zu finden, ja, und das wie gesagt, dagegen kann man praktisch nichts machen, was in jedem Fall, wir werden am Ende nochmal kommen, ich fasse es nochmal zusammen, aber was man hier schon mal sagen kann, ist praktisch, wie gesagt, wenn man an die Körperdüfte, deswegen ist die Erklärung, warum der eine eher und der andere weniger gestochen wird, ja, einfach was den hauseigenen Duft sozusagen angeht, ja, und dann habe ich hier mal ein ganz lustiges Ding gefunden, und zwar zu dem Verhalten im Regen, vielleicht interessiert es, mich hat es mal interessiert, weil man sich ja sagt, okay, die Mücken fliehen ja auch im Regen, logischerweise, wenn dieses feuchte Wetter ist, wie funktioniert das eigentlich, wenn die durch den Regen fliegen, werden die denn nicht irgendwann mal irgendwie vom Regentropfen erwischt und was passiert denn mit denen, ja, da hat es euch Folgendes gefunden, und zwar hat ein Regentropfen, wenn der tatsächlich auf die Mücke trifft, eine 50 mal höhere Masse als die Mücke selbst, ist also ein Riesending, was in etwa der Kollision eines Menschen mit dem eines Busses entspricht, ja, allerdings, weil die Stechmücke nur so ein verschwindend geringes Gewicht hat, wird bei dieser Kollision Wassertropfen und Mücke praktisch keine Kraft übertragen, ja, und damit übersteht sie diese Kollision tatsächlich, kann man sich vorstellen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, kommt jetzt jemand an und hau ihn jetzt hier eine vor, dann hat der ein verformtes Gesicht, logischerweise, ja, würde ich natürlich sowas nie machen, aber mal theoretisch, ja, weil natürlich auch eine entsprechende Masse in dem Gesicht vorhanden ist, käme jetzt hier die Mücke an, ja, und ich würde der so eine vorplätten, ja, dann wird ihm möglicherweise auch ordentlich geschockt, aber ich verursache in jedem Fall kein eingedrücktes Gesicht, versteht ihr, was ich meine, ja, aufgrund der geringen Masse der Mücke, das ist, das ist einfach der Grund dafür, dass sie vom geringen Tropfen nicht platt gemacht wird, ja, und da muss man auch noch zusagen, obwohl bei dieser Belastung auftreffend Regentropfen, Mücke, entsteht eine Kraft von ungefähr, wirkt auf die Mücke von 100 bis 300 g, ja, das ist phänomenal, wenn man daran denkt, das ist praktisch ein Astronaut, ja, da habe ich einen Wert von gefunden, so von 3 bis 6 g unterliegt, wenn der mit seiner Raumkapsel irgendwo in Orbit startet, ja, hier alle anschnallen, und man denkt, oh, wird ordentlich in den Sitz gedrückt, wie im Flugzeug, so ein bisschen, ja, und was die Mücke da aushalten muss, wenn es mal richtig einen vorgeplättet gibt, ja, also vom Regentropfen, ich rede jetzt nur vom Regen, nicht von meiner Faust, ja, ja, es gibt allerdings ein Szenario, was die Mücke nicht überleben kann, mit dem Regentropfen, ähm, denn wenn sie kurz über den Boden getroffen wird, die Mücke hat man so im Eximilmrenn festgewiesen, braucht so ungefähr, das 5 bis 20 fache ihrer Körperlänge, wenn wir jetzt mal von einem Zentimeter ausgehen, Pi mal Daumen, da bräuchte sie also sozusagen ein Stück von 5 bis 20 Zentimeter, ja, das wäre das Maximal, um, um sich da wieder zu erholen, fliegt sie allerdings in diesem Bereich so tief und wird dort von einem Tropfen getroffen, dann wird sie höchstwahrscheinlich ins, ins Koma fallen, beziehungsweise sie überlebt den Aufprall nicht auf dem Boden, natürlich je nachdem, wie der Boden ist, ja, wer also ein besonderer, kein Freund von Mücken ist und sich diesen sadistischen Spaß erlauben möchte, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mal gemacht habe, ich habe es in der Dusche tatsächlich mal ausprobiert, ja, dass ich die natürlich, man kennt das vielleicht auch, wenn man Pflanzen gießt, ja, dass man sagt, ach komm, über die Mücken, da gehen wir jetzt mal mit der Gießkanne irgendwie so drüber und drückt die dann sozusagen auf den Boden runter und dann kann man das beobachten, dass wenn sie, sie werden tatsächlich runtergedrückt, aber erst, wenn sie ganz weit unten sind und dann getroffen werden von solch einem Wasserstrahl, ja, dann, und das ist so ein Ding, was ich dann durchaus in der Dusche mal mache, ich dusche ja bei mir draußen, wie gesagt, ja, und den Spaß erlaube ich mir dann durchaus, weil da kenne ich, das ist wirklich, da sage ich Auge, ne, Auge im Auge, Zahn um Zahn und ich sage mal, wer mich oder Ila hier ans Blut will, der muss auch damit rechnen, dass er auf dem Boden verplättet wird, ganz einfach, ja, gut, soviel zum, mal interessante, die Mücke und der Regen, ja, Blutsauber, ich hatte es erwähnt, das sind Kapillarsauber, ja, und, der Stechrüssel ist, das betrifft jetzt viele andere Insekten auch, aber ich erwähne es jetzt immer explizit bei der Mücke, ja, der ist in zwei Kanäle aufgeteilt, in dem einen Kanal wird sozusagen der Speichel eingeblasen, das was sozusagen die Blutgerinnung himmt und was sozusagen auch den, den Schmerz lindert, beziehungsweise die Sache ein bisschen abtöpft, dass man den Stich nicht merkt, ja, und in dem anderen Kanal wird das Blut gesaugen, hat also sozusagen ein Doppelstrohhalm, auch eine interessante Erfindung der Natur, ja, wie sowas funktioniert, wir schaffen es ja noch nicht mal aus einem Halm richtig zu saugen, ja, ähm, die Symptome natürlich, ja, wir kennen das alle, Mückenstich ist wenig schmerzhaft, ja, man merkt es hier und dann war es das auch schon, aber es ist was anderes, als wenn ich von einer Bremse gestochen würde, auf meiner Skala 1 bis 10 würde ich es mal mit einer 2 titulieren, vielleicht so, Pi mal Daumen, ja, es gibt einen Juckreiz, ja, der entsteht durch das Mückenprotein logischerweise und die Quattel, die sich dann bildet, das ist dann wie bei der Bremse, entsteht allerdings durch das körpereigene Histamin, ja, wir müssen ab und zu mal die Position wechseln, ja, ja, und jetzt haben wir genug gelacht, jetzt, ich versuche das mal so ein bisschen mit Freude rüber zu bringen, weil jetzt kann man nichts zu dem Bösen sagen, wo man eigentlich nicht so lachen sollte, dann sind nämlich die Krankheiten, die übertragen werden und da werden wir feststellen, hat hier die Mücke, den Haus macht hier den ersten Platz in jedem Fall, was, die Stechmücken, ja, was die Anzahl der möglichen übertragbaren Krankheiten angeht, das toppt praktisch alle Parasiten, die wir jetzt hier haben, Mücke auf Platz 1, kann ich ja jetzt schon mal sagen, wir werden es am Ende nochmal zusammenfassen, ja, wir fangen an mit der Malaria, das ist glaube ich irgendwo sehr der Klassiker, wird übertragen durch einzellige Parasiten der Gattung Plasmodium, sind also die sogenannten Plasmoiden und kommt in den gesamten Tropen und auch sehr vielen Subtropen vor, aber auch in Flughäfen, das ist die sogenannte Flughafenmalaria, sind tatsächlich einige Fälle, treten da immer wieder auf, bekannt, gefährdet sind natürlich denn die Angestellten hier, die Stewardessen, Flugkapitän und so weiter, als auch natürlich alle Touristen, die sich in diesen Gebieten aufhalten, ja, also das heißt im Terminal, Check-in und so weiter, ja, denn die Mücke reist natürlich mit, ja, und plötzlich hat man Malaria an einem Flughafen bekommen, obwohl man eigentlich gar nicht in den Tropen gefahren ist und auch nicht dahin wollte, sondern was weiß denn ich, wo sonst wohin, ja, das ist, ist auch möglich, nicht zu unterschätzen, will ich damit sagen, ja, ähm, ja, ist bereits in der Artikel im Mittelmeerraum gewesen, die Malaria, ja, also von der Ausbreitung her und im späten Mittelalter, denn sogar auch, also das heißt bis ins 20. Jahrhundert hinein, in Mitteleuropa vorhanden, ja, wer sich daran erinnern kann zum Beispiel, was so prominente Erkrankte angeht, Friedrich Schiller übrigens, hatte auch Malaria, ja, also zumindest soll das wohl so gewesen sein, ja, in den USA hat sich Malaria interessanterweise durch den Sklavenhandel ausgebreitet, ja, man hat dort sozusagen mit den Afrikanern, die man verschleppt hat, auch gleichzeitig die Malaria mit eingeschleppt, ja, und das führte denn in der Region Mississippi übrigens damals zu 3% Todesfällen, 3% von der gesamten Bevölkerung, ja, da gab es Jahre, da sind mehrere hunderttausend Menschen Malaria gestorben, da gab es dann sozusagen gleich die Quittung, ja, für den Sklavenhandel, ja, ja, ähm, der Erreger ist übrigens seit 1880 bekannt, wurde aber bis ungefähr 1960 durch systematische Trockenlegung von Sümpfen, Mooren, Begradigung von Flüssen und Auen, sowie natürlich auch sehr bekanntes Einsatz von Indektiziden, DDT, ja, müssen wir gar nicht mehr darauf eingehen, ausgerottet, ja, DDT übrigens, äh, ich hatte ja, wer es weiß, mein DDR-Video, ja, ich hatte da nicht explizit erwähnt, aber es ist in vielen Ländern damals auch, wie gesagt, verboten worden, aufgrund der Toxidität auch den anderen Lebewesen gegenüber, ja, es gingen einen Haufen anderer Insekten auch unter und Fische sind gestorben und ach, und auf den Menschen ist es auch, sie haben dann DDT irgendwann vom Markt genommen, beziehungsweise verboten, aber in der DDR, und das wollte ich damit sagen, ja, ist es noch wirklich jahrzehntelang weiter benutzt worden, also in der DDR, kann ich mich auch selbst noch erinnern, alte Doppeldecker geflogen, schön rausgesprüht, das wird alles DDT gewesen sein, mit Sicherheit, ja, über die Kiefernwälder, damals, wo wir im Fähnlager waren, als DDR-Kindertourist sozusagen im Kinderferienlager durch den Wald gewandert, erst mal schön in der Nebelwolke, klingt krass, ist aber tatsächlich Realität gewesen, ja, es wird heute nicht mehr gemacht, wie gesagt, aufgrund der extrem starken Nebenwirkungen, die da bekannt sind, ja, wird heute nicht mehr gemacht, gibt es andere Methoden, wie zum Beispiel, man forscht mit Bakterien, die dann im Prinzip auch die Mücke schädigen, ja, um ein Beispiel zu nennen. Die Übertragung von Malaria geschieht auch bei Bluttransfusionen, und übrigens auch bei der Schwangerschaft, also während der Schwangerschaft, ja, jährlich gibt es ungefähr 200 Millionen Erkrankte und 2 Millionen Tote, ja, was einer Letalität von Pi mal Daumen 1% erspricht. Hatten wir, wie gesagt, bei der CC-Fliege auch, ja, zieht sich immer so diese 1% durch einige hinweg, das sind Statistiken, ja, und wir kennen das ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, das ist mal mit Vorsicht zu genießen, denn hinter solchen Statistiken stehen natürlich auch immer Pharmakonzerne, ja, und Regierungen, die mit den Pharmakonzernen Geld verdienen, das darf man nie vergessen, von daher sage ich vorsichtig, das sind allerdings Zahlen, die ich hier, wie gesagt, gefunden habe, und jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, mit den Statistiken, ganz böse, Covid-19 natürlich, ja, ich grinse jetzt nicht, weil ich mich über Krankheiten immer noch daran denke, sondern es gibt ja nur einen Hintergrund, wie solche Zahlen zustande kommen, ja, ähm, Covid-19 hat beispielsweise, was ich zumindest offiziell gefunden habe, da könnt ihr mich jetzt auch breitschlagen, jeder, will ich gar nicht zuhören zu dem ganzen Ding, ja, hat jeder bestimmt irgendwo eine andere Zahl, weil das momentan, es ist immer der Klassiker, was gerade kursiert, wird immer ganz stark aufgekocht, und dann gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, guckt man dann irgendwann 20 Jahre später, Malaria ist ja schon ein bisschen älter, relativiert sich das wieder, und dann werden die Zahlen, ich will nicht sagen nüchterner, aber dann werden sie ein bisschen handfester, das würde ich damit sagen, ja, und aktuell habe ich gefunden, bei Covid-19 0,1 bis 0,5 Prozent zu 1 Prozent Malaria, ja, nur mal so als Hinweis, ja, und von diesen 1 Prozent, beziehungsweise von diesen 2 Millionen Toten, entfallen 90 Prozent auf Afrika, wir hatten das, und wir werden am Ende auch wieder dazu kommen, damit ist sie eigentlich, die häufigste Infektionskrankheit der Welt, ich sage eigentlich, weil wir gleich noch zu einer zweiten kommen werden, die dem eigentlich auch wieder in fast nichts nachsteht, kann man sich streiten, muss man aber auch nicht, nicht, ja, denn wie gesagt, es geht in deinem Fall um tödliche Krankheiten, da spielt es eigentlich keine Rolle, was man hat, ja, es ist tödlich einfach, ja, es gibt verschiedene Malaria-Arten, mit unterschiedlichen Symptomen, auf die müssen wir jetzt hier nicht alle eingehen, damit will ich nur sagen, dass die Symptome, das kann sich breitstrecken, ja, man sagt, so Pi mal Daumen, es gibt ein wiederkehrendes Wechselfieber, ja, deswegen gibt es auch für Malaria zig verschiedene Krankheitsnamen, Sumpfkrankheiten und ach, was man da nicht, Tropengraben und aus dem Vietnamkrieg sind verschiedene Namen entstanden, es resultiert auch aus diesem Wechselfieber heraus, ja, was ich so ungefähr alle 10 bis 30 Tage wiederholen kann, ja, mit Krämpfen einhergeht, in jedem Fall, je nach Art, kann eine Spontanheilung möglich sein, nach einigen Monaten, ja, kann aber auch erst nach einigen Jahren eintreten, und die ganze Zeit hat man diese Symptome, mit diesem Wechselfieber, ja, es gibt keinen Impfstoff gegen Malaria, es gibt nur eine Art Chemoprophylaxe, und die hat entsprechend starke Nebenwirkungen, in jedem Fall, ja, ich sage gleich dazu was noch, einen Punkt, den letzten, äh, Chenin, ja, aus der Rinne der China-Rindenbäume, ja, die in Südamerika vorkommen, ist übrigens ein Wirkstoff, der gegen Malaria schon seit sehr vielen Jahren benutzt wird, auch damals denn in der Kononialzeit, ja, wo denn praktisch die Briten auch in Indien unterwegs gewesen sind, und so weiter, hat man dann mit diesem Chenin, es wurden ganze Plantagen von diesen Bäumen angelegt, war damals denn im Krieg dann auch tatsächlich ein Angriffsziel, diese Plantagen, also auch die hat man da bebombt, ja, mit dem Hintergrund, dass man, wie gesagt, dann kein Mittel mehr gegen die Malaria hat, äh, und damit der Feind dann sozusagen, beziehungsweise die Bevölkerung und Armeesoldaten, um die ging es ja, die hat man da mit Chenin, äh, mit dieser China-Rinde da versorgt, ja, nicht ganz ohne, ja, ich kann einen heutigen, äh, das ist nur ein Käfer, einen heutigen, äh, aktuellen Stand habe ich zu diesem ganzen Thema nicht gefunden, allerdings, was nicht ganz uninteressant ist, ähm, oder was der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat, diese Chenin ist der Bitterstoff aus der Tonic, ja, und, äh, damals war die Tonic einfach zu bitter und man hat es dann verdünnt mit Gin, ja, und dazu soll dann entstanden sein, Gin Tonic, das Getränk, ja, kann ich jetzt nicht so sagen, könnte so durchaus gewesen sein, ich trinke weder Tonic noch Gin, von daher weiß ich nicht, aber für alle Gin Tonic Trinker, hier, wie gesagt, hat was mit dem Bitterstoff zu tun, und wie gesagt, der ist das Chenin, wirkt gegen Malaria, äh, wo ich gerade gesagt habe, wir kommen nochmal zurück zu diesem Punkt, hier wieder mal so ein eigener Erfahrungsbericht, äh, meine erste Tropenreise war 1994, weiß ich noch ganz genau, und musste damals, natürlich auch informiert, äh, was ist, also es ging in, äh, Südostasien, und wir waren hauptsächlich, das Goldene Länderdreieck unten, ja, also La aus Burma, Thailand unterwegs, im Dschungel also auch, ja, und natürlich war Malaria jetzt, zum Beispiel ein Thema, und mich informiert, im Tropeninstitut, Tropeninstitut war damals das Gesundheitsministerium, es war also die einzige Anlaufstelle, in der nächsten Stadt, wo es sozusagen, äh, eine kompetente Beratung, und auch die entsprechenden Ärzte mit den Impfungen gab, das durfte nicht jeder impfen, ja, ähm, und da habe ich mir natürlich gefragt, irgendwie habe ich gesagt, da fahren wir hin, gib mir alles praktisch, also man hat erst aufgeklärt, was da alles vorkommen kann, damals gab es das noch nicht so mit Visa 94, ja, nicht irgendwie, kannst du dich im Internet lesen, oder irgendwelche schönen Broschüren, du musst also da noch hingehen, ja, und da wurdest du von den Ärzten aufgeklärt, gab ein Gespräch und so weiter, ja, also das, was ich euch jetzt sozusagen mache, ja, so ähnlich, und der Berger hat mich dann aufgeklären lassen, ja, war ich ja noch ein bisschen Lütter, und da habe ich dann einfach so gesagt, nehm ich einfach alles mit, was geht, spritz mir sozusagen alles rein, und gut ist die Sache, ja, und das sagte, nee, einfach ist das nicht, ja, ich sage jetzt mal frei raus, ja, man muss schon genau auswählen, was man haben will, und bei einigen, da hilft diese Impfung auch gar nicht, ja, da können die, hat sie gesagt, können die jetzt impfen, und du wirst trotzdem krank werden, da dachte ich mir, hä, wie, ich lasse mich impfen, und werde trotzdem krank, sagte er, ja natürlich, hast du gedacht, also ich mache das jetzt mal so ein bisschen per Du, ja, hast du gedacht, dass, wenn wir jetzt, wenn du jetzt geimpft bist, dass du dann, ja, dass du dann nicht die Krankheit bekommen kannst, und damals war ich natürlich noch so naiv, oder so unwissens, sagen wir es mal so, dass ich tatsächlich geglaubt habe, wenn mir einer eine Impfung gibt, dass ich die Krankheit nicht kriege, ich habe mich immer müde gelächelt, da habe ich mich doch erinnert, ja, und sie gesagt, nein, nein, es ist so, dass du die Symptome möglicherweise nicht bekommst, aber die Krankheit ist trotzdem in dir, damals habe ich noch nicht so die Zusammenhänge gegrafft, offensichtlich, ja, und dachte mir, ey, was ist denn das denn für ein Quatsch, wir brauchen ja nicht impfen lassen, aber das ist ein bisschen natürlich auch leichtfertig, weil logischerweise, man stirbt ja auch an den Symptomen, ja, das ist ja auch der Punkt daran, von daher macht dir die Impfung schon bis zu einem gewissen Grad irgendwo Sinn, aber worauf ich hinaus will, hier in diesem Punkt nochmal, wie gesagt, ja, dass die, dass die Impfung nicht vor der Krankheit schützt, sondern nur von den Symptomen, später habe ich nochmal recherchiert, wo ich meine Webseite für Weimarana gemacht habe, da ging es ja auch so ein bisschen um Krankheiten, und ich konnte mich daran entsinnen, dass ich damals bei Wikipedia, ja, also in der freien Enzykologie, die genau diese Aussage gefunden hatte auch, ja, ich weiß nicht, wer diese Berichte geschrieben hat, aber es stand auch genauso drin, Pi mal Daumen, ich fasse jetzt mal wieder zusammen, die Impfung schützt nicht vor der Krankheit, sondern mildet maximal Symptome ab, oder hilft prophylaktisch gegen entsprechende Symptome, und jetzt im Rahmen meines DDR-Videos, was ich ja Anfang des Jahres irgendwie gemacht habe, und ja auch zum Thema Gesundheitsvorsage, dachte ich, konnte ich mich erinnern an den Bericht Wikipedia, dachte ich mir, guckst du da nochmal rein, ja, wie ist die DDR, und da hat man den Wikipedia-Bericht einfach überarbeitet, der Passus war raus, der war nicht mehr zu finden, stattdessen war sozusagen, wenn er denn googelt, Impfung Wikipedia, der Bericht wurde mittlerweile wieder überwendet, also ich glaube, es ist der aktuell, der meist bearbeitete Bericht bei Wikipedia, Thema Impfung, wurde tatsächlich plötzlich, war nicht mehr vorhanden, die Aussage war nicht mehr vorhanden in diesem Bericht, wo ich den DDR-Bericht gemacht habe, ich wusste aber ganz genau, dass er noch vorhanden war, als ich meine Hunde-Webseite geschrieben habe, und das war 2000, die Webseite war 2014, den Eli habe ich nachgezogen, ich glaube 2015 oder 2016 oder so, glaube ich, Pi mal Darm, also man hat den Passus einfach rausgelöscht, mehr muss ich jetzt zu diesem Thema nicht sagen, oder? Aber das ist hier nochmal ein Punkt, den hat mir damals, wie gesagt, ich habe dem Arzt vertraut, und es war für mich logisch, nachvollziehbar, ich hatte danach auch mehrere Kontakte mit Privaten, also Privat mit Ärzten, ja, also mit Bekannten, die sozusagen den Arzt geworden sind, und die haben mir das mehr oder weniger auch so wiedergegeben, ja, hier mal zu dem Punkt mit Impfung, nur nochmal so, um es alle abzuwissen, nicht, dass ich jetzt falsch verstehen werde, ihr habt erkannt, ich bin ja weder ein Impfgegner, weil ich ja gesagt habe, drückt rein, was du willst, aber wohl überlegt, und wir waren ja mit dem Thema Malaria und der Chemoprophylaxe, und das ist das Thema, das gab es damals als Tablettenform, die konnte man mitnehmen, sozusagen, und wenn man denn, es hieß, kann ich mich noch so leicht erinnern, wenn es denn so weit ist, oder wenn man denn absichtlich, irgendwie gab es noch einen bestimmten Zeitraum, den man irgendwie einhalten musste, ja, dann frisst du den Kram, aber das ist nicht ohne, ja, ich habe es nicht genommen, ja, und ihr seht ja, das war 94, ich sitze immer noch hier, und ich war zwischenzeitlich auch noch ein paar Mal da, ja, also was soll ich dazu sagen, das muss man ja, wie gesagt, selber wissen, aber es geht jetzt hier um die Malaria, ja, und, weil, man hat es so erklärt, dass die Symptome trotzdem, dass die Krankheit trotzdem sowieso eintritt, und auch, dass nicht 100% zuverlässig war, zumindest war das der Stand von 94, ich kann euch nicht mehr sagen, ob die, ob diese Chemoprophylaxe heute einen anderen Aufbau hat, oder ob es einfach nur eine andere Information dazu heute gibt, man weiß es nicht, gut, also das zum Thema Malaria, und hier nochmal ein kleiner Pass zum Thema Impfung, wo man vielleicht mit dran denken sollte, wenn man sich, ansonsten werde ich das am Ende nochmal zusammenfassen, hatten wir jetzt die erste Malaria, Nr. 2, das Gelbfieber, ja, wird übertragen durch Flaviviren, ja, die in der Gelbfiebermücke, ja, Edis Ägypti, und, ich hatte es gesagt, aber auch anderen, ja, das ist so ein Stand, den findet man, dass man es wie gesagt in der, aber es kann auch anderen, ja, und hauptsächlich natürlich Afrika, Südamerika, Gelbfieber führt bei 15% der Infizierten zu einer Leberschädigung, daher der Name Gelbsucht, beziehungsweise Hepatitis, ist ja eine Leberentzündung, und Blutung an Schleimhäuten, wovon im Endeffekt 20% tödlich enden, Jahrlich gibt es ungefähr 200.000 Erkrankte und 30.000 Todesfälle, ja, auch hier haben wir denn wieder den guten 1%, ja, also nicht was die Erkrankten, sondern in dem Fall, was die Letalität angeht, ja, und davon allerdings 90% in Afrika. Der Impfstoff, den es dort gibt, der ergibt eine lebenslange Immunität, ja, führt allerdings auch bei 20% der Geimpften zu grippe, zu grippeähnlichen Symptomen, und in einem, das ist jetzt wieder eine Zahl, ja, in einem Fall von 1, von einer Viertelmillion zum Tode. Diese Zahlen gehe ich ganz stark davon aus, dass die von den Packungsbeilagen der Pharmakonzerne abgeschrieben wurden, unter dem Punkt extrem seltene Nebenwirkungen, wenn es überhaupt da drauf steht. Daher bitte solche Sachen mit Vorsicht zu genießen, das ist nichts, was ich euch hier versichern kann, oder am eigenen Leib nachgeprüft habe. Ich hatte noch nie eine Gelbfüberimpfung, von daher kann ich auch nicht sagen, wie das, wie sich das auswirkt. Ja, und, auch das wieder, Gelbfieber, wir hatten das anfangs, ja, schon ist ein möglicher Kampfstoff, Bio-Kampfstoff, in den USA, zumindestens, was ich gefunden habe. Denn Nummer 3, das Dengue-Fieber, ja, und das ist, wo ich ja schon sagte, Malaria eigentlich die möglichste, aber das, finde ich, steht dem eigentlich auch nicht viel nach, ja, wobei Gelbfieber auch schon hier ohne war. Ebenfalls durch Flavivirin, also genau wie auch das Gelbfieber, auch in allen tropischen, und jetzt kommt es aber auch subtropischen Regionen. Der Ausbreitungsgürtel vom Gelbfieber deutlich höher als, äh, vom Entschuldigung, vom Dengue-Fieber deutlich höher als der vom Gelbfieber, ja. Der führt nach, Symptome sind nach 3 bis 14 Tagen auch wieder zu grippeähnlichen Symptomen mit schweren Kopf, Muskel, Knochen und Gliederschmerzen, ja. Es gibt jährlich 500 Millionen, 500 Millionen Infizierte, ja, und damit ist es die durch Mücken zumindest, häufigst übertragenste Viruserkrankung überhaupt weltweit, ja, und daher kann man sich jetzt mit Malaria und Dengue-Fieber, ja. 10% der Infizierten, ja, also von diesen, sagen wir mal, 500 Millionen, haben einen schweren Krankheitsverlauf mit inneren Blutungen, ja, und davon enden 1 bis 15% tödlich. Den Impfstoff, den es da gibt, ja, der steht, willst du ein bisschen Trinken machen, Eli? Entschuldigung, geht gleich weiter. Guck mal, Eli, da ist ja schon Fui drin, wir machen hier ein bisschen frisches Wasser rein. So, dass wenigstens dem Jungen gar nichts fehlt, ich sable mir was vom, ich hab für mich nichts zu trinken mit, aber das Tier ist immer wichtig. Gut, also wo waren wir? 10% schweren Krankheitsverlauf zu inneren Bluten, 1 bis 15% tödlich davon, ja, der Impfstoff steht im Verdacht, unwirksam zu sein und den Krankheitsverlauf sogar noch zu verschlimmern, ja, das sind Aussagen, ja, ich sag's ja, wenn es um Impfstoffe geht, dann haben wir immer entweder ganz komische Zahlen, die nicht nachweisbar sind, horrende Zahlen, es gibt gegenseitige Aussagen, es ist immer ganz schwierig, allgemein kann man, glaube ich, festhalten, zu Impfstoffen und zu deren Wirkung werden wir in der Summe nie die Wahrheit erfahren, das ist meine Meinung, davon bin ich überzeugt, weil du müsstest selbst eine Statistik erstellen, weil nur der kannst du glauben, denn alle anderen Statistiken sind in der Regel natürlich hier, irgendwo bezahlt worden von irgendeinem Pharmakonzern, jetzt hier nicht wieder, ich weiß, wir haben die Covid-19-Lage, aber auch hier ändern sich und das ist ja ein gutes Beispiel dafür, regelmäßig irgendwelche Zahlen, das kann ja eigentlich nicht sein, ja, denn es gibt meiner Meinung nach zwar mehrere Arten der Wahrheiten, wenn man das so sehen mag, aber es gibt immer nur einen Fakt, der die Wahrheit bestimmt, ja, und wenn die sich regelmäßig ändern, und das kann ich mir denn schon vorstellen, bei dem Dengofieber, ja, das, also das habe ich zumindest so gefunden, das führt, ähm, zu einem noch schwereren Krankheitsverlauf, ja, und daher, beschränkt sich die Behandlung, die man denn macht, wenn man Dengofieber hat, kann man nur die Symptome lindern, das heißt in dem Fall, man sorgt dafür, dass der Patient irgendwo nicht, ähm, an den ganzen Fieberschüben, ähm, durch Flüssigkeitsaufnahme ergänzt man halt, ja, oder auch intravenös, ja, das ist halt der Punkt, ja, ja, und es gibt, ähm, die einzige Bekämpfung, die man dann hat, ist natürlich wieder gegen den Parasit, das heißt gegen die Mücke, ja, und hier gibt es dann, äh, das trifft jetzt allerdings für, könnte ich jetzt auch beim Malaria sagen, wäre genauso, ja, oder beim Gelbfieber, man nutzt natürlich neben den Insektsiziden auch larvenfressende Ruderflussklebse, ja, ähm, und, ähm, es gibt auch die, die, die Ansätze mit genetisch veränderten Mücken, ja, die auch durch, mit Bakterien oder mit Pilzen infizierte parasitäre Mücken sozusagen, also es gibt verschiedene Ansätze, wie man versucht einfach den Wörter runterzubringen, weil man es, das ist ja Punkt daran, nicht schafft, die Krankheit in den Griff zu bringen, ne, und die sich ja immer weiter ausbreitet und das betrifft jetzt, werden wir ja im Laufe dazu kommen, die Tropenkrankheiten wangern ja immer alle weiter nach Norden hoch, Klimawandel, ne, und Globalisierung, aber wir werden es am Ende zusammenfassen. Nummer vier, wäre das Sinn bis Virus, ne, ursprünglich stammt es aus Afrika, es gibt sechs Subtypen im Mittelmeerraum, mittlerweile auch, ne, Südostasien, Südamerika, Australien, Europa, darunter übrigens, gibt es wie gesagt unter den Subtypen, fällt auch das sogenannte Ockelbo-Virus, das hat man, wenn man schon mal gehört, wenn man nach Schweden gereist ist, ja, auch da, ne, also das heißt, Skandinavien gibt es auch wieder diese Varianten, der Vögel wird als Vektor angenommen, ja, ich hatte es erwähnt, Anfangs Vektor, der Krankheitsüberträger, ja, des Parasiten, und, äh, damit breitet sich das Ganze natürlich aus im Rahmen der Zugvögel, ja, logischerweise, das muss also in dem Fall nicht die Mücke sein, sondern hier geht man beim Simples-Virus von den Vögeln aus, ja, die Symptome sind allerdings ähnlich dem Ding Dengofieber, ja, und genau die gleiche Sache ist auch, es gibt praktisch keine Impfung, ja, also beim Dengofieber ist der Verdacht mit Impfung ist eigentlich nicht besonders toll und hier beim Simples haben wir gar keine Impfung, ja, kann man sich jetzt auch, frisst oder stirbt sozusagen, ja, dann haben wir Nummer 5, das ist die japanische Enzepalitis, ja, auch eine Zoonose, ja, und, äh, durch das japanische Enzepalitis-Virus ist auch ein Flavivirus, ja, und herrscht im gesamten Ost- und Südostasien vor, wo man Schweinezucht und Reisanbau betrifft, ja, logisch, die Wörter sind in dem Fall denn natürlich die Schweine, können aber auch Vögel oder auch Fledermäuse sein, ja, und es führt nach 5 bis 15 Tagen zu Fieber, Kopf- und Liederschmerzen. Schwere Fälle dann mit der Enzepalitis, das heißt der Gehirnhautentzündung, bei Kindern gibt es, es ist ein bisschen milder, soll es wohl nur Erbrechen und Durchfall geben, die Letalität, äh, bei einem Krankheitsausbruch, liegt bei 5 bis 30 Prozent. Jahrlich gibt es ca. 50.000 gemeldete Erkrankte und 10.000 Tote, ja, man vermutet allerdings die Dunkelziffer deutlich höher, weil hier noch nicht so viel gemeldet wird, ja, damit sind bis Virus, ja, nicht zu unterschätzen. Erstmal sagt man, ja, doch nur so wenig Zahlen, schaut man sich das denn allerdings an, ja, 10.000 Tote von 50.000 Gemeldeten, hohoho, das, das ist eine Hausnummer, ja, da, da kommt hier kein Covid mehr hinterher, also das ist, das sind wirklich, da kann man, bei solchen Sachen sage ich mir dann immer so, so eine Frage der Zeit, bis da jemand auf die Idee kommt, das auch als Biokampfstoff umzumünzen, ja, weil es so effektiv ist. Es gibt allerdings eine Impfung, das ist auch alles, was ich gefunden habe, mehr habe ich zur Impfung nicht gefunden, da stand nur Impfung möglich. Was das heißt, weiß man nicht. Punkt Nummer 6, Westnilfieber, ja, das, wie der Name schon eigentlich vermuten lassen könnte, ist allerdings ein tatsächlicher Trugschluss, denn, nicht nur in Afrika und Asien, sondern auch Australien, Nordamerika, Europa, ja, wir haben definitiv bei uns das Westnilf-Virus schon festgestellt, ja, auch hier, Vektor, beziehungsweise, der Wirt soll hier, ein Vogel sein, wird allerdings auch durch Pferde, ja, Säugetiere also auch möglich, auch wieder ein breites Spektrum, ja, 80% verläuft, äh, symptomlos, ansonsten ist es eher grippeähnlich, ja, bei einem Prozent gibt es dann die Hirnhautentzündung, das heißt, die Meningitis, und eine Gehirnhautentzündung, das heißt, die Enzepalitis, wovon 10% sterben, ja, also von diesem 1% gehe ich mal stark davon aus, wird sich diese 10% darauf treffen, ja, das heißt, es gibt in Deutschland ungefähr jährlich 20 gemeldete Fälle, so Pi mal da, und davon ein Toten, das ist die aktuelle Zahl, die wahrscheinlich noch aus dem maximal letzten Jahr stammt, gehen wir mal auch hier davon aus, dass sich die kommend erhöhen wird, also ich gehe davon aus, ja, möchte keine Panik betreiben, aber das sehe ich zumindest realistisch so, wenn man sich die Ausbreitung der Krankheit anschaut, mit allem drum und dran, ja, die Impfung ist hier nur für Pferde möglich, warum, weiß ich nicht, der Impfstoff ist wahrscheinlich nicht zugelassen, könnte wieder der Klassiker sein, genug Pharmakonzerne verdienen noch nicht genug dran, lohnt sich noch nicht für einen Menschen, dann haben wir hier im Punkt Nummer 7, das Chikungunya-Fieber, muss ich erst mal gucken, ob ich es richtig ausüben brauche, Chikungunya, scheint so, in dem Fall durch Togo-Viren, in Afrika, Südostasien, Mittel- und Südamerika und Europa, das führt nach drei bis sieben Tagen und meist für eine Dauer von bis zu zwei Wochen, selten kann das aber auch jahrelang sein, zu schweren Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Lymphknotenschwellung, Augenentzündung, Hautausschlag, Magen-Darm-Beschweren, Leberentzündung, Hepatitis, Herzentzündung, Karditis, Hirnhaut- und Gehirnentzündung mit Hirnschäden, was macht das eigentlich nicht, könnte man sagen, es gibt praktisch keine wirksame Behandlung, und auch keinen Impfstoff. Allerdings habe ich wieder eine Information gefunden, die USA hatten in den 80er Jahren einen Impfstoff für ihre Soldaten. Hier liegt doch wieder der Verdacht nah, dass man das entsprechend verwendet, dieses Virus. Macht auch schon Sinn, wenn man sich die Symptome anguckt, zur Letalität habe ich jetzt hier nichts gefunden, aber wenn ich mir die Symptome angucke, dann scheint es nicht ohne zu sein. Also ich schätze mal die Letalität auch hier sehr hoch ein in jedem Fall. Das Zika-Virus. Schon mal von gehört, könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere, kann es vielleicht gar nicht zuordnen, wir werden gleich kommen, an was uns das erinnert. Durch Flaviviren, eben hatten wir den Togowies, jetzt kommen wir wieder zum Flaviviren, in Afrika, Südostasien, Nord- und Südamerika und aber auch Europa. Wir werden gleich dazu kommen, warum ich es so komisch gemacht habe. Führt bei 20% der Infizierten zu grippeähnlichen Symptomen und Hautausschlag, sowie, jetzt kommt es, Schädelfehlbildung der sogenannten Mikrozepalie bei Föten. Und hier ist der Punkt, woran man sich jetzt vielleicht erinnern kann, wenn man das Zika-Virus hört, das ist, zumindest ich konnte mich daran erinnern, 2016, die Meldungen gab für reisende, schwangere Frauen nach Südamerika, dass man dort Fälle, alles gut, Ilai? Geht gut aus, ja? Dass man dort Fälle festgestellt hat, wo sich schwangere Frauen dort infiziert hatten und dann sozusagen zu fehlgebildeten Föten kam, das Ganze. ich weiß nicht, auf welchem Fall es beruht, ich glaube, es war eine Europäerin, die dort unten ein Kind gezeugt, sogar auch noch hat, also nicht nur dort die Schwangerschaft hat, sondern auch da noch Urlaubsbekanntschaft, man weiß es nicht. Und dann hat man es im Heimatland festgestellt und dann hat man darauf Schluss gefolgt. Ich glaube, so kam das und was ich zumindest noch weiß, es wurde eine Riesenflugwarnung ausgegeben, keine Schwangeren mehr nach Südamerika und so weiter. Das hat natürlich alles wieder, weil es mal kurz in den Medien oben war, aber das kursiert ja immer noch. Übertragung kann auch durch Körperflüssigkeiten erfolgen. Ich hatte das gerade, Urlaubsbekanntschaften, das heißt, wir können uns vorstellen, alle Art der Körperflüssigkeiten, mehr muss ich dazu nicht sagen. Diagnose ist in dem Fall sehr schwierig, da die Symptome, also wir kennen das ja, wir haben es schon mehrfach vorgelesen jetzt, ja, grippeähnliche Symptome, das trifft ja praktisch auf alles zu irgendwo. Von daher kann man es ganz schlecht diagnostizieren und es gibt keinen Impfstoff. Zika-Virus. Jetzt haben wir Nummer 9, das Riftalfieber. Das ist wieder eine Zoonose, die eigentlich bei Wiederkäuern in ganz Afrika, südlich der Sahara, durch Pleboviren vorgerufen wird und bei 1% der Erkrankten tödlich endet. Durch eine Hepatitis oder Meningitis, ja, und es führt auch zu einer Entzündung der Netzhaut, das ist eine Retinitis, ja, die dann mit Erblindung endet. Auch hier gibt es wieder keinen Impfstoff. Nummer 10, das Ong-Yong-Fieber. Ich hoffe, entschuldige mich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen irgendwie, ja, es ist Ong-Yong-Yong, Ong-Yong-Yong, wie auch immer. In Ost- und Zentralafrika führt zu grippeähnlichen Symptomen, na, mit ausgeprägten Gelenkschmerzen. Es gibt hier sehr, sehr viele Infizierte wohl, Zahlen konnte ich die nennen, aber wohl noch keine bekannten Todesfälle. Aber wahrscheinlich, weil es noch nicht Europa erreicht hat. Nummer 11, das Tajana-Virus, ja, gibt es in Europa und Russland durch die Arboviren in Vögeln und Nagetieren mit grippeähnlichen Symptomen, ja, und meist fehlender Diagnose. Hier muss ich jetzt mal was eingrätschen, da ich es schon 20 Mal gesagt habe, grippeähnliche Symptome. Das glaubt er wie ich, wo ich damals noch ein paar Mal zum Arzt gegangen bin, grippeähnliche Symptome, irgendwann hatte man das mal, ja, auch im Sommer und ich bin so ein Typ, ich hatte schon seit sehr, sehr vielen Jahren keine Erkältung. Ihr könnt es, wer Abenteuerreportage gesehen hat, ja, Omen Lappland sozusagen eine Woche im Ivaluyuki bei drei Grad gestanden, die kommen, die ganzen Tag nasse Hosen angehabt, ja, nichts, ja, zwei Tage hatte ich mal so ein bisschen, das war es schon, also praktisch nichts, was ich damit sagen will. Ich halte mich aufgrund meines Lebensstils für relativ resistent gegen solche Sachen. Nichtsdestotrotz kriege ich ab und zu mal, das letzte Mal ist jetzt glaube ich zwei oder drei Jahre her, ich glaube drei Jahre her, hatte ich mal wieder so eine Art Schüttelfrost und Fieber leicht, das erhöhte Temperatur und ich kann es mir nicht erklären alleine, woher, ja, bei mir draußen, im Sommer im Wald. Erkältung kann man bei mir fast ausschließen, ist tatsächlich so, ist kein Witz jetzt, nicht übertrieben. Gehst du zum Arzt? Naja, Sommergrippe, grippaler Infekt. Dann habe ich mich irgendwann mal damit informiert, so ein bisschen beschäftigt, ja, es gibt überhaupt gar keine Sommergrippe. Es gibt eine echte Grippe, ja, die Influenza, da wissen wir alle, was das ist. Und alles andere, ja, weil es praktisch keine Diagnosen gibt, heißt es immer, grippaler Infekt, Sommergrippe. Kann man sich vorstellen, wenn man jetzt mal, wir sind doch noch nicht mal bei der Hälfte, nicht wahnsinnig, wie viele Infekte möglich sind, die genau diese Symptome auslösen, grippeähnliche Symptome, ja, wie oft, ja, da vielleicht schon durch einen Mückenstich, also ich halte es für durchaus möglich, eines von diesen Dingen hier gehabt haben könnte, ja, und es aber gar nicht die Mühe gemacht wird, von der Medizin, von den Ärzten nachzupusen. Warum denn auch? Grippe, Peng, ja, also Sommergrippe. Stelle man sich mal vor, man würde da schon vielleicht rausfinden, ja, das, was weiß denn ich, der hat jetzt hier schon das Riftalfieber gehabt, oder, weiß denn der Geier, das Zika-Virus, Westnil-Fieber, vor drei, vier Jahren, und würde man das mal richtig aufarbeiten, aber das passiert ja einfach nicht. Das ist der Grund, warum ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit unserer Medizin stehe, ja, die Ärzte können viele Ärzte, nicht alle, ich will nicht über einen Kamm scheren, ja, aber viele Ärzte können vor allen Dingen eines, Medikamente verschreiben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ohne eine eindeutige Diagnose gestellt zu haben, halte ich das für deutlich kritisch, ja, zumindestens mal überlegenswert, ja, wenn man jetzt weiß oder wissen könnte, was alles dahinter steckt, hinter dieser angeblichen grippalen Infekt, Sommergrippe, grippeähnliche Symptome, das kann alles sein, das kann, ein ganzer Arsch voll Krankheiten sein. Soviel also mal kurz eingekriegt, ja, zu diesem Punkt, weil das werden wir noch ein paar Mal lesen, ja, was ich davon halte und kann man ja mal drüber nachdenken, ja, gut, ähm, oder auch nicht gut, ja, Nummer 11 waren wir, glaube ich, nein, hatten wir gerade, Nummer 12 waren wir, Nummer 12 ist, äh, äh, Filariose und, äh, Dirofilariose in tropischen Ländern durch Fadenwürmer hervorgerufen, die sogenannten Filarien, haben wir schon alle schon mal gehört, ja, in Lymph- und Blutgefäßen, ja, es gibt ungefähr weltweit 200 Millionen betroffene Menschen Infizierte mit diesen Würmern, ja, und, ähm, die Verstopfung in diesen Lymphgefäßen, wenn da die Würmer rumwandern, ja, das kann dann, wie gesagt, zur, äh, Elefantitis führen, auch davon hat man schon mal gehört, auch die Bilder hat man irgendwo mal schon mal gesehen, ja, das sind dann meistens irgendwo Afrikaner, also nicht selten zumindest, das ist aber auch in Südamerika, auch die Fotos habe ich schon gesehen, ja, ich glaube, Peru ist gewesen, ähm, wo die Leute dann sitzen mit ihren dicken, fetten, angeschwollenen Beinen, ja, das ist, ist zum Beispiel eine mögliche Form von diesen Würmern, ja, gibt es auch noch andere, werden wir auch noch zukommen, zwölf, dreizehn, wäre hier, die hat hier mehr als 3 kmh drauf, ähm, dreizehn, haben wir hier wieder die Toularemie, auch die Mücke, ich hatte es ja erwähnt, müssen wir jetzt hier nicht nochmal weiter drauf eingehen, hatten wir alles, siehe Bremsen, ja, Nummer 14, die Myxomatose, schon mal gehört, in jedem Fall, Kaninchenpest, ja, durch das Pockenvirus, hervorgerufen, ja, mit dem Namen, Lepo, ne, Lepo, Lipo, Ripox, Virus, Myxomatosis, bei Haus- und Wildkaninchen, ja, betrifft, Feldhasen nur zu 1%, die scheinen da ein bisschen resistenter zu sein, ja, ähm, führt nach 3 bis 9 Tagen zur Entzündung an Ohren, Lippen und Genitalien und nach 10 bis 14 Tagen zum Tod, ja, diese Spontanheilung tritt in der Regel nur selten ein, es gibt einen Lebendimpfstoff, der wird hauptsächlich verwendet bei Kaninchenzüchtern, ja, wenn man sich jetzt das nochmal anguckt, bezüglich der Kaninchenpest, gibt es auch so eine leichte, ähm, Parallele zur Tula Remie, deswegen hatte ich nämlich auch gerade nochmal die beiden zusammengewählt, ja, was die Kaninchen, die Symptome angeht, ja, na, ist gut? Okay, ja, und Nummer 15, das sind verschiedene Pferde, Entschuldigt, aber, wie ihr seht, ich bin kein Mediziner, ja, in jedem Fall sind es Zoonosen, ja, das ist das Wichtige daran, denke ich, ja, für uns zumindestens, und es führt zu Fieber, Abgeschlägenheit und Organschäden, ja, teilweise gibt es Impfungen für Tiere, für Menschen habe ich keine gefunden, ja, und man unterscheidet hier mindestens drei Arten, einmal die Venezueluanische, VEE, durch das Venezuela, Ekinik, EC, was auch immer Virus, ja, was nach zwei bis sieben Tagen zu 80% Mortalität führt, ja, bei Tieren, ja, in dem Fall beim Pferd, bei Menschen nur zu 1%, nur, ja, dann gibt es die westliche, die WEE, das ist jetzt immer geteilt auf den, auf USA, wenn ich westlich rege ich von Westküste, wenn ich gleich zur östlichen komme, dann rege ich von Ostküste, ja, also in Nordamerika vorhanden sozusagen, ja, die westliche WEE, durch das Western, was auch immer Virus, ja, in westlichen Nordamerika, nach zwei bis sieben Tagen führt es zu 20 bis 30% Mortalität, ja, weniger bei Tieren, aber Mensch 10% schon höher, ja, und dann haben wir die östliche, die EEE, ja, die ebenfalls nach zwei bis sieben Tagen zu 90% Mortalität beim Pferd und zu 30 bis 50% beim Menschen, ja, ja, da liegt jetzt, auch wenn es das so möglicherweise, habe ich nichts gefunden, zumindest bei der Recherche zu diesen drei, die ich da vorgenommen habe, liegt für mich, wenn ich solche hohen Mortalitäten sehe und weiß, es geht um ein Virus, ja, da liegt für mich zumindest mal wieder der Verdacht für einen Biokampfstoff nah, ja, möglicherweise, ja, das muss sich ja immer lohnen, ja, ja, und last but not least der 16. Punkt auf meiner, wir sind immer noch bei den Mückenlisten, ja, während die Würmer bei Hunden, der Klassiker Herzwurm, deswegen entwurm war, ja, Eli, nein, ah, pfui, daimel, Eli, das ist ja ekelhaft, jetzt setz dich mal dahin, Eli, geh mal da rüber, nee, noch ein bisschen rüber, hier krabbelt alles mögliche rum, kriegst du die Rübchen, nur warte, die sehen doch gut aus, den kannst du haben, Eli, gut, also wir sind mit den Stechmücken, wir sind tatsächlich erst mit den Stechmücken durch, mit 5a, haltet euch fest, ich hoffe, die Akkus reichen noch, das sieht finster aus, gut, Kribelmücke, 5b, na, Biologie, Größe 2 bis 6 mm, na, die haben einen gedrungenen, hochgewölbten, eher buckligen Körper, ja, schwarz, dunkel, das ist klassische Merkmal, hat man sicherlich schon mal irgendwo fliegen sehen, ja, äh, genannt auch Blackflies, ja, oder manchmal auch Sandfly, je nach Art, ob nichts verwechselt später mit den Sandmücken, ja, da redet man hier tatsächlich von der Kribelmücke, ja, und das Aussehen ist dann eher fliegenartig, es hat also eigentlich gar nichts mit einer Stechmücke zu tun, ja, es ist sozusagen eine kleine, gedrungene, schwarze Fliege, das, was ich sagte hier, vor einer Stunde ungefähr, wo ich gesagt habe, hier rumgeflogen, ja, und das Interessante, warum ich das sagte, weil wir nämlich hier kein, ich komme gleich dazu, stehendes, äh, fließendes Süßwasser haben, ja, gut, ähm, Fortpflanzung, ähm, bei maximal leichtem Wind, gibt es eine Schwarmbildung, immer in der Nähe von großen dunklen Objekten, und ich hatte das auch anfangs ja gesagt, bei, da ging es ja um die Stechmücken, ist hier bei der Kribelmücke genauso, ja, ähm, die Eierablage, und das ist das Besondere, beziehungsweise das Unterscheidungsmerkmal zur Stechmücke, erfolgt hier in der Regel an Fließgewässern, ne, weil die eine höhere Wassergüte haben, das heißt, die sind sauberer, ja, als die stehenden Gewässer, und genau das ist auch das, was ich euch auf meiner Abenteuerrapportage erzählt habe, kann ich mich noch erinnern, das war die Folge, wo wir in Inari gewesen sind, am Inari-See, ja, wo ich euch da den Unterschied zwischen einer Stechmücke und einer Kribelmücke erklärt habe, ja, und gesagt habe, wo hier in dieser, wo dort in dieser Region die Kribelmücke auftaucht, und wo die Stechmücke auftaucht, ja, das war der Unterschied, immer dran denken, ja, und da habe ich ja gesagt, dass das mit dem Fließgewässer, wenn ich mich da recht entsinne, in der Regel für die Kribelmücke spricht, aber ich die Kribelmücke auch schon an Seen gesehen habe, also, die da auch schon aufgefallen ist, es ist also kein hundertprozentiges Merkmal, ja, meistens stimmt das weitestgehend, wo man sagt, Stechmücke, stehende Gewässer, Kribelmücke, fließende Gewässer, es gibt aber bei beiden auch eine Überschneidung, irgendwo, in jedem Fall, und das ist das, was mich jetzt hier gewundert hat, mit der Kribelmücke, es war eindeutig eine Kribelmücke, das habe ich gesehen, äh, was die hier sucht, ich werde das beobachten, ja, gut, wir waren bei der Eierblage, die Larven können überwintern, die Eier sind frostresistent, deswegen finden wir sie nämlich auch in Skandinavien, Tatsache, ja, und, äh, pro Generation sind da mehrere, pro Jahr sind mehrere Generationen möglich, ja, Verbreitung ist weltweit, überall, ja, aufkommen ausschließlich im Freien, in Gewässernähe, besonders Flüsse, ja, das ist das, was ich jetzt noch geschrieben habe, jetzt muss ich es allerdings korrigieren, ich frage mich immer noch, wo sie jetzt hier herkommt, aber gut, wir haben da vorne einen kleinen Tümpel, schwierig, gut, ähm, die Wirtsfindung erfolgt, ich hatte es schon mal erwähnt, auch über Kohlenstoffdioxid, ja, und, ähm, das besondere an der, oder, das nervige an der Kriegelmüsse, ist, sie sind extrem lästig, die Viecher lassen nicht von ihrem Wirt ab, die bilden wirklich eine riesen Schwarmwolke, und die penetrieren nicht dann ohne Ende, ich will damit nicht sagen, dass Stechmücken das nicht können, aber die Kriegelmücken sind richtig pervers, was es angeht, ja, das was sozusagen die, die Pferdebremse, oder grundsätzlich die Bremse, und möglicherweise auch die CC-Fliege, als Einzelindividuum macht, macht die Kriegelmücke als Schwarm, und da kann ich mich noch erinnern, das müsste, dürfte gar nicht so lange her gewesen sein, ähm, da war ich mit Eli am Fluss in Schweden gewesen, die Story habe ich euch, glaube ich, auch erzählt, als ich, ähm, auf der andere, die, die werden es jetzt, aber alle anderen, die es nicht gehört haben, erzähle ich es hier nochmal kurz, ähm, er war behandelt, weil ich das wusste, ich wusste es ja, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, wo ich hinfahre, und ich weiß, womit ich zu rechnen habe, ich habe ihn vorher, das war allerdings neu, weil das habe ich noch nicht ausprobiert, von einer damaligen Tierärztin, die leider genauso wenig getaugt hat, wie das Mittel, wie sich denn herausstellte, eine von diesen Spot-ons verpasst, ja, also das heißt, dieses Zeug, was man ihnen komplett ins Fell reinzieht, ja, diese, die genau, was sollte genau, gegen diese Parasiten sein, sprühender sein, Fummler am Fluss rum, macht da Essenszubereitung, und Eli steht vorne, war angebunden am Auto, weil da ein paar andere Autos noch vorbeigefahren sind, hat die ihn also nicht beobachtet, ich dachte, alles schon gut, ja, und guckt dann rüber, und er die ganze Zeit nur am Schnappen, und sich kratzen, und wild, ich dachte, was ist denn da los, das ist denn doch eingesprüht, ja, also, sowohl Tage vorher, als auch nochmal Frühstern, das muss man auch noch dazu sagen, ja, also keine Fehlanwendung, oder solche Sachen, ja, und, und ich hatte dann auch noch so ein paar von den Dingern mit, ja, also diese kleinen Knickgefäße zum Aufbrechen, kennt man ja, ne, und siehe denn, der steht in einer Wolke voller Kribelmücken, sofort natürlich von alleine abgemacht, und, ähm, in gleich ins Zelt reingesperrt, ja, und, ähm, also mit Mückennetzten war er geschützt, und wie sich gezeigt hatte denn, der komplette Bauch unten, alles was zwischen den Lenden sozusagen, im Lendenbereich gewesen ist, am Bauch, alles voller roter, ähm, Stiche, beziehungsweise Blutergüsse, innere, das ist ja das Kennzeichen der Kribelmücke, ne, also der ist komplett gepiesackt worden, der hatte am Körper mindestens 30 solcher Blutergüsse, das war finster, und das Interessante war, die haben Ila gepiesackt, aber mich nicht, und ich stand nur 10 Meter weit entfernt, ne, also wir waren ja zu zweit da, zwei Menschen und ein Hund, die sind auf den Hund gegangen, der, der, äh, eingesprüht gewesen ist, während ich gar nichts hatte, krasse Sache, oder, ah, also spätestens da waren die Kribelmücken in jedem Fall meine Freunde, ja, gut, ähm, zum Blutsaugen, der Stich, der erfolgt an schwach behaarten Hautpartien, ich hatte es eben erklärt beim Hund, war auch der Klassiker unten, ja, äh, es sind Poolsauger, ja, und das ist ja, ich hatte es ja gewähnt, das ist das Schlimme, dass sie, wie gesagt, eine Wunde aufreißen mit ihren Mundwerkzeugen, und dann den, äh, Speichel sozusagen raus saugen, trinken, rüsseln, ja, und das kann, wie gesagt, einige Minuten lang dauern, ja, also auch nicht nur kurz, ja, und dann kommen die, wie gesagt, auch immer wieder, nicht nur eine, also das Kribelmücken ist in jedem Fall eine Nummer härter als Mücken, ja, als Stechmücken, und mir hat, äh, wer sich auch an die Abenteuerreportage, wir haben ja vieles erlebt, erinnern kann, hatte ich dort auch erzählt, wo ich die finnischen Jäger am Ivar Lüölki getroffen habe, in dieser einsamen Hütte, und der mir erzählt hat, fällt mir nämlich wieder ein, von der Touristin, die, äh, ist eine Touristin oben lang gelaufen in der Region, ja, also so eine schöne Sommertouristin hier mit T-Shirt, nix dabei, und mal so richtig schön, ja, wir kennen das, aus dem Katalog, und keine Ahnung, und ich geh mal in die Wildnis, das wird schon, ja, genau, und die dann praktisch vom Hubschrauber ausgeflogen werden musste, weil sie komplett von Kribelmücken sozusagen, die konnte nicht mehr, die hat, ich hatte es ja gesagt, in der Rede, die hat den Notruf gewählt, ja, die Jäger haben sich da natürlich völlig drüber amüsiert, weil wie kann man so blöd sein, war, was soll ich dazu sagen, war eine offensichtlich aus der Stadt, die kannte sich überhaupt nicht aus, die wusste nicht, für das erste Mal drauf getroffen, und die werden, und es kam mit denen, auch tatsächlich, dieser Hubschrauber, aus Ruwanimi war es, glaube ich, ja, äh, also mehrere hundert Kilometer hoch geflogen, ja, eine Frau wegen Kribelmückenstichen ausgeflogen, sicherlich, die wird eine ganze Menge Blutergüsse gehabt haben, und es wird natürlich gejuckt haben, und es hat gestochen ohne Ende, keine Frage, also das sind sicherlich keine Momente, wo ich einen Hubschrauber rufe, aber das muss ja jeder selber wissen, was ich damit sagen will, es gibt offensichtlich Leute, für die ist das, äh, nicht nur einfach ein Stich, äh, sondern, das ist ein Grund, gleich wahrscheinlich in eine Nutaufnahme zu gehen, ne, denn, wie gesagt, der Schmerz, der Stich ist deutlich schmerzhafter, als der von einer normalen Mücke, ja, ich würde ihn jetzt mal wieder so, äh, auf Bremseniveau tippen, ne, ungefähr, die Wunde blutet dann noch ein bisschen nach, und ich hatte es ja erwähnt, Blutergüsse, rote Stichquadel, ja, und jetzt kommt es nämlich zu dem Punkt, weil es bleibt ja nicht nur bei dem Stich, sondern, die übertragen ja natürlich auch Krankheiten, ja, logischerweise, und da haben wir nämlich etwas, was, ähm, ja, was zieht, ziemlich happig ist, und zwar ist das hier die Onkerzokose, sagt einem nichts, Flussblindheit, ja, und dann der Flussblindheit ist nicht die Kribelmücke selbst schuld, sondern, wie gesagt, sie ist nur der Vektor, ja, und zwar ist es der Fadenwurm, ja, in dem Fall, Onkocerzavolvulus, der kommt in jedem Fall im tropischen Afrika und Amerika vor, ja, da ja, Flussblindheit hat man natürlich gehört aus diesen Regionen, also hat man bestimmt schon mal was von gehört, ja, in dem Fall nehmen die Mücken, die, das beschreibe ich jetzt mal den Kreislauf, wie das funktioniert, ja, nehmen die Mücken die Mikrofilarien auf, aus denen dann die Wurmlarven entstehen, und diese Wurmlarven gibt die Mücke dann mit dem Stich weiter, woraus sich dann nach circa zehn Monaten im Wirt die Würmer entwickeln, die wiederum auch wieder diese Mikrofilarien erzeugen, welche dann im Bindegewebe oder in den Augen leben, ja, während die Würmer bis zu 17 Jahre im Wirt meistens irgendwo als Knäuel in der Unterhaut leben, ja, das heißt also, die gröberen Würmer sind irgendwo sichtbar am Körper, so meistens als, als so eine hässliche Knäuelblase irgendwo, ja, während diese kleinen Filarien aber überall im Körper drum herum wandern, und Dänich hat es ja erwähnt, ja, mit den Augen, können wir uns dann an den Anfang erinnern, und genau dazu führt es dann nämlich, die abgestorbenen Würmer entzünden sich und führen dann zu einer Blindheit, ja. Ja, trotz einer großflächigen Bekämpfung der Kriebelmücke mit Insektizinen gibt es weiterhin weltweit circa 30 Millionen Infizierte, von denen ungefähr 10% erblinden, ja, unheilbar, ja, eben genau durch diese abgestorbenen Würmer. Die Therapie kann erfolgen einmal durch Ivermedizin, das tötet Mikrofilarien, dann das Suramin, das tötet Würmer, und das Doxyzillin, das sterilisiert die Weibchen. Für mich klingt das alles nach irgendeinem Wurmmittel in jedem Fall, ja, mit unterschiedlichen Wirkungen auf unterschiedliche, ähm, Stadien der Würmer, ja, oder Fliege. Jo, die Flussblindheit also von den Kriebelmücken, ja, noch nicht hier, noch nicht hier. Was wir noch haben, ist das Blackfly-Fleaver. Da habe ich nicht viel dazu gefunden, außer, dass es durch, wieder mal der klassiker Grippe-Symptome, Grippe-ähnliche Symptome hervorruft, ja. Ja, und, ähm, was allerdings sehr bekannt ist bei Kriebelmücken, und der ein oder andere Bauer jetzt sofort, oder vielleicht auch Pferdefreund, aufschreien wird natürlich, bei, äh, bei unseren Nutztieren, überwiegend beim Weidevieh, natürlich, ja, führen die Kriebelmücken zu Rachen- und Atemwegsentzündung, ja, zu Speichelüberempfindlichkeit, zu einer Blutvergiftung. Wenn zu viele Blut, äh, wenn zu viele von diesen Parasiten zustechen, dann führt es tatsächlich zu einer Toxämie mit einer Todesfolge. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ja, was sozusagen auch Ila gepiesackt hat, sind, wenn sie in Panik natürlich versuchen zu flüchten, ja, Ila war in dem Fall jetzt angebunden damals, aber die Kühe rennen hier natürlich viel verrückt, und dann kann es auch zu Schäden dadurch kommen, ja, einfach durch den Weidezaun durchgebrettert, im Stacheldraht hängen geblieben, oder sich selbst bei Affenhitze zu Tode gehetzt, durch diese Kriebelmücken, ja. Nicht ohne. Sind wir jetzt bei den Kriebelmücken durch, kommen wir zum Punkt 5c, den Gnitzel, ja. Größe 1 bis 4 Millimeter, ja, die saugen wieder durch einen Stechrüssel, und in dem Fall nur die Weibchen, und hier ist es so, dass das Weibchen sehr tief in die obere Hautschicht mit dem ganzen Kopf sogar eindringt, ja. Und die übertragen, jetzt hauptsächlich sind das alles Krankheiten für Tiere, ja. Ich schaue mal drüber nach, es sieht jetzt hier nicht nach einer Zoonose aus, genau. Also habe ich jetzt hier, schauen wir mal. Gehen wir mal durch. Nummer 1, die Blauzungenkrankheit. Bei Wiederkäuern meist Schaf, Rind und Ziege, ja. Durch das nahezu weltweit vorhandene Blauzungenvirus, was zu einer Schleimhaut, Erosion und Geschwüren, Atemwegsbeschwerden und Ausfluss, Klauen und Skelettmuskelentzündung, sowie Missgeburten bei tragenden Tieren führt, ja. Das Akabane-Virus bei Rindern, Ziegen, Schafen in Afrika, im Mittleren Osten, in Südostasien, Japan, Korea, Australien, ja. Führt er zu milden, fiebrigen Erkrankungen, kann aber auch zu Fehlgeburten führen. Die dritte bei den Gnitzen ist das Schmallenberg-Virus. Bei Wiederkäuern in Mitteleuropa führt zu Fieber, Durchfall, Geburtsfehlern und auch Todgeburten, ja. Und als viertes bei den Tieren haben wir die afrikanische Pferdepest. Bei Pferde, Esel, Zebra. Aber auch Hunde und Ziegen, Elefanten. Also zumindest afrikanische Elefanten, ja. Südlich der Sahara also, also für Afrika wieder. Superprägnant, ja. Gibt es vier klassische Formen, darunter zwei schwere. Die Perakute mit Husten und Atemnot, eine Sterblichkeit von 95%. Und die Subakute, eine Sterblichkeit von 50% durch Herzversagen innerhalb der ersten Woche. Es gibt eine Impfung für diese afrikanische Pferdepest. Ja, und übertragen tun die Gnitzen übrigens auch noch Fadenwürmer. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon bei den anderen, ja. Auch nichts Ungewöhnliches. Jo. Und dann haben wir als Letzte bei den Mücken die Sandmücken. Biologie, zwei bis vier Millimeter groß, Farbe hellbraun, so leicht behaart, so ein beige Ton irgendwie. Also so Sandfarben könnte man auch so sagen, ja. Lebensdauer dieser Sandmücken bis zu 40 Tagen. Fortpflanzung, ähm, die Blutmahlzeit ist für die Weibchen nicht zwingend für die Ernährung notwendig. Man könnte sozusagen, die machen das so als Beiläufer, ja, auch schön, ne. Die Eierablage erfolgt überwiegend an dunklen, feuchten Parkplätzen, hätte ich jetzt fast gesagt, Entschuldigung, an Plätzen, natürlich, ja. Also, das ist eigentlich so ein Klassiker, was alle Mücken irgendwo gemeinsam haben. Das Besondere bei der Sandmücke, vermute ich mal, wo der Name auch herkommt, dass die Larvenentwicklung im Sand stattfindet, wo sie denn rausschlüpfen. Ja, also nicht im Wasser, wie wir es bei den anderen haben, ja. Sie sind außer in Nordeuropa weltweit verbreitet. Die Sandmücke ist wieder ein Poolsauger, ja, wir hatten das, ja. Damit dürfte wieder klar sein, was die Symptome angeht, ja, man hat dann wieder... Ach, die war auch wieder schneller. Man hat dann wieder, äh, die, den entsprechenden, äh, schmerzhaften Stich, ja. Ja, da, und die übertragbaren Krankheiten bei der Sandmücke, ja, wenn ich jetzt schon gesagt habe, außer Nordeuropa, das, was eigentlich mindestens jeder Hundebesitzer weiß, der schon mal in Südeuropa unterwegs gewesen ist, ja, beziehungsweise alles, was runter Richtung Mittelmeerraum geht, ja, noch haben wir sie nicht hier, aber, ist in jedem Fall die Leichmaniose, ja. Das ist, ähm, und in dem Fall, ähm, durch Protozon der Gattung Leichmania übertragen, ja, wie gesagt, eigentlich nur in den Tropen und Subtropen, ja. Es gibt jährlich eine Million menschliche Infektionen, ja, mit Tendenz steigend. Es gibt die innere Leichmaniose, ja, die Viszerale, mit dem Befall der inneren Organe. Die hat eine sehr lange Inkubationszeit und führt ohne Therapie zu einer 95-prozentigen Todesrate. Äh, hier ist das Therapeutikum Miltefusin. Dann gibt es die Hautleichmaniose, das ist die Kutane. Die, äh, ist durch Knötchen, Pappeln und Geschwüre gekennzeichnet. Und die, äh, da gibt es das Therapeutikum, äh, äh, Paromomocin. Und es gibt die Schleimhautleichmaniose, das ist dann die Mukutane. Das ist das, was jetzt diese Menschen angeht und wo ich, äh, wie gesagt, gesagt hatte, Hunde und Hundebesitzer, die werden es in jedem Fall wissen, betrifft es eigentlich sehr stark, ja, unten in dem Bereich. Äh, aber auch Katzen, Nager, Rinde, Pferde, ja. Ja, wie gesagt, ganz besonders im Mittelmeerraum und, äh, schätzungsweise sind ungefähr Norditalien 50 Prozent, ähm, betroffen und, also das heißt infiziert, ja, und in Süditalien 80 Prozent. Wo mal, um ein Beispiel zu nehmen, wir können jetzt auch Spanien und so weiter, alles was ums Mittelmeerraum geht, ja. Ja, und das führt bei den Hunden zu Schädigungen an Leber, Niere, Milz, Darm, Auge, Haut, ja. Und das heißt, bei der Haut haben wir dann den Haarverlust, Schuppenbildung, Knötchen, Pustel und Geschwüre, ja. Bei den Knochen haben wir dann natürlich die Schädigung in Mark, in den Gelenken und natürlich auch an den Muskeln, ja. Und, ja, es gibt eine Impfung, ja. Sollte man denn in jedem Fall natürlich machen, wenn man in diese Gebiete reist, also da kann ich in jedem Fall nur zu raten, ja. Ja, und dann hoffen, dass es natürlich schützt, ja. Es gibt allerdings, habe ich auch schon gefunden, wieder Fälle, wo man, wo die gesagt haben, sie hatten eine Impfung und ist trotzdem erkrankt. Also mit Symptomen erkrankt, ja. Ja, ähm, und die Therapie lündert denn, kann man eine ganze Menge machen. Ich hatte es erzählt, so bei Menschen, wie gesagt, auch Medikamente geben und kann die Symptome leicht mildern, ja. Es gibt Hunde, die leben wahrscheinlich, denn, ich kenne keinen mit Leichmaniose, kenne ich keinen mit Menschen, aber ich kenne Hunde mit Leichmaniose, ja. Ja, und, äh, die leben länger, also können durchaus einige Monate noch leben, ja. Es gibt aber auch welche, die machen es nicht so lange, das ist, ja. Ja, dann haben wir als zweites, neben der Leichmaniose, ja, von den Sandmücken, das Papataki-Fieber, äh, beziehungsweise Sandmücken-Fieber auch genannt, ja. Ja, das wird wieder, nicht dann durch die Produktion, sondern wieder, wenn man durch, von Viren, den kann man sich ja vorstellen, dann redet es immer um ein Virus, wenn wir von Fieber reden, ja. Ja, ähm, der Familie Bunia-Viradie, ja, im Mittelmeerraum, im Orient und in Südasien. Das führt nach drei bis fünf Tagen und für einen ähnlich langen Zeitraum wieder zu einem hohen Fieber, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, starken Kopf- und Augenschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, mit Steifheitsgefühl in den Beinen, sowie Meningitis wieder. Es gibt hier wieder keinen Impfstoff, sondern, wie gesagt, nur wieder Symptom-Linderung, möglich, eventuell, ja. Und als drittes von den Sandfliegen übertragen haben wir hier das Oroya-Fieber, beziehungsweise das Peru-Fieber. Ich kriege mittlerweile nicht mal mehr die Mücken hier, ne, es ist... Ja, durch das Bakterium Bartonella bacilliformis in Südamerika, das ist ganz besonders speziell da, weil es nur oberhalb einer Grenze, das heißt, um Pi mal Daumen sagt man, 800 Metern, das heißt, im Bereich der Anden, irgendwo auftritt, ja. Nach zwei bis drei Wochen kommt es zu einer Lymphknotenschwellung und Hämolyse, das heißt, es werden die roten Blutkoppelchen zerstört, ja. Sowie große, gefüllte, mit Blut gefüllte Warzen, die nennt man auch Peru-Warzen, sieht dann auch ganz hässlich aus, ja. Und ohne Behandlung mit einem Antibiotikum endet das dann in der Regel auch meist tödlich. Ja, das waren dann die Punkte zu den Mücken, ja, also irgendwann nochmal die drei zu den Sandmücken. Ich fasse mal zusammen, ja, damit wir hier, was wir jetzt zu den Mücken hatten. Wir hatten die Stechmücken, wir hatten die Kräbelmücken, wir hatten die Genützen und wir hatten die Sandmücken, ja. Und last but not least, was darf jetzt natürlich nicht fehlen, worauf schon der eine oder andere gewartet hat, natürlich die Zecken, ja. Ja, zu den Zecken. Ja, ich, also ich glaube, bis jetzt dürfen wir eigentlich noch keine haben, aber unterschreiben würde ich das ja auch nicht. Warten wir mal da ab. Zecken zählen zum Überstamm der Häutungstiere, zum Stamm der Gliederfüßler, zum Unterstamm der Kieferklauenträge, zur Klasse der Spinnentiere, ja, nicht ganz unwichtig, und zur Unterklasse der Milben. Ja, und zur Überartung der Parasitformes und zur Ordnung der Zecken. Diese Ordnung hat drei Familien mit 900 Zeckenarten, ja. Und wir schauen uns von diesen drei Familien eher eigentlich zwei an, ich werde mal die drei kurz nennen und die Merkmale, für uns treffen hier nur zwei zu, werden wir gleich finden. Einmal Punkt Nummer eins, wäre das die Familie der Lederzecken, ja. Agazide, ja, die hat circa 190 Arten, wie zum Beispiel haben wir hier die Taubenzecke oder die Ohrenzecke. Und denn die, die bei uns am meisten zumindestens vorkommt, ist die Familie der Schildzecken, ne, die XOD, und die hat ungefähr 14 Gattungen mit ungefähr 700 Arten, ne. Hier haben wir zum Beispiel den gemeinen Holzbock, die Hirschzecke, die Auwaldzecke, die Schafzecke, ja. Und dann gibt es noch die dritte Familie, wie gesagt, ja, allerdings ist das eine Übergangsform, ist sozusagen ein Mix zwischen diesen beiden Arten und die sieht auch ziemlich kurios aus, ein bisschen gespenstig irgendwie schon aus, ja. Und diese Familie hat auch nur eine einzige Art, also die hat man jetzt wirklich ausgegliedert, das ist mal wieder so ein Klassiker, was die Biologie hat, wo man sagt, passt nicht da rein, passt nicht da rein, machen wir sozusagen eine neue Klasse auf. In dem Fall machen wir eine neue Familie auf, ja. Und, ähm, diese Zecke lebt nur in Süd- und Südwestafrika ausschließlich, ja. Der Name, großer Gott, äh, Nuttalililia Namaka, wie auch immer, ähm, möchte ich nicht sehen, möchte ich nicht begegnen, sieht komisch aus und, äh, ja. Trifft hier nicht zu, wir haben hier bei uns vor allen Dingen, wie gesagt, die Schildzecken. Zur Biologie, die Larve hat sechs Beine, ist in halben Millimeter groß, die Nymphe hat acht Beine, ist ein Millimeter groß, die ausgewachsene Zecke ist bis vier Millimeter groß, also Normalzustand, beziehungsweise vierzehn Millimeter, also kann um einen ganzen Zentimeter anheben, wenn sie vollgesaugt ist mit Blut, ja. Das Alter, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Xodidia nehmen, ja, liegt bei ungefähr ein bis fünf Jahren. Die Fortpflanzung, ja. Bei den Schildzecken, ist ein bisschen anders als bei den Lederzecken, jetzt sind ja erstmal die Schildzecke, ähm, erfolgt die Eierablage nach Beendigung der Blutmahlzeit. Und da legen die denn mit einmal 20.000 Eier ab, ja, und danach stirbt denn das Weibchen und das Männchen stirbt bereits bei der Paar, äh, nach der Paarung, ja. Bei den Lederzecken ist ein bisschen anders, die brauchen mehrere Blutmahlzeiten, ja. Danach legen sie allerdings aber auch nur wenige Eier in der Summe ab, ja, und müssen dann aber auch mehrere Jahre bis zur nächsten, äh, können denn mehrere Jahre bis zur nächsten Blutmahlzeit abwarten. Ja, also das, was sich sozusagen bei den Schildzecken so ein bisschen mehr für Leiden ausgedrückt, jetzt so irgendwie komprimiert, ja, zieht sich sozusagen bei den Lederzecken ein bisschen in die Länge, ja. Die Schildzecke übrigens, der Name herkommt, ähm, habe ich jetzt fast für selbstverständlich herausgesetzt, ist natürlich, seht ihr auf dem Rücken, ähm, habt ihr vielleicht das Foto anfangs gesehen, dass sie so ein komplettes Schild haben, ja, als, ähm, über dem Körper. Das, ähm, Männchen, beim Männchen bedeckt dieses Schild praktisch den ganzen Körper und beim Weibchen bedeckt es, äh, guckt sozusagen hinten vom Körper noch was raus, ja. Also bedeckt es vielleicht den, weiß ich nicht, einen Halm, Pi mal Daumen, so Körper, das seht ihr also noch was an dem Schild. Und dieses Schild ist ziemlich massiv, das kriegt er also praktisch auch nicht kaputt, kommen wir später nochmal, wenn wir beim Zecken entfernt sind und so weiter, ja. Ist also Schild, wie der Name schon sagt, ist es tatsächlich in dem Fall ein Schutz, ja, also denke, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der, der Zecke schützend, äh, entgegenkommt, ja. Ja, Verbreitung ist weltweit, das Aufkommen ist, äh, tagaktiv, Wälder, Wiesen, vor allen Dingen auf leicht feuchtem Gras und Buschvegetation, weniger eigentlich bei trockener Hitze. Deswegen sagt die, wir haben hier die absolut idealen Bedingungen, ja, wir haben hier richtig feucht. Hier liegt jetzt natürlich viel Laub, das ist das Einzige, wo man sagen könnte, ist nicht ganz so viel Gras, aber seht ihr da hinten, haha, die Wiesen. Die Wiesen, das ist das prägnanteste Gebiet für eine Zecke, kannst du eigentlich da, wenn du jetzt über so eine sommerliche Wiese gehst, ja, je nach Region muss man natürlich immer sagen. Also bitte jetzt, ich möchte keine Panik verbreiten und das hier verallgemeinern, sondern ich kann das bei mir, kann ich schon definitiv sagen, du wirst eine Zecke haben, kein Problem, geh mal nach vorne, lang kriegst du eine. So, ne, dann brauchst du praktisch bloß losgehen, dann hast du sie, das geht ratzifatzi. Ja, und kommen wir auch mal gleich, wie das funktioniert, dieses ratzifatzi, ne, die Wurzfindung. Die Zecken benutzen ein sogenanntes Hallerorgan am ersten Beinpaar, ne, also am Ende, am äußeren Glied des ersten Beinpaares besitzt dieses Organ und die strecken ja ihre, wenn sie vorne am, also kommen wir, glaube ich, zu, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, genau, müsste gleich kommen. Ähm, und mit diesem Hallerorgan erkennen die, äh, das Kohlenstoffdioxid und Aminosäuren in dem Atem und dem Schweiß der Opfer, ja. Und hier unterscheiden wir einmal die Lauerer, wie zum Beispiel den gemeinen Holzbock, und das ist das, was ich gerade schon vorweg machen wollte, die sitzen dann sozusagen an dem Grashalm, die hängen da sozusagen mit den hinteren Gliedmaßen und strecken die vorderen wegen dem Hallerorgan sozusagen in die Luft und sobald es jemand kommt, zack, festgehalten mitgenommen sozusagen, ja, der blinde Passagier, ja. So funktioniert es denn bei den, äh, laueren. Und dann haben wir allerdings auch noch die, ähm, die Jäger. Das ist zum Beispiel die braune Hundezecke. Die sucht ganz aktiv, also die rennt mit ihrer Findung sozusagen auf den Wirt zu. Allerdings auch nicht jetzt ritt, sondern mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5 bis 8 Metern pro Stunde, ja. Ist also, was das angeht, nicht die schnellste, ja. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, eine Schnecke macht ungefähr 3 Meter pro Stunde. Pi mal Daumen kommt natürlich auch auf unterschiedliche Arten an, so, so im Groben, ja. Damit will ich jetzt sagen, die Zecke ist vielleicht ein bisschen schneller als die Zecke, äh, als die Schnecke, ja. Allerdings gibt es auch Zecken, die deutlich schneller sind. Das will ich damit sagen, ja. Da wäre da schon mal so eine, äh, ich hatte letztens, ähm, eine, das war eine Auwaldzecke. Mein lieber Scholli, also die hat hier, ne, da konntest du, die hätte das Blatt Papier, hätte die jetzt hier in... 30 Sekunden, das halte ich für realistisch, hätte die abgelaufen, ne. Nachdem ich sie natürlich ein bisschen gepiesackt habe, das ist ja, ja, Punkt. Gut, kommen wir zum Blutsaugen. Sie bevorzugen warme, leicht feuchte und gut durchblutete, dünne Hautstellen, ja. Beim Mensch ist es der Klassiker, die Kniekehle, die Leistenbeuge und der Nacken. Und genau das sind auch die Punkte, ja. Ja, ich werde nochmal kommen. Das ist das, wo man zuerst suchen sollte, beziehungsweise, wenn man sich denn absucht, auch gleich zuerst gucken kann. Weil das ist auch der Klassiker. Die letzte, die ich hatte, äh, also wie gesagt, ich hab die hier nicht nur, bei mir ist es so, ich lebe ja mit den Tieren zusammen. Das kann man sich vorstellen. Ich wohne im Wald bei mir, ja, äh, meine Tür steht den ganzen Tag auf, ja. Ich komme am Ende nochmal zu dem ganzen Kram, so ein bisschen zusammenfassend, aber hier schon mal ein bisschen vorweg. Der Hund bringt alles rein, sozusagen. Das, was ich nicht habe, hat in jedem Fall aber auch der Hund, ja. Kommt bei mir aufs Sofa, Hund schläft im Bett, ich wache dann auf, zack. Die letzte Zecke hing jetzt hier bei mir am Hals, ja. War ziemlich genau hier vorne irgendwo, hier war es gewesen, hab ich noch ein Foto von gemacht. Ähm, die davor hatte ich allerdings in den Leistengegen, nur das war hier oben, hing die dann, sozusagen. Nicht vollgesaugt. Also, das waren, wie gesagt, gerade festgebissen, denn, wie gesagt, ich suche aktiv ab, ja. Man merkt aber nicht den Punkt, wo sie sich denn festklammert, das dürfte klar sein. Deswegen ist das Erste, wenn ich jetzt hier natürlich nach Hause gehe, ist auch, dass ich mich wieder absuche, ja. Das heißt, eine vollgesaugte Zecke hatte ich seit mindestens über zehn Jahren, mindestens, schon nicht mehr. Ich hatte mal eine, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Eli, seine letzte Folge saugte allerdings, die ist vielleicht gerade mal ein Jahr her. Gerade mal, würde ich so sagen. Ansonsten hat er natürlich regelmäßig, er liegt jetzt, ich suche ihn genauso ab wie auch mich, keine Frage. Das machen wir zusammen, sozusagen, ja, wie die Affen. Aber es ist manchmal so, dass er hier Stellen hat, wo ich nicht jedes Mal gucke. Da muss ich ehrlich zugeben, wie zum Beispiel so ein Klassiker. Komm mal rum, Eli. Krieg dich mal rum. So ist es fein. Jetzt mach mal einen Sitz. Das ist auch ein feiner. Genau den wollte ich haben. Und dann hat er hier nämlich zwischen den, nee, du musst schon mal die Fusi so machen, Eli. Dann hat er hier zwischen den Fusis, ja, zwischen den Klauen, ist ja hier die Hautfalte hier vorne drin. Und die Sitz, das war die letzte volle, die saß hier ganz hinten drin. Die hast du nicht mehr gesehen, wenn du die, da konntest du dir die Klauen, die Zehen spreizen. Und du hast sie nicht gesehen. Da musstest du schon da hinten reingucken, ja, alles Gute, Eli. Um die zu sehen, das war seine letzte volle, aber das ist ein Jahr her, so ungefähr. Und die habe ich hier auch einfiltriert. Die ist hier getrocknet. Ich habe hier zwei vollgesaugte drin. Allerdings nicht ganz voll, sondern da würde ich mal schätzen, 70 Prozent, Pi mal da. Ja, also das zum Absuchen-Thema. Ja, das sind sozusagen die Stellen. Beim Hund gibt es so einige. Ich habe, wenigstens, Eli hat das Glück, dass es ein kurzer Fell ist. Ja, ich kenne die Kandidaten mit langem Fell. Das ist mal richtig nervig, ja. Hier merkst du es praktisch schon, wenn du drüber, das ist der Vorteil mal. Ein Vorteil von dem kurzen Fell, ja, wenn du drüber fährst, dass jede Unregelmäßigkeit, jede kleine, noch so winzige, was auch immer, eigentlich gleich merkst, ja. Ja, sollte man das allerdings eher sehen, bevor man es merkt, weil wenn man es merkt, kann es schon zu spät sein, dass es den Saugvorgang schon angefangen hat, ja. Wir kommen gleich dazu. Es dauert ein bisschen, wie das abläuft, ja. Ja, so viel zum Thema Hund, ja, denn ansonsten so prägnant hier hinter den Ohren ist immer der Klassiker. Es sind immer die Stellen, es ist immer das Gleiche und natürlich der Bauch, ja. Dass es so was Hund angeht, ja, alles so diese dünnen Hautpötchen und bei mir, wie gesagt, deswegen habe ich das auch so genannt, das kann ich so bestätigen, ja. Das sind die ersten, das heißt aber nicht, dass sie woanders nicht hängen können. Die Zecke ist aber so, sie krabbelt und sucht aktiv nach diesen Stellen. Das heißt, es ist nicht leicht, dass sie irgendwie drauf geht und dann da, wie die Leute vielleicht mal denken, oh, jetzt bleibt die da, genau, und dann ist es gleich zu spät. Nein, die sucht sich erst ganz entspannt das Örtchen, wo sie es für am günstigsten hält und da, ne. Gut, also, und wie das Ganze jetzt funktioniert, mit den Kieferklauen ritzt sie die Haut auf, ja, und dann wird der Stachel in der Wunde verankert. Gleichzeitig wird dann ein Speichelsekret abgegeben und das Blut wird gesaugt, ne. Ja, ist ein Poolsauger, ja, in dem Moment, wo sie schon aufreißt, hatten wir, ja. Und parallel dazu werden auch in regelmäßigen Abständen Nahrungsreste in den Wirt hineingespuckt, direkt, ja. Das ist das, womit sie euch dann sozusagen auch nur verseucht, neben dem Speichel. Denn wenn die natürlich was aufnimmt, ein Blut, dann muss sie natürlich auch das, was sie vielleicht noch zu viel hat im Körper, äh, regelmäßig auch noch rauspumpen, damit noch das ganze Blut reinpasst, ja. Und da kriegt ihr dann sozusagen die ganzen Unverdauten oder auch was auch immer, ja, kriegt er dann auch noch ins Blut reingespritzt, ja. Also, und hier kommt es dann gegebenenfalls zu einer Übertragung des FSME-Virus durch den Speichel sofort mit dem Biss, ja. Das kann gleich geschehen, ja. Als auch gegebenenfalls eine Übertragung von Borrelien aus dem Verdauungstrakt. Und das allerdings erst nach ungefähr sechs bis zwölf Stunden nach dem Biss, ja. Außer hier bei einem Borrelium habe ich das gefunden, das ist bereits auch schon im Speichel vorhanden, ja. Borrelia dutoni. Ha, klingt so ein bisschen wie italienische Pasta. Hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun, ja. Ja, also, da kann man allerdings, wie gesagt, das ist sehr schwierig, ja, jetzt wieder zu verallgemeinern. Aha, gleich der Biss, habt ihr FSME, wenn es denn so wäre, ja. Oder, ach, Borrelia, da können wir ein bisschen entspannt bleiben. Das will ich damit nicht sagen, ja. Das ist ja nur eine rationale Zusammenfassung. Die Dauer des Saugvergangs kann bei den Schildzecken mehrere Tage bis sogar hin zu Wochen dauern. Ja, bei den Lederzecken deutlich kürzer, ungefähr 30 bis 60 Minuten, ja. Und wenn so eine Zecke voll ist, dann kann die so Pi mal Daumen das bis zu 200-fache ihres eigenen Gewichtes haben. Das sind dann die richtig dicken Brummer, die wie gesagt bis zu anderthalb Zentimeter groß sind und sie richtig schön hässlich aussehen, ja. Sofortige Symptome ist, der Stich selbst ist nicht spürbar, denn wie gesagt, wird hier in der Regel grundsätzlich mit dem Speichel entsprechend betäubt, ja. Aber die Bissstelle hat dann im Laufe des Saugens irgendwo eine Rötung, ja. Komm mal her, Ilay, wir wollen dich mal kurz angucken. Wir hatten nämlich gerade, die letzte ist jetzt gerade zwei Tage her. Mach mal einen Sitz. So ist so fein. Das mag er jetzt natürlich gar nicht, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ja. Weil er blößt das sich ja vor der Kamera hier. Ist alles gut, Ilinchen, alles gut. Guck mal, hier haben wir, das seht ihr vielleicht gar nicht, ne. Wir wollen dich mal kurz in der Kamera halten, Ilay, als Versuchsobjekt. Hier unten, ach, das seht ihr nicht. Hier hat er eine kleine rote Stelle, ja, ist ja gut, hier ist sie, genau. Die ist hier etwas, die Rötung, hier ist eine Mücke. Ah, das Zeug funktioniert, guckt euch das mal an. Seht ihr die Mücke? Die landet, will landen, ganz ruhig, Ilay. Und, ha, sie landet, aber sie sticht nicht. Interessant, ja. Ich hoffe, ihr seht das, ich erzähle das ja nicht bloß. Also, die hat Mückenzeug hält, alles gut, Ilay, ist gut, alles gut. Irgendwas, was ich euch zeigen wollte, er hat hier eine ganz winzige Stelle und dann haben wir hier noch eine am Ohr, das ist genau die andere Seite, ist alles gut, Ilay, alles gut. Die ist hier oben, seht ihr wahrscheinlich auch nicht, oben am Ohr, hier ist noch ein bisschen scharf dran, an diesem Stück. Die ist ungefähr, ist ja gut, hast du fein gemacht, hast du fein gemacht, ja, ist ja gut, Ilay. Die ist ungefähr vier Tage alt, ja, vier müsste es her sein, ja. Also, ihr seht, wir haben regelmäßig Zecken, keine Frage, ja. Ich nutze kein Zeckenhalsband mehr. Ich habe es mal genommen, eine ganze Weile lang, also was heißt, ich hatte mal von diesem Seresto für ihn zwei, über zwei oder drei Jahre, ja. Das funktioniert auch tatsächlich, ja, also statt 20 Zecken an einem Tag hat er dann maximal bloß noch zwei gehabt, ja, allerdings ist es auch eine riesen Chemiekeule. Das ist nichts anderes als wie so eine Wurmkur, ein richtiges Ding, das sieht man daran, dass es auch noch nachwirkt, selbst wenn das Halsband irgendwann nicht mehr weg ist, er hat dann Monate später, hat er auch keine Zecke mehr bekommen, ja. Und nicht nur keine Zecke, sondern auch andere Parasiten nicht. Das fand ich schon ziemlich krass, das könnte man sagen, ganz tolles Ding, ja. Aber man hat auch eine helle Verfärbung am Fell bei dem Streifen hier rum gesehen. Das wurde hellgräulich, ja, und manchmal hat er sich da gekratzt, auch wenn er kein Halsband anhatte, das ist so interessant. Wenn er sich so kratzt, er kratzt sich wie ein Halsband, weil er keinen Bock drauf hat. Aber in dem Fall hat er dann gekratzt wegen dem Zeug, das führt also auch zu Juckreiz. Naja, und mit chemischen Sachen bin ich da, deswegen hat er das nicht mehr. Selbst wenn wir jetzt ein extremes Zeckenjahr haben sollten, das weiß man jetzt noch nicht, kann ich noch keine Prognose abgeben. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, so. Letztes Jahr ging es, aber vor zwei Jahren war, wenn ich mich da recht entsinne, manchmal haben wir so eine Zeckenjahre, wo es richtig viel ist. Und das letzte Halsband dürfte jetzt allerdings drei Jahre her sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich mache es also nicht jedes Jahr und jetzt haben wir es schon über zwei Jahre nicht mehr benutzt. Das will ich damit sagen. Und ob ich es noch benutze, muss man gucken. Aber es hat zumindestens geholfen. Gut, zur Entfernung der Zecke. So wie ich es mache. Ich mache es grundsätzlich mit einer Pinzette. Ich habe zwei spezielle Pinzetten, die habe ich mir ganz bewusst, wie gesagt, nur für Zecken gekauft. Es ist keine Zeckenpizette oder sowas. Es gibt es jetzt nicht im Zeckensortiment oder so ein Kram, sondern ich habe ganz bewusst nach einer Pinzette gesucht, die wirklich ein... Die, wenn man sie... Es sind ganz haargenaue Pinzetten, also nicht irgendwelche, wo ja sozusagen was mit greift und dann lässt sie das wieder los, sondern das ist eine richtig flache Platte. Wenn ich die zudrücke, dann ist auch wirklich zu. Und ich kann die auch richtig stark zudrücken, weil es ein vernünftiges Material ist. Und dann habe ich noch eine zweite, die ist ähnlich, hat allerdings ganz winzige kleine Ritze vorne drin, also so eine gezahnte. Und mit der einen Pinzette mache ich nichts anderes, als packe die Zecke so weit wie möglich unten am Ansatz, ziehe sie raus, damit zieht sich, was haben wir denn hier, eine Spinne. Auch interessant. Ziehste dann hier im Prinzip das komplette Fell mit hoch, beim dünnen Bauchdecke ist gar kein... Du kannst hier fünf Zentimeter rausziehen, ja. Also er lässt sich das ja alles gefallen, glücklicherweise. Dann kann ich alles ganz... Ila kann ich am offenen Herzen operieren ohne Narkose. Mit einem Skalpell, der würde sich nicht bewegen, wenn ich es mache. Wenn es einen Tierarzt macht, ja. Also, greife die Zecke, zieh die hoch, ja. Wenn ich sie jetzt rausziehen würde, wäre die Gefahr, dass der Kopf drin stecken bleibt, weil einige sind so fest gebissen, da braucht ihr euch gar nicht hier nach irgendwelchen Regeln richten, wie man... Es gibt welche, da könnt ihr nichts gegen machen, da bleibt der Kopf einfach drin stecken. Um das möglich zu vermeiden, ja. Zieh ich mit der ersten Pinzette die richtig weit raus und damit habe ich dennoch einen weiteren Ansatzpunkt dahinter. Könnt ihr euch vorstellen, ja. Wenn ihr euch dann im Prinzip hinter dem Kopf hat die Zecke ja nicht, ne. Aber nichtsdestotrotz, wenn er so weit wie möglich am Ansatz greift und dann rauszieht, kriegt er trotzdem noch ein bisschen mehr Zecke raus. Und ein bisschen lässt sie nach, ja. Aber nur ein bisschen. Und da nehme ich dann die zweite Pinzette und setze dann hinter der ersten nach, setze sozusagen mit der zweiten über die erste. Und dann habe ich sie so gut wie fast hinter dem Stachel, ja. Und selbst wenn ich das mache, ist es so, dass genau diese am Bauch, die hier gewesen ist, tatsächlich ein wenig drin geblieben ist. Das stößt der Körper allerdings ab, sowohl bei Eli als auch bei mir, und da passiert nichts weiter, was ich in jedem Fall immer mache, es zu desinfizieren, ja. Also gleich Zecke raus, wenn sie nicht raus ist, das haben wir jetzt bei der letzten gemacht, zumindest ansatzweise, habe ich sie rausgeschnitten. Ich habe ein Skalpell dafür, so ein Satz, habe ich damals was im Studium noch, also für Pflanzensektionen war das gewesen, mit mehreren, so eine Einwegskalpelle, mit mehreren verschiedenen Aufsätzen. Und da ist es dann so, wie gesagt, da kommt mir das dann zugute, er macht dann nichts, ja. Das ist dann wie so eine kleine Mini-OP, kannst du sagen. Minimal-invasiver Eingriff, würde ich jetzt der Chirurg sagen, ja. Feuer natürlich desinfiziert, keine Frage, sowohl die Haut als auch das Besteck, keine Frage. Sowohl mit Feuer als auch mit Betasedona mache ich immer doppelt. Und dann leichter Schnitt aufgeschnitten und versuche möglichst, was geht, rauszuziehen. Ich übertreibe es allerdings nicht. Wenn ich sehe, dass es zu tief drin sitzt, lasse ich es drin, weil dann wäre die Wunde, das ist zumindest meine Einstellung, würde nicht mehr im Verhältnis zu dem Nutzen stehen, weil ich weiß, es wird ja sowieso abgestoßen. Was ich in jedem Fall aber mache, Antiseptikum, wie gesagt, ja. Und bislang ist das, bei Ila ist jetzt acht Jahre, ja, bald, ja, dieses Jahr zumindestens, immer gut gegangen, ja, er hat nichts, er hat in seinem Leben, ich kann nicht sagen, wie viele Zecken er hat, ja, keine Ahnung, also es sind bestimmt über 50, ach, über 100, also fest gehakte, wenn ich das jetzt mal so sage, ja. Vollgesaugt hat er in seinem Leben vielleicht fünfe, ja, wie mal einen Daumen. Ich, wie viele ich da hatte, kann ich auch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, ich habe jede Woche eine, ist bei mir normal. Jede Woche kannst du sagen, so im Schnitt, ja, manchmal gibt es, wo ich dann sage, krabbel denn zwei an mir rum. Ich meine damit Festsitzende, also welche, die sich gerade angesaugt haben, gerade frisch angedockt, noch nicht länger als zwei Stunden. Ich meine nicht welche, die über mich rüberkrabbeln, weil die habe ich fast jeden Tag. Das ist kein Witz. Ja, ich sitze abends auf dem Sofa mit ihm, kommen ja, wir kommen, das ist ja jetzt so, wenn wir machen, wir kommen jetzt rein und als erstes wird er sich erst mal aufs Sofa setzen, obwohl er eigentlich das nicht machen soll, sondern eigentlich mit mir ins Bad gehen soll, aber erst mal setzt er sich aufs Sofa, weil er natürlich den Schmacken haben will. So, denn in dem ersten Moment auf dem Sofa, ist eine weiße Decke drüber, haben schon die ersten Zecken eine Chance, gleich runterzukrabbeln oder abzufallen. Und das tun auch die einen oder anderen. Und ich setze mich dann natürlich dazu und zack, was denn von Eli kam, das habe ich dann. Damit sitze ich dann abends auf dem Sofa, wenn ich mal auf dem Sofa sitze, wenn ich mal nicht irgendwo arbeite, das kommt selten vor, aber manchmal ist das so. Ja, oder wenn ich was lese und dann krabbelt hier irgendwas. Hm, komisch. Guckst du mal in den Spiegel, tipptadipptadipp. Das gehört bei mir also dazu, zum Leben will ich damit nur sagen. Genauso wie auch die Mücke. Ich mache da praktisch keinen Unterschied zwischen Mücke und Zecke. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Mücke hier hundertfach sozusagen breitplatsche, so wie auch die bremsen, während ich die Zecken, wie gesagt, absammeln muss. Sie fliegen nicht. Ansonsten, natürlich haben wir mehr Mücken als Zecken, aber für mich ist es eins zu eins. Ich mache da keinen großen Unterschied. Es ist für mich immer wieder ein bisschen so erstaunenswert, wenn Leute zu mir rauskommen und sehen, ich kann mir das schon vorstellen, dass ich relativ entspannt bin bei Zecken, was das angeht. Denn mir ist bewusst, dass Übertragung, die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsrisikos ist durch beide gegeben. Wir hatten das, glaube ich, wir haben Mücken, muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Es wird bei den Zecken nur ganz gerne immer ziemlich hoch gepusht, habe ich zumindest den Eindruck. Und hier nochmal einen kleinen Punkt dazu, zu genau diesem Hochgepusche. Viele Berichte, die ich gefunden habe, wo ich zu Zecken gelesen habe, sind entweder von den Medien irgendwo her und die müssen aber irgendwo ihre Informationen her haben. Die geben die Quellen nicht an. Aber bei einigen Berichten sieht man dann immer ganz klein irgendwo drunter stehen oder aber so im Hintergrund laufen auch schon die ersten Werbungen fürs Tracking, wo man da kennt, dass sie natürlich von einem Pharmahersteller stammen, der natürlich gleich das entsprechende Mittel dagegen hat, logischerweise. Und da sollte man mal dran denken, dass das mit einem Grund in jedem Fall, meiner Meinung nach zumindest ist, dass das Problem mit den Zecken deutlich hoch gepusht wird, ohne jetzt Krankheiten verhaben lassen. So, wir kommen mal ja gleich zu. Das will ich damit nicht tun. Ich möchte nur sagen, dass vieles gar nicht bedacht wird, zum Beispiel bei Mücken oder Bremsen. Und ich glaube, wir hatten es vorgelesen, ja, wir haben genug davon. Während bei den Zecken aber enorm hoch gepusht wird, weil man genau nämlich da, was können wir uns vorstellen, richtig an einer Impfung verdienen kann. Money Talks, wir hatten das. Und deswegen ist Frühjahrszeit immer schön Zeckenberichte-Zeit. Wobei ich denn aber auch immer sagen muss, ja, meine lieben Freunde, ich hatte meine letzte Zecke im Dezember und meine erste im Januar. So sieht es aus. Und das schon bereits seit drei oder vier Jahren. Zwölf Monate durch bei uns. Ich habe keine Zeckensaison. Ja, natürlich, im Frühjahr gibt es mehr. Das heißt aber nicht, dass es im Winter keine gibt. Ich habe hier also keine. Wenn Schnee liegt, dann haben wir keine. Ja, ansonsten habe ich das ganze Jahr über Zecken. Und damit, das wollte ich ja kurz sagen, wenn Leute zumindest zu mir kommen irgendwie und dann ist man, ja, sind da Zecken auf der Wiese, da können wir nicht hingehen, weil da sind ja Zecken. Da sage ich, ja, da sind Zecken. Da sind aber auch Mücken und Bremsen und, ne. Ja, ach, die sind ja nicht so schlimm. Hä? Sag ich nochmal Notaufnahme erinnern? Ja, das ist, wir kommen gleich zu den Zeckenkrankheiten. Ja, ich wollte hier nur nochmal darauf hinweisen, dass ihr tatsächlich, das ist so mein persönlicher Eindruck habe, dass bei den Zecken gepusht wird, während die anderen komplett unter den Tisch fallen. Und das finde ich nicht ganz richtig. Wenn sie schon pushen, dann sollen sie doch ruhig alle hochpushen. Dass man auch gewiss auswählen kann. So sehe ich immer wieder, sind die Leute fokussiert auf Zecken. Sie machen sich einen Riesenkopf um die. Und was passiert dadurch? Die anderen fallen unter den Teppich. Ja, die anderen werden sozusagen fast schon verharmlost. Ach, das ist doch nichts. Wir wollen hier nicht abwerten, welche schlimmer sind, ja. Aber schauen wir uns mal die Sachen an, ja. Denn wir haben ja jetzt gleich dazu kommen, dass wir bei den Zecken neun Krankheiten haben. Und wir hatten allerdings, die ich jetzt gefunden habe, und wir hatten bei den Stechmücken 16. Ja. Wenn ich jetzt alle Mücken zusammennehme, haben wir 26 zu 9. Nur mal so. Gut. Also, wir sind hängen geblieben. Entschuldigt, ich habe mich kurz festgeplabbert, ja. Wir sind hängen geblieben. Ich glaube, bei dem Abziehen, ja, Saugen, genau, also bei der Entfernung der Zecke, ich habe gesagt, wie ich es mache, ja. Jetzt habe ich dazu noch, was man auch noch so kennt, deswegen will ich das zur Vollständigkeit erwähnen. Dann gibt es noch die Zeckenkarten und Haken. Die fungieren so ähnlich im Nageleisen. Das ist, was man so drunter schiebt, ja. Aber, ja. Und dann gibt es noch die Zeckenschlingen, ja. Also hier mit, ja, möglich, also was es nicht alles so Sachen gibt, ja. Aber, ähm, was ich in jedem Fall nicht empfehlen kann, also was ein absolutes Tabu ist, das dürfte klar sein, irgendwie Öl oder Klebstoff oder irgendwas drauf zu machen, ja, wo man die Zecke dann praktisch auch noch mit mehr irritiert und die wird dann richtig fuchsig und so, ja. Und drückt dann sozusagen ihren Speichelsaft noch mehr in den Wörter rein, als es vorher nicht eh schon getan hätte. Das sollte man tunlichst unterlassen, ja. Und, ähm, auch mit dem Drehen. Das ist ja, also gibt es ja auch so die tollsten und noch irgendwelche komischen Haken und, oh, also, ganz, also ich bin der Meinung. Jeder, der mal auf verschiedenste Art und Weisen versucht hat, eine Zecke rauszufinden, der dürfte für sich irgendwo das geeignetste Werkzeug dafür gefunden haben. Wer nur eine benutzt hat, ich empfehle euch, probiert ruhig mehrere Methoden aus und ihr werdet schauen, ihr werdet es selber sehen, ohne dass ich euch jetzt den Tipp gebe, wo, was irgendwo mit am besten ist. Es gibt Dinge, wovon ich, wie gesagt, gar nichts halte, da wird der eine sagen, oh, das funktioniert wunderbar, dann ist es aber auch nur so, Zecke ist nicht gleich Zecke. Jede Zecke hängt nicht gleich tief, es ist nicht die gleiche Stärke von der Haut und so weiter, die gleiche Tiefe, wo sie reingebohrt haben. Man kann es nicht pauschalisieren. Meine Variante ist, die mit den Pinzetten ist für mich die präziseste, akkurateste und die sicherste, wo ich sie mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wirklich fest greife. Alles andere mit Hebeln und Mechanismen, wo sich die durch Federdruckzugmechanismus selbst verstellen, das ist nicht so fest, wie ich mit der Hand arbeiten kann. So sieht es aus. Ich kenne auch Leute, die machen es allein mit den Fingernägeln. Also, das kann ich mich auch gut vorstellen. Wenn man richtig als Frau vielleicht jetzt lange Fingernägel hat, dann kann man ja durchaus, wenn man da einen guten Griff mit hat, da auch hintergreifen und zack, das wäre wahrscheinlich nicht genauso gut gehen. Da ich jetzt hier kurze Fingernägel habe, ist für mich die Pinzette der Fingernagel in Verlängerung. Soviel zur Entfernung der Zecke. Was ich denn auch zur Entfernung empfehlen kann in jedem Fall ist, wenn ihr denn mal eine habt, sie aufzuheben. Da kommen natürlich ein paar zustande, wie ihr hier seht. Also mitunter, je nachdem, wo ihr jetzt wohnt und wie oft da draußen seid und so weiter, mache ich allein aufgrund der Krankheitsfindung. Mal angenommen, ich hätte jetzt irgendwo Symptome, denn ich packe jetzt nicht jede einzelne Zecke, Montag, Dienstag. Kennt ihr so eine Medikamentengefäße, wo verschiedene Tabletten, da könnt ihr jetzt separieren. Ich packe hier alle in einen rein. Also würde ich jetzt ein Symptom haben und man würde sagen, es könnte jetzt eine Zecke gewesen sein, wir sind uns nicht einig. Dann würde ich sagen, ich habe hier Zecke aufgehoben. Dann sagen die, ja super, gib mal her. Und dann würde ich jetzt sagen, hier habt ihr 20 Zecken. Dann müssen sie halt 20 Zecken untersuchen. Ich kann ja nicht jetzt jeden Tag, versteht ihr, was ich meine, das halte ich für mich für unpraktisch, weil ich das jetzt schon seit mehreren Jahren mache. Das mache ich ja erst seit gestern und nicht für das Video ganz bestimmt, das mache ich für mich. Kann ich euch nur empfehlen, hebt es auf nach Möglichkeit, wenn es denn. Und wenn es nur irgendwelche Reste sind, auch wenn ihr es irgendwie getrennt habt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das denn nicht mehr nachweisbar wäre. Übrigens lagere ich das Ding im Tiefkühlschrank, mal so nebenbei, also in der Truhe, damit sich auch rumgammelt. Gut. Was man hier noch nennen könnte, die Fressfeine der Zecke wären zum Beispiel Vögel, Wespen, Fahnenwürmer und Pilze. Also es gibt also auch andere Organismen, die die Zecke auf dem Speiseplan zu stehen haben. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den übertragbaren Krankheiten aller Lederzecken sowie einiger Schildzecken der Gattung Ripecepalus. Wir separieren das ein bisschen, wir müssen mal kurz mal schauen. Genau, und weil danach kommen wir denn zu den Krankheiten der Schildzeckenübertragenen. Das sind jetzt hier, ist nur die eine offensichtlich. Richtig, ja, richtig. Also diese eine, wie gesagt, für die Lederzeckenart, für die Lederzecken und die eine Schildzecke. Und das wäre relativ unbekannt, aber ich habe es trotzdem mit reingenommen. Ist das Zeckenrückfallfieber? Ist eine Zoonose, durch das Bakterium Borrelia dutoni, hat es erwähnt, ja. Ja, das führt nach ein bis vier Tagen zu einem knapp einwöchigen, hohen Fieber, Gelenk, Kopf, Brust und Gliederschmerzen, Übelkeit und teilweise Atemnot. Blutungsneigung, Bewusstseinsstörung, Hirnhautentzündung, das heißt Meningitis und Geldfärbung der Haut, das heißt Icterus. Und dann bis zu elf Wiederholungen von Fieberschömen, die da möglich sind. Ganz schön finster, ja. Die Letalität beträgt stationär mit Antibiotika schon behandelt ein bis fünf Prozent und unbehandelt 20 Prozent. Mal hier zum Vergleich, es gibt nämlich auch einen Läuserückfallfieber, das gleiche, was durch Zecken verursacht, kann auch durch Läuse verursacht werden. Und da liegt die Letalität bei 50 Prozent unbehandelt. Ja, so viel zum Zeckenrückfallfieber, mehr habe ich dazu jetzt nicht gefunden, ja, also es gibt hier keine irgendwie Daten mit wer, wie viel betroffen und so weiter. Geht irgendwie fast unter, ich habe es vorher auch, ehrlich gesagt, ich kannte es nicht, habe es nicht gehört. Wahrscheinlich gibt es doch keinen Impfstoff, ja, deswegen rentiert sich das nicht darüber, irgendwas zu erzählen. Ja, man weiß es nicht. Ja, oh, hier steht nur ein Wort. Impfung nicht vorhanden, herzlichen Glückwunsch, ja, passt mal wieder. Naja, gut, ich lache nicht über Krankheiten, nicht falsch verstehen. Ich lache darüber, wie die Menschheit damit umgeht, mit diesem Hintergrund, das ist der Punkt. Das ist eigentlich auch nicht zum Lachen, das ist traurig, ja, keine Frage. Aber es ist Sarkasmus, muss man immer nochmal sagen. Gut, und jetzt kommen wir zu den Krankheiten, die durch die Schildzecken übertragen werden. Das ist das, wo wahrscheinlich jetzt schon alle drauf gewartet, schon gelächtsam. Gut, beginnen wir mal. Der erste, Thularämie. Ich hatte es anfangs erwähnt, ja, sind wir bei den Fliegen gewesen, sind wir bei den Mücken, zieht sich durch, auch in die Zecken. Auch das nicht zu vergessen, wie gesagt, Biokampfstoff, schlimmes Ding, ja, und jetzt natürlich, auch da hatte ich eben Zusammenhang erwähnt, wir kommen auf die Lymphboriose, natürlich hier jetzt bei den Zecken und der Hamase auch schon, ja. Durch das Bakterium Borrelia burgdorferi und ähnliche übrigens auch, ja, wird genau diese Boriose übertragen. Sie findet verbreitet nur auf der ganzen Nordhalbkugel, ja. Überwiegend durch Zecken, das heißt den gemeinen Holzbock, wäre hier zum Beispiel der Klassiker, aber auch durch Mücken und Bremsen, hatten wir erwähnt, ja. In Deutschland sind ungefähr 5 bis 35 Prozent der Zecken mit genau dieser Boriose befallen. 5 bis 35 ergibt das Nord-Süd-Gefälle. Und wir wissen natürlich, im Norden ist sie noch seltener aufzutreffen als im Süden. Da haben wir mehr den Hotspot, daher ist natürlich der Befall dort auch deutlich höher, ja. Die Infektion tritt allerdings nur bei 1 bis 5 Prozent auf, ja. Und die Erkrankung, denn aus der Infektion heraus nur bei 0,5 bis 1,5 Prozent. Wir liegen also hier wieder bei diesem magischen 1 Prozent. Was ich gesagt habe, was sich praktisch durch alle irgendwo durchzieht, von diesen, wie soll man sagen, leichteren, kann man das, darf man das überhaupt so sagen, Infektionskrankheiten? Wenn man betroffen ist, ja eigentlich nicht. Aber im Vergleich muss man dazu sagen, zu solchen Sachen, wo ich gesagt habe, die, die in Afrika beheimatet sind, die riesen Tropenkrankheiten, die durch die Mücken, ne. Wo wir hier mehrere hunderttausend haben und wo die Letalität natürlich entsprechend höher ist und natürlich auch mitunter bei einigen noch viel mehr, viel stärker als nur 1 Prozent vorhanden sein können an Erkrankten, ja. Wie gesagt, das sind hier die 1 Prozent Erkrankten. Das ist hier nicht eine Letalitätsrate, das muss man auch sagen. Bei den anderen haben wir ja gesagt, Letalität 1 Prozent und Erkrankung 10, 20 und so weiter. Damit will ich hier die Boriose nicht runter. Ich möchte euch damit nur mal einen Maßstab geben, dass man nur mal so einen Vergleich machen kann. Wenn man zum Beispiel sich jetzt fixiert auf Boriose, wie schlimm die ist, ja, keine Frage. Aber wir haben auch Sachen, die sind noch viel schlimmer. Gut, nach Biss gibt es eine Wanderröte in Ringform, das kennt der eine oder andere, aber, und das ist der Punkt daran, das muss nicht so sein. Die kann auftreten, die muss aber nicht auftreten. Das heißt, es ist also kein Indiz und das ist das Kritische oder Tückische daran, ihr könnt einen Zickenbiss haben mit einer Boriose und die Wanderröte bleibt aus und ihr geht nicht zum Arzt. Und meistens wird ja dann hingegangen, so zumindest was ich so mitbekommen habe, es ist eine Wanderröte vorhanden, aber dann gehe ich mal lieber zum Arzt, weil ich hatte einen Zeckenbiss und wir gucken dann mal, was es war. Wenn die aber ausbleibt, dann fehlt euch sozusagen der nächste Punkt zur Diagnose, weil dann habt ihr irgendwann erst die Symptome und dann weiß man gar nicht mehr, woher es kommt. Wie hat denn das? Es ist dann nicht mehr auf die Zecke möglicherweise zurückzuführen. Irgendwann kommt dann die Diagnose, möglicherweise Boriose und dann sagt ihr, ah, bestimmt ein Zeckenbiss. Ja, aber was hat man denn gelernt? Die kann auch woanders durch entstanden sein. Ihr könnt euch die, wie gesagt, auch in dem Fall logischerweise auch durch eine Mücke geholt haben. Apropos. Jo, also. Die Symptome sind grippeähnlich, mit Muskel- und Gelenkschmerzen. Nicht zu verwechseln übrigens, weil das, ich hatte es gesagt, wenn die Symptome, wenn die Wanderröte ausbleibt, dann habe ich es gelesen, dass es hier auch mit MS, Multiple Sklerose, auch schon mal verwechselt werden kann in den Anfangsstadien. Genau, oder dem Chronik-Fatigue-Syndrom, ja, dieses chronische, ist ja, glaube ich, dieses chronische Müdigkeits- oder Schlafens-Matthaltigkeits-Syndrom und so weiter, ja, was jetzt da ja auch seit einigen Jahren wieder hochgekommen ist, beziehungsweise was so ein bisschen, ne, Beachtung fand. Und diese grippeähnlichen Symptome führen dann unbehandelt zu chronischen Erkrankungen der Gelenken, Gesinnesorgane, Nervensystem, Herz und anderer Organe. Das ist ja denn das Kritische an der Boriose. Es, bei einer eindeutigen Diagnose, das heißt eindeutig und rechtzeitig vor allen Dingen auch, ja, dann ist eine langfristige Therapie mit Antibiotika möglich, aber nicht ganz einfach und, zumindest was ich gefunden habe, teilweise auch umstritten. Da gibt es sozusagen, so wie ich das sehe, zwei Lager und das eine würde ich mal deuten als Lobby der Pharmaindustrie, die in jedem Fall sagen, musst du machen und dann gibt es auch welche, die sagen, vorsichtig, weil, ne, also da, das ist, ich hatte sie gesagt, bei solchen heißen Eisen kann ich keine Fakten nennen, das wäre alles nur spekulativ, das muss jeder selber wissen, ja. Es ist in jedem Fall keine Immunisierung möglich, das ist ja der Punkt, man kann nichts impfen gegen Boriose. Ja, und das ist die, Boriose, immer dran denken, die wie gesagt nach mehreren Stunden übertragen werden kann, ja, durch sozusagen das, was die Zecke an Verdauung raushaut, ins Blut. Und dann haben wir das, was sofort durch den Speichel übertragen werden kann und das ist natürlich die FSME, ja, die Frühsommer Minigenzien Perlitis. Und da, äh, muss ich sagen, ist, ich habe mich nie gefragt, wie kommt man eigentlich auf Frühsommer? Vermutlich wieder, hat es wieder mit diesem Hype zu tun, ich weiß es nicht, eine Spekulation, ja, im Frühsommer, äh, das ist Frühling, wo dann Zecken verstärkt aufkommen. Und meiner Meinung nach müsste dieser Begriff, ja, der FSME eigentlich nur noch SME halten, ja, weil mit Frühsommer hat es meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Ich bin der Meinung, dass ich mir die auch ganz problemlos im Winter holen kann, genauso wie auch im Herbst, das ganze Jahr über, ja. Da will ich einfach nur sagen, vorsichtig, äh, ist jetzt vielleicht Haarspalterei, was den Begriff angeht, aber ich, mich, hat der nicht nur verwirrt, sondern mehr gestört, diese Definition, ja. Ja, denn es ist, wie wir gleich kommen werden, eine Entzündung, aber eins nach dem anderen. Übertragen wird diese FSME durch den Flavivirus in ganz Europa. Vor allem aber, Schwerpunkt ist Südost- und Osteuropa, ja. Bei praktisch allen Zecken, und ich hatte es erwähnt, auch praktisch das ganze Jahr über, ja. Und zusätzlich auch durch, ähm, infizierte, nicht pasteurisierte Rohmilch, ja. Das ist der Klassiker bei den, die, äh, in den Ländern, es wird ja nicht ganz selten gemacht in Südost-Europa, kenne ich ja selber auch. Oh, hier mal ein leckeres Glas frische Zeckenmilch. Das sage ich auch nicht nein. Ist ein Risiko, ja. Ja, ähm, in Deutschland sind ungefähr 0,1 bis 5% infiziert. Jahrlich gibt es ungefähr 500 Fälle von Erkrankungen. Das entspricht einer Quote von 0,01%. Nochmal kannst du zu erinnern, ja, was ich zu den Häufigkeiten gesagt habe. Damit will ich es wieder nicht unter den Teppich gehen. Aber ich will ja auch keine unnötige Panik betreiben bei 0,01%. Es gibt keine Medikamente gegen FSME. Ja, auch hier wieder, gleich wie die Boriose, ähnlich wie die Boriose, vorsichtig, ja. Ja, ähm, es werden nur die Symptome behandelt, ja. Ähm, die Impfung ist laut Robert-Koch-Institut nur in den FSME-Risikogebieten empfehlenswert, ja. Seit den 90er Jahren ist, wie gesagt, dieser Impfstoff erhältlich, ja. Warum man es nur in diesen Risikogebieten als empfehlenswert macht, ist auch wieder spekulativ, könnte aber daran liegen, dass möglicherweise der Impfstoff auch entsprechende Nebenwirkungen haben können, wo man, das ist ja bei jeder Impfung, immer abwiegen muss. Ja, sagte ich ja auch schon mehrfach und kann ich hier auch nicht oft genug sagen, bei jeder Impfung sollte man abwiegen. Ähm, jede Impfung hat grundsätzlich immer Nebenwirkungen, es gibt praktisch keine ohne, das, wer das sagt, der würde ich einfach mal blank raus behaupten, der lügt. Jede Impfung hat irgendeine Nebenwirkung. Das ist bloß eine Frage, wie hoch diese ist und in welchem Verhältnis die zum entsprechenden Nutzen steht, ja. Ich hatte es erwähnt, beispielsweise bei meinen Chemotabletten für die Malaria damals. Und da habe ich hier ein paar Zahlen gefunden, ja, was Infizierte angeht. Bei 10 bis 30 Prozent dieser Infizierten gibt es nach 2 bis 20 Tagen grippeähnliche Symptome. Bei 70 Prozent gibt es einen zweiten Fiebergipfel nach etwa einer Woche, sowie Kopfschmerzen und Erbrechen zu den Infizierten. Jetzt zu den Erkrankten, das ist ein Unterschied, ja, nicht jeder Infizierte ist gleichzeitig auch ein Erkrankter. Bei den Erkrankten gibt es zu 50 Prozent eine Meningitis, das heißt die Entzündung der Hirn- und Rückenmarks heute, und bei 40 Prozent eine Meningoenzipalitis, ja, das heißt also zusätzlich hat es anfangs erwähnt, dann auch die Gehirnentzündung noch hinzu, ja, bei den Erkrankten. Mit schweren Bewusstseinsstörungen und Lähmung bis hin zur Atemlähmung. Bei 10 Prozent kommt es zu einer Mühleelitis, das heißt Entzündung des Rücken- und Knochenmarks, oft zusammen mit einer Hirnstamm-Enzepalitis. Bei schweren Krankheitsverläufen erholen sich nur 20 Prozent vollständig davon, 50 Prozent behalten die bleibenden neurologischen Funktionsstörungen und 30 Prozent von diesen Schwererkrankten, immer dran denken, nicht hier von allen Infizieren, also nicht durcheinander bringen. 30 Prozent der Schwererkrankten, ja, starben innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das also zur FSME, ja, hatten wir jetzt die Thularämie, wir hatten die Boriose, wir hatten die FSME, jetzt kommen aber noch ein paar andere, die man so vielleicht gar nicht mit der Zecke in Verbindung bringt oder die nicht so wirklich gehypt werden. Und da können wir auch gleich sehen, warum möglicherweise nicht. Und zwar, weiß ich gleich als nächsten Punkt, ich habe das immer so kategoriert nach Gefährlichkeit, nach meiner vermeintlichen, nach meiner leihenhaften, subjektiven Bewertung der Gefährlichkeit, ja, wäre das Kuhfieber, ja, das ist eine Zoonose, ja, durch das Bakterium Coxiella brunetti. Und zwar tritt das in kontaminierten Kot der Auwallzecke auf, ja, und Kot durch Auwallzecken oder Kot wird grundsätzlich, wenn er hart und so weiter ist, natürlich auch durch Inhalation aufgenommen, ja. Also ich muss also nicht nur den einfachen Kontakt, das wäre ja jetzt, wo man sagen kann, kann ich vielleicht vermeiden, wenn ich jetzt hier nicht, wie ich jetzt hier rumkrabble, ja, sondern ich kann es auch einfach inhalieren. Ja, und das geht ja mal recht schnell bei so sehr leichten Massegewichten, die da irgendwo durch die Luft als Aerosol wieder, ja. Deswegen sagte ich, nicht gerade wenig gefährlich. Der Hauptwirt ist hier das Schaf, ja, kann aber auch denn, wie gesagt, in der Wolle, in der Milch oder im Fleisch enthalten sein, ja, durch die, wie gesagt, hohe Ansteckungsmöglichkeit. Führt zu grippeähnlichen Symptomen, aber auch zu Lungenentzündung mit Atemnub, Leberentzündung, Hirnhautentzündung und Herzentzündung. Nimmt sich praktisch nichts zur FSME, sehen wir, ja. Letalität bei Behandlung liegt bei 10%, was deutlich stärker ist als der FSME übrigens, ja. Bei Behandlung, muss man sich mal vorstellen, ja. In Deutschland gibt es 100 Fälle jährlich. Die Impfung ist möglich, ja. Wird aber nur angeraten, speziell für Tierärzte, Schlachthofpersonal und Labormitarbeiter. Und, ähm... Jetzt, ich konnte, also ich hab's, ich hab's, also ich wusste jetzt nicht, was jetzt hier kommt. Die letzte Zeile hier oben auf der nächsten Seite, ja. Aber wenn ich das schon lese, mit dieser hohen Letalität, wenn ich lese, dass der Impfstoff nur für ausgewertes, selektives Personal erhältlich ist, wenn ich sehe, dass es nicht groß in der Bevölkerung polarisiert wird, dann ist es natürlich eine potenzielle Biowaffe in den USA und in Russland. Das ist das Kuhfieber. Und immer dran denken, auch Zoonose, das ist ja der Punkt, das wird immer ganz gern vergessen, ja. Wir haben hier beispielsweise bei der FSME, ja. Also, es gibt Sachen, die sind deutlich, meiner Meinung nach, gefährlicher als das, was gerade gepusht wird. Aber es wird schön unter den Teppich gekehrt. Deswegen sind wir ja hier bei Backcountry Expeditions, dass wir das mal rausheben hier unter dem Teppich, ne. Gut. Als nächstes haben wir jetzt hier, wir sind jetzt ungefähr so bei der Mitte, bei den Zecken, ja, bei der Hälfte, haben wir hier die Rickettsiosen. Rickettsiosen, ja, gibt es weltweit, und zwar durchs Bakterium der Gattung, wie der Name schon sagt, Rickettsia. Das führt zu Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschlag. Und da gibt es verschiedene Arten von. Einmal das Fleckfieber, durch Rickettsia provazeki, ja, da liegt die Letalität unbehandelt bei 40%. Dann haben wir das Rocky Mountain Fleckfieber, durch Rickettsia rickettsii, Letalität behandelt bei 5%. Unbehandelt habe ich ja nichts gefunden zu. Dann haben wir das Butonösfieber, das ist die Mittelmeerzeckenfleckfieberkrankheit, durch Rickettsia kunori, da habe ich gar nichts zu gefunden. Dann habe ich Rickettsin-Pocken, durch Rickettsia akari, war ja auch nichts zu gefunden. Dann habe ich das wohlhynisches Fieber, das sogenannte Schützengrabenfieber, durch Bartonella quintana. Gibt es auch nicht viel zu. Aber sowas gibt es halt. Dann haben wir hier nach diesen verschiedenen Rickettsiosen, im Punkt 7, die Humane Granulozytere Anaplasmose. Das ist durch das Bakterium Anaplasma Phagozytophilum. Zu 70% ist das asymptomatisch, aber wenn Symptome auftreten, dann ist das in der Regel sowas wie Multi-Organ-Vorsagen. Meningo-Enzopalitis, Atemnutzsyndrom. Letalität liegt bei 3%. Das Ganze kann auch bei Hunden, Katzen, Pferden und Wiederkäuern auftreten. Als Achtes haben wir hier die Babysiose. Das dürfte schon mal irgendwo gehört gewesen sein. Allerdings ist das nicht durch ein Virus oder ein Bakterium, sondern in dem Fall durch ein Protozon der Gattung Babesia. Das sind sogenannte Blutparasiten, die zu einer Hämolyse, das heißt also zu einer Auflösung der roten Blutküpperchen führen. Und natürlich auch zu, in der Folge dann, zu Nieren- und Lungenversagen. Das Ganze betrifft dann auch natürlich auch Hunde, Mäuse, Pferde, Rinder und viele andere. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Und last but not least, das ist allerdings etwas sehr Seltenes, dahin habe ich es ans Ende gepackt, die sogenannte Zeckenparalyse durch das Nervengift. Das tritt daher selten auf, da das erst kommt nach ungefähr fünf bis sieben Tagen der Saugtätigkeit, wenn also die Zecke schon länger dranhängt, dann führt die Masse, die dort an Giftstoffen in den Körper eingeführt ist, möglicherweise und möglicherweise auch vielleicht durch mehrere Zecken, also nicht nur durch eine, man weiß es nicht, es ist wieder abhängig, kann es zur Lähmung der Atemmuskulatur führen, was dann natürlich zum Tod, der Tod folgt. Da gibt es ein paar Fälle, die ich gefunden habe, will jetzt nicht sagen, das wäre nicht erwähnenswert, ich sage nur, dass es sehr selten ist. Denn wie gesagt, man muss ja schon die Zecke wirklich in dem Fall wirklich sehr, sehr lange saugen lassen. Und das tritt, denke ich meiner Meinung nach, vor allen Dingen bei Tieren irgendwo auf. Ja, wenn denn. Ja, und damit sind wir denn durch. Das wäre es denn tatsächlich hier gewesen. Wir haben uns jetzt hier gequält durch die Fliegen, ich rekapultiere das Ganze hier nochmal. Bei den Fliegen hatten wir die Wadenstecher, die Bremsen, die Lausfliegen, die Zecifliegen, dann sind wir zu den Mücken übergegangen, da hatten wir die Stechmücken, die Kribelmücken, die Gnitzen und die Sandmücken und da waren wir jetzt bei den Zecken, das heißt die Lederzecken und die Schildzecken. Deswegen alle Einzelnen mit den jeweiligen Krankheiten, die durch diese übertragen werden können. Es gibt höchstwahrscheinlich noch die eine oder andere weitere, weil wie gesagt, das ist jetzt hier keine Doktorarbeit, die ich gemacht habe. Ich bin kein Medizinstudent oder ähnliches. Ich bin kein Arzt, ich bin Laie, jemand, der draußen lebt und beschäftige mich dementsprechend mit einigen Dingen. Und ich bin der Meinung, dass das ist, was man durchaus mal wissen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr on top. Weil für den einen oder anderen ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel. Ich erinnere noch mal dran, dass das Ganze, wie gesagt, als Lesebeitrag bei mir auf der Webseite, da könnt ihr noch mal das Ganze ein bisschen vielleicht rekapitulieren für die, die es gerne auch in Schriftform haben möchten. Und dann würde ich jetzt mal zu dem Punkt kommen, der allgemein, ich habe das so genannt, allgemein vorbeugende Maßnahmen bei stechenden Parasiten. Und das betrifft jetzt sowohl zum Beispiel Mücken, als auch Bremsen, als auch möglicherweise Zecken. Alles, was so irgendwie sticht zumindest. Was man dagegen tun kann. So, der erste klassische Punkt, das dürfte man, glaube ich, überall irgendwo, das hat man ein paar Mal schon gehört, findet man auch ganz leicht irgendwo zu lesen, als erster Tipp ist, lange, helle und möglichst dichte Kleidung zu tragen. Aber interessante Vögel, habt ihr die gerade gehört da? Bis jetzt abends, 18 Uhr, die Sonne hängt ja schon ziemlich tief und jetzt ist das hier offensichtlich, die sind juckig, die Beine, das sind Pärchen. Bisschen spät dran. Nun dann, ja, also die Kleidung, lange, dichte, helle. Wie gesagt, helle aus dem Grund, weil dunkle Kleidung natürlich anziehend ist für Insekten. Das wird offensichtlich besser wahrgenommen. Wir hatten das Thema beim Zebra, ja. Ich habe, wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, auf den Jungs, ja. Ihr könnt es hier gerne mal versuchen, euch hier irgendwie so in Streifenformat, schwarz-weiß, wie gesagt, so klein, möglicherweise wirkt das irritierend, ja. Das könnte allerdings ziemlich lächerlich aussehen. Wenn ihr das Ganze nur in hell macht, ist es möglicherweise, ähm, ein bisschen modisch angepasster, ja. Ja, und das ist ja auch mit einer der Gründe übrigens, kommt nicht von ohne rum. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel in die Tropen fahre, ähm, bringt natürlich auch der Stoff manchmal mit sich, wenn ich jetzt keine Wolle trage, sondern da praktisch auf den Leiden gehe, also auf den Leinen gehe oder auf Seide gehe, ja. Das ist ja dann sowieso meistens irgendwo in Naturfarben eingefärbt. Das heißt, wir haben so ein Beige, Ockerfarben, helles Sandfarben zum Beispiel, ja. Das sind dann die typischen Tropenkleider, die man immer irgendwoher gesehen hat. Also auch extremes Hellgelb-Oliv sozusagen in der Richtung, ja. Genau aus diesem Grund, weil es, wie gesagt, für die Parasiten A nicht so anziehend ist und Punkt Nr. B ist, weil ihr die Parasiten darauf natürlich auch viel schneller erkennt, ja. Auf so einer dunklen Sache, wenn jetzt hier was sitzt, das sehe ich da nie im Leben. Auf so einer getarnten Sache, nun gut, Multicam ist jetzt nicht unbedingt, das, darauf siehst du noch ziemlich viel. Aber ihr wisst, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Haaren Flektar in den Bundeswehr nehmen würde, da würde ich da überhaupt gar kein Vieh drauf krummkrabbeln sehen, zum Beispiel, ja. Das heißt also, die Kleidung sollte entsprechend sein und natürlich auch entsprechend dick, ja. Je nachdem, was man da zu erwarten hat, ja. Ich hatte es erwähnt, hier, wenn ich hier sitze, durch den Lohn, mich hat hier keine gestochen. Also hätte mich jetzt irgendwas gestochen, würde es jucken. Es haben ein paar hier am Hals gewesen, ja, aber das kann jetzt natürlich auch sein, dass Eli Sand mit seinem Gestank hier auch so ein bisschen vertreibt von dem Zeckenschutzmittel, ja. Kleidung, das A und O, ja. Hosen und Ärmelsäume sollte man nach Möglichkeit eng anliegend verschließen, ja. Wenn man so etwas hat, ja, diese Hose hat das hier nicht, ja, also hat das theoretisch auch, nutze ich aber nicht, sagen wir es mal so. Hier gibt es so einen Klettverschluss, den ich jetzt zuziehen könnte. Dann habe ich hier eine Gamasche, die kann ich jetzt hier vorne mit einem Haken in den Stiefel einhacken. Unter anderen Umständen mache ich das. Ich mache es jetzt hier nicht, weil ich hier sitze, weil dann könnte ich mich nämlich nicht so hinsetzen. Dann würde die Hose hier spannen und würde im Schritt reißen. Also, wenn ihr aber die Möglichkeit habt, so eine Hose zu nutzen, ich habe das zum Beispiel bei meinen Leo Köhler Molleskin als auch bei den Kampfhosen von Leo Köhler. Die haben unten einen verlängerten Saum drin, den kann man sozusagen auskrempeln und da haben dann ein einfaches Zugband nur drin. Das ist genau für solche Sachen. Das heißt also, über den Stiefel verlängere ich dann den inneren Zug, sonst nervt das Ding eigentlich immer. Aber genau, wenn ich so Wiesen gehe, als Gamasche, das ist nichts anderes als eine Gamasche, verlängerte Gamasche nach unten zum Schuh, um den Bundabschluss zum Schuh zu machen. Das kann ich dann nur empfehlen oder, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, wenn ihr Gamaschen habt. Das nutze ich, Gamaschen, logischerweise natürlich, wenn ich durch ein feuchtes Terrain gehe oder wenn ich durch Terrain gehe, wie ich hatte es erwähnt jetzt gerade in dem Zusammenhang, wenn ich weiß, ich bin durch irgendwelche Tiere ganz besonders gefährdet. Ich habe schon in der Hitze tatsächlich Savanne-Halbwüste, nennen wir es mal so, selbst in der Steinwüste habe ich bereits Gamaschen mitgehabt. Da ging es allerdings mit dem Hintergrund Schlangen und Skorpione. Die Stiefel hätten das schon den Skorpion abgehalten, aber man weiß ja nie, wie schnell die hochkrabbeln können oder zu beißen. Deswegen habe ich gedacht, die Gamasche war in jedem Fall nicht verkehrt. Ansonsten nutze ich Gamaschen natürlich eher für kaltes, nasses Terrain vor allen Dingen. Das heißt, da, wo Schnee ist, da, wo ich feuchte Wiesen durchlaufe. Lappland, der Klassiker Gamaschen. Natürlich, wenn man kurze Hosen trägt. Ansonsten sollte man kurze Hosen natürlich grundsätzlich vermeiden. Und das ist ja der Grund, ich hatte es ja auch gesagt, lange Hosen. Deswegen sitze ich hier nicht mit einer kurzen, deswegen sitze ich hier mit einer Jacke, obwohl mir ziemlich warm ist. Wir haben immer noch 24, 23 Grad sicherlich. Und dann auch schon, ich hatte es auch erwähnt, festes Schuhwerk. Stiefel, sollte man grundsätzlich zu übergehen, ist ein Klassiker. Ich weiß, es gibt Für und Wider, ich habe eine ganze Menge zum Thema Stiefel erzählt, dass wir dann unsere Apparate, Knochen, Bänder und so weiter nicht mehr entsprechend genug belasten. Das ist völlig richtig, aber andererseits, wenn ich mit einem hohen Gepäck durch die Gegend gehe, dann bin ich auf einen Stiefel irgendwo angewiesen, damit ich mich da möglichst nicht verletze. Und last but not least eben genau der Punkt mit den Insekten. Das muss jeder selber wissen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich natürlich irgendwo eine Zecke kriege, wenn ich einen Turnschuh durch den Wiesen laufe, ist um ein Vielfaches höher, als wenn ich einen Stiefel trage. Das dürfte wohl klar sein. Dann den Hut mit einer breiten Krempel nutzen und einer Möglichkeit natürlich, wenn es gibt, ein Mückennetz und auch noch Handschuhe. Das mag jetzt ziemlich krass klingen, aber wir sind schon rumgelaufen wie die Imker in Lapland. Jeder, der oben ist im Sommer, der weiß, was ich meine, dem muss ich darüber nichts erzählen. Und ansonsten, das ist ja hier mein Hut, den ich nutze. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht aufgehabt, weil ich war der Meinung, es war jetzt hier nicht notwendig. War auch alles okay soweit. Aber ansonsten habe ich hier noch ein Fliegengitter drüber. Die Krempe schützt dann natürlich, dass das Fliegengitter mir nicht im Gesicht liegt. Der hat also den gewissen Abstand zum Gesicht. Denn man muss ja auch daran denken, wenn ich jetzt hier ein Netz drüber habe, kann es viel ja trotzdem durchstechen, wenn das Gitter auf der Haut liegt. Der braucht also einen Abstand, daher der Hut natürlich mit einer Krempe. Und dann natürlich auch, Krempenhut ist A und O, nie ohne Krempenhut in den Dschungel gehen. Würde ich auf keinen Fall nie machen und auch keinem empfehlen. Was denkt ihr, was ihr alles vom, wir haben schwarze Witwin gehabt, da wäre ich fast ins Spinnennetz reingelaufen. Da hatte ich zwar keinen Hut auf, muss ich sagen, aber nach solchen Erlebnissen habe ich in dem Fall nicht mehr abgesetzt. Es ist eine ganze Menge Viehzeug, was auch von oben kommen kann, jetzt mal abgesehen von der ganzen Witterung. Hut ist grundsätzlich, Hut mit Krempe, die unübersetzte Kopfbedeckung, die sinnvollste in der Natur überhaupt. Wenn es extrem kalt ist und ihr habt dieses Problem, könnt ihr mal eine Sturmmaske und einen Hut auch noch drüber setzen. Das geht übrigens auch, habe ich auch schon gemacht. Sieht zwar ziemlich kaputt aus, aber in Zeiten von Corona ist ja auch nichts mehr kaputt, würde ich mal sagen. Gut, also wir hatten den Hut. Und Handschuh, wie gesagt, in der Verbindung, wenn ihr diese extremen Plagegeister habt, dann haben wir es auch schon gemacht. Handschuh, nach Möglichkeit, wenn es nicht die sind, die man tapen kann, dann haben wir es auch schon mit Tape um die Jacken gemacht. Ich habe das auch schon gesehen bei Kanufahrern, die uns tatsächlich mit einer kompletten Vollschutz-Garnitur, also ich trage sowas ja nicht auf dem Boot, aber es gibt ja welche, die rennen jetzt hier wirklich mit diesem vollen Nässe-Schutzanzug rum und die haben dann natürlich, weil sie das Kunstfasergewebe hatten, nicht wie ich jetzt hier, die Wolle, haben das mit dem Tape auch noch die Gummihandschuhe. Die hatten Küchenhandschuhe an, kein Kram jetzt wirklich, die hatten einen Weg Küchenhandschuhe an, weil es so krass gewesen ist da oben. Du konntest gar nichts mehr machen. Alles komplett ganz schlimm. Das muss ich gar nicht mehr erzählen. Wer es kennt, der weiß Bescheid. Gut, in Unterkünften und Fahrzeugen sollte man grundsätzlich feindlich, einmaschige Moskitonetze und Schutzgitter verwenden. Das dürfte klar sein, also wenn ich irgendwo schlafe, auch wenn ich zum Beispiel jetzt in so eine gefährdete Region, dann nehme ich natürlich grundsätzlich auch noch ein Mückennetz mit. Also ich habe ein Beilachin dabei und das spanne ich mir im Bett auf. Klingt krass, lässt sich einfach irgendwo, manchmal ist es nervig, weil es oben keinen Haken gibt über dem Bett, da muss man sich was einfallen lassen. Da habe ich schon die deutschen Konstruktionen gemacht. Und wenn ihr im Auto seid, dann der Klassiker, was ich zum Beispiel so mache, ist, habe ich mir gebaut, Blechtafeln, ganz einfaches Stück Blech genommen, mit der Flex ein paar Kerben reingeritzt, dann die ausgedengelt, sodass ihr praktisch den Lüftungsschlitz habt, die kennt ihr vielleicht, die sind so in den Türen auch eingebaut, oben oder unten. Und das Ganze dann natürlich noch von innen mit einer richtig dünnen, feinmaschigen Gase versehen. Das klemmt er dann natürlich mit einer entsprechenden Bürdelung für die Fenster, macht er Fenster auf, meine sind 12 cm hoch, klemmt er oben in die Fenster rein, Fenster zu und dann ist das Ding fest. Dann habt ihr die ganze Zeit sozusagen eine Lüftung, wie gesagt, ist wichtig, sowohl in warmen Regionen als auch in feuchten Regionen, dass es innen nicht beschlägt. Es kann regnen, es kommt kein Regen rein, durch die ausgebürde Luftschütze, es kommen auch kein Viecher rein, durch die Netze. Ich weiß nicht, ob man sowas fertig kaufen kann, bestimmt, gibt ja irgendwo alles, ja auf dem Campingmarkt oder so, die tollsten Sachen für Wohnmobile, das ist das, was ich so in meinem Fernreisefahrzeug habe, zum Beispiel ist eine Sache, kann man leicht selber machen, passt für jedes Fahrzeug, macht man sich ein bisschen. Dann sollte man vorhandene Klimaanlagen und Luftgebläse in jedem Fall einschalten. Ich bin kein Freund von Klimaanlagen. Es gibt dazu einen Beitrag bei mir, einen fachlich-sachlichen auf der Webseite, könnt ihr euch anschauen, Funktionsweise einer Klimaanlage. Und da weise ich auch darauf hin, auf die Nachteile einer Klimaanlage, zu was das führen kann bei uns, was Menschen angeht. Ja, praktisch alles, was wir als komfortabel empfinden, hat praktisch auch einen großen Nachteil für unsere eigene Gesundheit. Und Klimaanlage ist so ein Klassiker. Aber hier mache ich eine große Ausnahme. Ich fahre in heiße Gebiete bewusst ohne Klimaanlage. Ich habe sie mir damals in allen Autos, ich hatte, jedes Mal ausgebaut. Aber hier mache ich wirklich diese Ausnahme. Wenn ich in solchen Hotels bin und es gibt da eine Klimaanlage, dann wird die eingeschaltet. Gnadenlos, jetzt nicht auf volle Minustemperatur runterkühlen. Funktion Klimaanlage verweise ich da auf meinen Beitrag bei mir auf der Webseite. Wer damit nicht umgehen kann oder wenn ich weiß, wie viel Grad, ich sage hier nur noch mal, die Hausnummer, nicht mehr als 7 Grad Differenz zur normalen Außentemperatur. Manche sagen sogar nur 5 Grad. Kann man hier halten, wie man will. Also nicht draußen 40 und innen 12. Das ist völlig hier. Die sollte man einschalten, weil natürlich der Luftstrom die Viecher auch noch abhält. Alles, was irgendwo gewebelt wird und auch natürlich die kühle Luft. Denn wir hatten es ja, die Viecher sind in der Regel irgendwo wärmeliebend. Ilai! Dann haben wir natürlich auch noch das, woran die meisten wahrscheinlich zuerst denken. Nicht an diese passiven Maßnahmen, sondern sozusagen die mehr oder weniger aktive. Ilai, geh mal bitte aus dem Bild raus. Jetzt hast du aber, der war kurz unterwegs gewesen. Jetzt hat der hier ordentlich Wild mitgebracht. Den hast du da gefunden. Nee, geh mal weg, du stinkst ja wie ein Schwein. Der muss gerade in irgendeinem, deswegen muss ich einmal kurz einen Cut machen. Der ist hier gerade einmal weg und Ilai, bleib mal hier. Der hat irgendeinen Wildhiruch mitgebracht. Komm hierher, Ilai. Gut, also woran die meisten wahrscheinlich zuerst denken, ist genau jenes, was ich euch anfangs gezeigt habe. Du machst jetzt hier Platz, Ilai. Darüber. So ist sie fein. Ist Mückenschutzmittel. Beziehungsweise repellent genannt. Es gibt hier einmal die synthetischen, das heißt hier die mit Diet oder Icaridin. Das hier jetzt zum Beispiel hat 50% Diet. Ich hatte es ja dazu erwähnt, nutze ich praktisch gar nicht. Die Flasche wird wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch irgendwo rumhängen, aber was so ist. Was ich in jedem Fall allerdings nutze, ist genau No-Bite für Kleidung. Das heißt, das zum Imprägnieren, das habe ich jedes Mal genommen, wenn ich zwischen Frühjahr und Herbst nach Lapland gefahren bin. Auf der letzten Tour habe ich es auch gemacht. Genau, richtig. Diese kleine blaue Flasche, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Hier sind 100ml, sind da 250 drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls diese blaue Pumpsprühflasche, da steht, bin ich noch der Meinung drauf, findet da bei mir, glaube ich, auch auf der Webseite ein Review zu. Ich glaube, ich habe da schon mal ein Review drüber geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten kommt es noch irgendwann mal. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls steht da drauf für 5 Kleidungsgegenstände, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann euch sagen, diese Pumpsprühflasche reicht genau für eine Jacke, eine Hose, einen Hut und eine Jacke von Eli. Das sind, wenn man es genau nimmt, drei große Kleidungsgegenstände oder drei Jacken. Das ist ein bisschen hochgepokert. Was ich damit sagen will, es reicht nicht ganz das, was da drauf steht. Nehmt also ruhig mehr. Wenn ihr eine Person seid, braucht ihr mindestens eine Flasche für die Gegenstände, die ihr euch da zulegen sollt. Das ist so ein Daumenwert. Wenn man jetzt nicht fünf Jacken mitnimmt, vorausgesetzt, immer nur von jedem Kleidungsstück auf eins, dann kommt er mit einer Flasche hin. Und das ist etwas, was ich auch da wirklich nur empfehlen kann, weil das hilft wirklich. Ich habe es nicht direkt auf der Haut. Also ich brüße es mir nicht ran. Hat den Vorteil, weil dieses Zeug klebt. Denn natürlich, ich stinke die ganze Zeit, muss mich waschen, fühle mich nicht gut dabei, wenn ich schwitze. Das kann beim Mückenzeug ganz schön ekelhaft werden, irgendwann, wenn man mehrere Tage in der Wildnis ist. Daher bevorzuge ich denn, das Zeug auf die Kleidung zu sprühen. Kann man jetzt darüber streiten. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es jetzt hier nicht der grüne Otto ist. Hier nicht super gesundheitsfördernd und hast nicht gesehen. Muss allerdings dazu sagen, ich trage diese Sachen ja nur für einen bestimmten Zeitraum. Ich habe sie nicht permanent an. Nach ein paar Wochen, so Pi mal Daumen, fünf, sechs Wochen, ich kann es nicht mehr genau sagen, da verfliegt die Wirkung sowieso wieder. Und dann werde ich sie sowieso irgendwann waschen und dann ist es eh raus. Also von daher, das ist ein Übel. Denn hier wäge ich dann genau, was ich gesagt habe, wäge ich dann ab. Was passiert, wenn ich mich 25.000 Mal stechen lasse? Oder ist es nicht vielleicht besser, wenn ich einmal kurz was einsprühe? Und dann bevorzuge ich lieber einmal, die Sachen einzusprühen, als mich mehrfach am Tag täglich einzusprühen. Das ist auch so. Aber das muss jeder wissen, wie er, muss jeder machen, wie er möchte. Ich möchte es hier nur erwähnen, wie gesagt, die entsprechenden Schutzmittel. Ja, das sind diese thetischen. Und dann gibt es natürlich auch noch natürliche, wie zum Beispiel die ätherischen Öle. Die haben allerdings alle eins gemeinsam, dass sie nur eine sehr kurze Wirkdauer haben. So wie, dass sie teilweise wirklich nur sehr artspezifisch in der Wirkung sind. Ja, nur weil das eine Mittelchen, Ölchen gegen die eine hilft, gegen die eine Art, hilft es aber nicht gegen das andere. Das ist halt das Schwierige daran. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Und natürlich, was noch hinzukommt, es hat ein sehr hohes Allergierisiko für die Leute, die zur Allergie neigen. Denn alle diese ätherischen Öle können natürlich mitunter eine Unverträglichkeit auslösen. Daher, wie gesagt, mein Ding, hatte ich ja erwähnt, ist vor allen Dingen, Eli, setz dich mal hier hin. Hier hin, komm mal her. Jetzt bringt er nämlich, hat er wieder die ganzen Mücken auf, ich schaue ich mit der Rennerei hier. Setz dich hier mal hin, jetzt kommt das ganze Viehzeug wieder an. Ich versuche die ganze Zeit ruhig zu bleiben, Eli. Das ist nämlich auch nur so ein Ding, Verhaltensweise. Kommt auch noch hinzu, ja. Vergessen auch die Einigen. Das sage ich jedes Mal wieder im Camp. Überlege genau, was du machst und renne nicht durch die Buschvegetation. Du scheuchst das ganze Viehzeug auf, ja. Sollte man. Gut. Denn wir hatten es, wie sie angezaugt werden. Ich hatte es ein paar Mal erwähnt, was sie für Tiere für Mechanismen haben, um ihre Wörter zu finden. Daher tatsächlich waschen. Das heißt, diesen Körpergeruch abwaschen. Nun ist das allerdings auch wieder subjektiv. Ich habe es auf meiner Lapland-Reportage erwähnt. Wenn ich mich ein paar Wochen nicht wasche. Ich habe mich jetzt auch drei Tage lang nicht gewaschen. Aber ich bin noch nicht der Typ, der stinkt, glücklicherweise. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass würde ich mich jetzt waschen, möglicherweise dadurch weniger anziehe. Weil ich halt nicht die Aminosäuren oder was auch immer auf der Haut irgendwo abgebe. In diesem Maße. Bei anderen macht das vielleicht überhaupt gar nicht funktionieren, weil die das nach kürzester Zeit wieder an sich haben. Das ist subjektiv. Aber allgemein, so Pi mal Daumen, kann man sagen, kann das helfen. Dann gibt es auch Meinungen, die sagen, ja, jetzt zieht euch wieder die Seife oder das Parfüm, zieht die auch wieder an. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Aber ich benutze so einen Krempel nicht. Ich hatte es ja erwähnt. Ja, also zumindest habe ich meinen Bio-Waschkram in einem Video mal vorgestellt. Und ich werde auch nochmal ein Video machen, mit welchem Bio-Kram ich mich dusche, sozusagen. Und das hinterlässt tatsächlich keinen intensiven, ganz, ganz wenig, minimal. Ich glaube, das muss man schon wissen. Ansonsten ist es nicht so, wie wenn er, was bin ich hier, keine Ahnung, Duschdass, Cliff und Sansibar, wie sie nicht alle heißen, damit ein. Und ihr rennt dann hinterher durch den Raum und, oh, das hätte ich aber, du riechst aber frische Waschen. Wer sich frisch wäscht, der riecht in der Regel nicht. Es sei denn, er ist parfümiert. Gut, also, riechende Kleidung, das ist auch so ein, naja, vielleicht so ein Hausfrauentipp, man weiß es nicht. Riechende Kleidung kann man als Ablenkung hinlegen. Könnt ihr jetzt sozusagen meine stinkende Socke ausziehen? Ist Wolle, riecht nicht so doll. Funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut, ja. Aber ich könnte meine Wollsocke, äh, meine Socke, wenn es jetzt keine Wolle wäre oder grundsätzlich, wenn ich irgendwas Stinkendes anhabe, könnte ich das beispielsweise fünf Meter neben das Zelt hängen. In der Hoffnung, dass sie denn da alle hinfliegen und von mir weg. Das kann, oder ihr seid im Hotel und legt da die Sachen über den Stuhl, stellt den Stuhl fünf Meter vom Bett entfernt oder so. Ja, dass sie sich denn eher da aufhalten und man weiß es nicht, weil die sind ja auch nicht blöde, weil die werden ja jetzt, wie gesagt, nicht in eure Unterhose stechen, die da irgendwo aufgehangen ist, ja. Ja, aber das habe ich mal so gefunden als mögliches Rezept, man weiß es nicht, ja. Ist vielleicht auch ein Glaube, ja, ist ja wie allen mit solchen Sachen, ja, wenn man davon überzeugt ist. Dann gibt es duftende Pflanzen als natürliche Schutzbarriere, ja. Die könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr es auf dem Balkon habt, ja, also gibt ja welche, die pflanzen denn tatsächlich nur Katzenminze, kenne ich, wirklich keinen Witz jetzt, weil sie sagen, es hält die Mücken fern. Warum nicht, ja. Und bei diesen duftenden Pflanzen haben wir Lavendel, Thymian, Basilikum, Katzenminze, hatte ich erwähnt, und Tomaten. Tomaten auch, ganz, ganz. Also wenn ich durch mein Tomatenbeet gehe und die Tomaten pflücke, da rieche ich hinterher wie eine Pflanze und das für mehrere Stunden. Das ist schon ein ziemlich, sehr intensiver Büro und ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle toll finden, ja. Mal ein bisschen davon, dass das Grünkraut der Tomate ja leicht giftig ist, ja. Gut, man sollte stehende Wasseransammlungen vermeiden, ja, das heißt sowas wie Regentonnen, Autoreifen, Grabwasen, ja. Ich hatte es ja wehnt zu den, äh, zu den Regentonnen anfangs, ja, mit dem leichten Ölfilm. Das bitte nicht machen, das war ein Scherz, ja. Aber was in jedem Fall Sinn macht, ist solche Sachen abzudecken, ja. Ich benutze zum Beispiel, ich habe auch eine Regentonne, aber keine Regentonne mehr in dem ursprünglichen Sinne, sondern eher eine Zisterne, ja, das sind die Großen aus der Landwirtschaft, ihr kennt ja diese Riesenbehälter an den Dingern, die, ja, mit dem Gitter ringsrum. Die sind komplett zu, da kommt nichts rein, ja. Irgendwann wird natürlich auch da die Alge drin wachsen, wenn ich sie ins Licht stelle, entsprechend, ja. Aber wie gesagt, wenn ich das Ganze jetzt irgendwo als Regentonne hinstellen würde, auch mit dem Deckel drüber, muss nicht immer funktionieren, weil irgendwo finde ich immer ein Loch, wo sie reinkrabbeln können, selbst wenn ein Deckel drauf ist. Macht das so dicht, wie es nur möglich ist, ja. Und ansonsten vermeidet solche Wasseransammlungen, vor allen Dingen auf euren Grundstücken. Ich weiß, es ist schwierig, weil man natürlich irgendwo Wasser auch horten sollte. Das gehört irgendwo dazu, ja. Das, also für mich zum Beispiel, dafür muss ich jetzt kein Preparer sein, um irgendwo Wasservorräte zu haben. Denn da, wo ich wohne, fällt regelmäßig die Wasserversorgung immer mal wieder aus. Und dann steht man ziemlich dumm da, wenn man dann nichts hat, ja. Ja, das ist der Punkt daran. Man sollte es allerdings vermeiden in der freien Landschaft. So ein Klassiker zum Beispiel, Autoreifen, ja. Das ist in Entwicklungsländern, liegst du, die überall rumliegen, in allen, nicht nur in der Stadt, in Straßengrämen, irgendwoher schmeißen sie die Reifen hin in Südostasien und Afrika, verbrennen sie in diesen Reifen sozusagen ihren Müll regelmäßig. Dann brauchen Sie sich natürlich auch nicht wundern, könnte man jetzt sagen, ja. Wenn es da regnet, ja, dann ist das ein Eldorado. Es ist dunkel, es ist feucht, es ist geschützt. Ja, und die Temperatur passt auch noch. Also, es ist, ne, solche, muss man überall dran denken, wo, ne, alles, wo stehende Wasseransammlungen nicht sein müssen, die auch zu entfernen, ja. Ähm, dann haben wir, äh, Teiche kann man auch mit Fressfeinden bestücken, ja. Ich denke da jetzt nicht unbedingt an Fische, weil, die werden, wenn ihr jetzt einen Fisch, ist natürlich möglich, aber den können natürlich auch die Katzen rausholen. Da hat der Fisch dann nicht lange was von, ja, von den Mückenlarven. Aber woran ich jetzt zum Beispiel denke, sind Schwimm- und Wasserkäfer, ja, und auch deren, auch Libellenlarven, ja. Gut, Libellenlarven können dann die reinsetzen, die dürfen von alleine kommen oder nicht. Das passt, wenn ihr naturnahe Grundstücke habt. Denn werden solche Tiere von alleine, früher oder später kommen, mit anderen Tieren natürlich eingeschleppt sozusagen, ja. Also, bei mir habe ich die ausgesetzt, die kamen von alleine, ja. Ähm, aber wenn ihr es vielleicht so ein bisschen pushen wollt, ja, dann könnt ihr ja irgendwo an den See gehen und holt euch da, was weiß ich nicht, irgendeinen Schwimmkäfer raus und setzt ihr, sollte natürlich ein entsprechend, natürliches Medium auch, also Lebensraum für diese Käferart denn vorhanden sein. Und die fressen dann zum Beispiel, ne, die Larven auf, ne, so ein Klassiker. Dann haben wir, ähm, der Ratschlag, der mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich befolge den tatsächlich. Natürlich, soweit es geht natürlich, ich meide solche Regionen mit solchem Aufkommen von diesen Krankheiten komplett. Wenn die Tropenkrankheiten jetzt natürlich zu uns kommen, dann kann man es nicht mehr meinen, das ist richtig. Aber es gibt einen Grund, warum ich mitunter, äh, ich habe nichts gegen die Tropen. Ganz ehrlich, ich bin gern da und ich habe, ähm, also es ist, ich liebe es immer wieder. Ja, ja, es ist nicht nur das Essen, sondern es sind auch andere Dinge, ja. Ähm, ähm, aber es, es ist schon, wenn ich abwäge, ja, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann suche ich eher die nördlichen Breitengrade auf, ja, weil ich davon ausgehe, dass da a, nicht nur das Trinkwasser für mich gesünder ist und ich es da überall trinken kann, weil ich nochmal ein separates Wasservideo, sondern natürlich auch, dass die Gefahr einer Ansteckung in den südlichen Breitengraden, je immer je höher ist, je näher ich an den Aquator rankomme. Das dürfte klar sein, weil da natürlich die Bedingungen für die Schädlinge deutlich besser sind als bei uns und da natürlich das entsprechend höhere Aufkommen auch mitunter deswegen vorhanden ist, ja. Und dann, sage ich, dann muss ich nicht jedes Jahr nach Koh Samui in Urlaub fahren, ja. Ich will jetzt damit nicht sagen, dann braucht sich derjenige, der da hinfährt, nicht wundern, weil das ist, das wäre Quatsch, ja. Aber man muss aber auch sagen, wer regelmäßig in die Tropen reist, der braucht sich natürlich auch nicht wundern, wenn sein, beziehungsweise der Sollte, dem Sollte bewusst sein, sagen wir es mal so, dass sein Risiko deutlich höher ist, als wenn er das nicht tun würde. Das ist einfach der Grund, ja. Das ist, jetzt muss man natürlich auch, könnte man natürlich auch noch sagen irgendwie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu radikal, aus welchem Grund macht man denn da den Urlaub, ja. Ja, mache ich jetzt nur, weil ich irgendwo bei 35 Grad am Strand liegen möchte und mir die Ananas, Kokosnuss zum Austrinken haben will und eigentlich nur zum Bräuen dahin fahre. Da könnte man sagen, hey, das kann ich auch woanders machen, ja, zum Beispiel. Aber deswegen fahre ich nicht in die Tropen, ja. Ich fahre ja da wegen der Landschaft hin und ich bin ja dann auch, wie gesagt, sagt der Typ, der dann auch in den Regenwald geht und da auch, wie gesagt, ja. Und das sind dann Sachen, die kann ich nicht irgendwo anders auswählen. Die gibt es dann auch in keinem anderen Land, ja. Aber ich versuche das trotzdem zu dezimieren. Das heißt tatsächlich, ich mache hier nicht jedes Jahr irgendwelche Tropenurlaube, auf keinen Fall. Nicht, weil es so eine weite Entfernung ist, nicht, weil ich Ilai in ein Flugzeug stecken muss, sondern es ist einfach der Punkt, weil die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung deutlich höher ist. Weil ich mich ja natürlich auch nicht nur in der Stadt aufhalte. Es ist, wenn wir mal an Malaria denken, Iquisse oder Dengofieber, natürlich überall im ganzen Land. Aber ich weiß unten von den Einheimischen, die sind in der Stadt, was das angeht, sprühen sich zwar auch ein, sie sind aber, was den Umgang angeht mit den Mücken, deutlich ruhiger, relaxter, als wenn sie jetzt sagen, oh nee, aufs Land fahre ich nicht, ne. Ist da irgendwo ein Reistümpel, ah, bist du verrückt, da bleibe ich lieber in meiner Stadt, ne. Wisst ihr, was ich meine, ja. Also es gibt da durchaus einen Unterschied und da bin ich denn der Typ, der fährt dann genau in das Reisfeld da rein, ja, und wundert sich denn, wenn ihm die Schlangen zwischen den Beinen rumkriegen. Ja, also wenn es nicht sein muss, versucht, das ist nicht unbedingt, ja. Aber das, du kannst ja keinen davon abhalten, wer da hin will, will er da hin, aber, ne, das Risiko geht da dann auch freiwillig ein, er genauso wie ich. Ist einfach so. Dann haben wir, ähm, die, das hatte ich auch schon mal mehrfach gesagt, die Notwendigkeit einer Impfung, ja, das heißt der Immunisierung, Schutzimpfung, sollte man immer abwägen, ja. Das ist, ist ganz wichtig, zähle ich hier auf mit diesen allgemein vorbeugenden Maßnahmen, denn natürlich können die Nebenwirkungen, ja. Ja, ich will mich jetzt vor irgendwas schützen, hab jetzt sozusagen Angst berechtigt oder auch nicht, wie auch immer, jedenfalls hab ich denn eine gewisse Angst, ist es ja, wirklich, vor dem Parasit, vor der Krankheit und möchte mich schützen und im Endeffekt krieg ich allerdings natürlich durch die Impfung was ganz anderes reingebrummt, ja. Und das kann denn auch, so kurios es klingen mag, ist es auch eine Schutzmaßnahme vor dieser Krankheit, ja, vor dem Parasit indirekt nur, ja, wo ich dann sage, Impfung oder nicht, und, naja, die Entscheidung kann euch keiner abnehmen, das müsst ihr selber wissen, ja, das muss jeder Mensch selber wissen, welches Risiko für ihn wie einzuschätzen ist, ja. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie siehst du das, wie machst du das, weil die Leute sich dann irgendwann an einem orientieren, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat mit Reisen und ein bisschen anderen Orten und so weiter. Ich tue mich schwer, mit solchen Sachen das zu sagen, weil ich möchte niemanden bevormunden und das ist dem gegen eine eigene Entscheidung. Es soll nachher nicht heißen, aber du hast gesagt, ja, und dann habe, weil ich jetzt gesagt habe, ich lehme jeden Tag mit Zecken, einer impft sich jetzt nicht gegen, ne, und dann heißt es natürlich, ich habe jetzt gekriegt, weil der hat das Video gemacht. Um Himmels Willen, ja, so soll es auf keinen Fall sein, ne. Und dann natürlich ist es eine passive Maßnahme, beziehungsweise wenn es schon zu spät ist, könnte man fast sagen, ja, betrifft jetzt natürlich die Zecken, ich hatte es ja erwähnt, das regelmäßige Absuchen am Körper nach dem Aufenthalt in der Natur, ja. Das heißt, und genau ist es ja das, was wir jetzt auch gleich machen werden, wenn wir jetzt hier noch anderthalb Stunden ein bisschen so durch die Gegend pümmeln zu Fuß, ja, und da werde ich mir, ich glaube eigentlich nicht, dass ich welche bekommen habe, weil ich die ganze Zeit ja doch eher auf der Plane saß hier, ja. Man weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit hätte ich eher für her, dass ich sie vorhin schon bekommen habe, wo wir durchs DAS gelaufen sind irgendwo, und dass ich sie jetzt bekommen werde, wenn ich wieder zurücklaufen werde, schön durch die Abendsäunde, wo sich die letzten nochmal schön an die Grasse halten und klemmern machen. Ja, meine lieben Freunde, das war es jetzt zu meinen präventiven, beziehungsweise prophylaktischen Maßnahmen, wenn man das mal so sagen kann, ja. Und dann würde ich jetzt zu dem Schlusswort meines ganzen Vortrages kommen. In dem Schlusswort fasse ich so ein paar Sachen nochmal so zusammen und gehe auch so ein bisschen auf, man kennt das ja, wenn ich ein Statement abgebe, auch so ein bisschen auf gesellschaftskritische Dinge nochmal ein, ja, und versuche so ein kleines Fazit aus diesem Ganzen zu machen. Denn was ich hier ganz bewusst nicht machen wollte in dem Video, ist Panik zu betreiben, ja. Ich habe hier eine ganze Menge Krankheiten jetzt aufgezählt, ja, Infektionskrankheiten, die durch den Parasit, ja, als Vektor übertragen werden können auf den Menschen und als auch Tier. Und das könnte jetzt für den einen oder anderen, ach du großer Gott, ich verlasse nie wieder meine Wohnung, ja. Und genau das möchte ich nicht und deswegen werde ich hier nochmal ein bisschen dazu was sagen, ja. Also, noch ein bisschen was Allgemeines zu anderen Dingen, die war jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz, ja. Fäkalbakterien wie Streptokokken und Kolibakterien am Stechapparat von Fliegen, Mücken und Zecken, zum Beispiel von landwirtschaftlichen Dung- und Gülleabfällen, als auch hauteigene Bakterien, zum Beispiel durch aufkratzende Wunde, können sowohl Lymphödeme als auch eine tödliche Blutvergiftung auslösen. Das immer daran zu bedenken, ja, das ist, diese Gefahr ist hier allgegenwärtig. Ich muss hier nicht mal nach irgendeinem Virus suchen oder irgendeinem Wurm, der vielleicht irgendwo lebt. Das sind Bakterien, die sind überall, die sind hier, die sind in dem Kram, den ich hier in der Hand habe. Da leben diese Bakterien drin, ja. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine offene Wunde habe, Tetanus, ja, zum Beispiel so ein Klassiker, relativ simpel, aber das Insekt, was mich sticht, braucht praktisch jetzt keinen übertragbaren krassen Virus oder so haben. Das muss nur auf der Gülle sitzen, die hier überall fließt, zumindest ist es bei mir. Und setzt sich danach bei mir irgendwo hin, wo ich eine Wunde habe, eine Schleimhaut oder sticht. Nur die Gülle, ja, reicht schon aus für Tattoo, Tattoo, Dominik hängt an der Nadel, ja. Und diese Gefahr halte ich, deswegen sagte ich das hier gleich zu Anfang, für deutlich größer als all die anderen durch Zecke, Mücke, Bremse, das und das gestochen. Diese Gefahr, die wir uns hier selbst machen, ja, beziehungsweise in dem Fall ist es ja die Landwirtschaft, ja, in meinem Fall zumindest, die uns hier praktisch mit den, mehr oder weniger könnte man schon fast sagen, eigenen Fäkalbakterien, aber es sind ja in dem Fall die von den Tieren, geht man zumindest aus, ja, auch wenn es mitunter eingekaufte Sachen sind aus dem Ausland, die hier verspritzt werden. Die Gefahr ist immens hoch und das sage ich auch jedes Mal, wenn hier der Bauer frisch gegüllt hat, ja, die Agrargenossenschaft, Landwirtschaftsbetrieb, was auch immer, dann sage ich nicht nur mir, mir selbst sowieso, aber auch anderen, wenn die kommen, nein, wir gehen heute nicht aufs Feld, es wurde vor drei Tagen gegüllt frisch. Und dann siehst du ja immer noch den Kram da liegen, ja. Was, ja, ja, ich weiß, muss jetzt hier mit x-tausend Bar unter die Erde gespritzt werden, hier, komm mal auf, das steht irgendwo auf dem Papier. Hier kannst du, zack, da hast du. Tatsächlich, ist kein Witz, ja. Hier schwimmt das Feld, da schwimmt der See, da blüht der Teich, ja. Das ist alles eins, ah, Fäkalbakterie ohne Ende, ja. Und dieses Risiko ist immens hoch, immens hoch. Und das wird nicht selten unter den Teppich, oder das vergisst man nicht selten. Und mir hat damals die Hausärztin gesagt, wo ich nach diesem Fall im Krankenhaus gewesen bin, dass sie schon fünf Todesfälle hatte, aufgrund von infizierten Insektenstichen. Nicht Insektenstiche, anaphylaktische Schock und so weiter, also Überreaktionen, wo man jetzt beispielsweise gegen Bienen irgendwo allergisch reagiert hat. Nein, einfach nur ein Stich, bumm, und man weiß nicht, was es gewesen ist. Ich weiß es auch nicht, was es gewesen ist. Aber die Vermutung liegt nahe, wenn man die Symptome sieht, ja. Gut. Tödliche Blutvergiftung, das wollte ich damit sagen, allgegenwärtig. Dann haben wir die Bilatiose, durch einen Saugwurm im Süßwasser, ja, und auch bei Süßwasserschnecken, ist neben Malaria die zweithäufigste Tropenkrankheit. Das ist jetzt etwas, was wir gar nicht besprochen haben, ja. Ich habe es ein paar Mal gesagt, Würmer kann überall übertragen werden, keine Frage, ja. Und das ist so ein Punkt, der ist in jedem Fall nicht zu verachten, ja. Millionen Menschen von betroffen. Eine Parasitose durch Würmer im Boden, wie beispielsweise den Spulwurm, Peitschenwurm, Hakenwurm, Darmwurm, betrifft weltweit ungefähr eine Milliarde Menschen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist keine kleine Zahl und da muss mir keiner mehr mit 0,1% oder solche Späße kommen, ja. Ja, die gefährlichsten Krankheiten zählen mitunter zu den Big Five der vernachlässigten Tropenkrankheiten und treffen vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen. Kann man sich nachgucken, könnt ihr googlen den Begriff irgendwo, ja, findet auch eine Tabelle Big Five, da findet das alles immer so ein bisschen wiedergegeben. Für die Pharmaindustrie ist eine entsprechende Arzneimittelforschung nicht attraktiv, weil es schlichtweg an kaufkräftiger Kundschaft fehlt, ja. Dabei steht der Pharmaindustrie allerdings sehr viel Wissen über wirksame, natürliche Verbindungen zur Verfügung, ja. Was soll ich zu diesem Punkt sagen, ja. Ich bin ja kein Freund der Pharmaunternehmen und machen wir uns nichts vor, es dürfte jedem klar sein, es wird genau immer genau dann was entwickelt, wenn es noch gebraucht wird und wer war schon für Afrika, muss man einfach mal so sagen, ja. Und die Nummern mit dem, es gibt eine ganze Menge Wissen, es wird immer mal wieder irgendwo etwas aufgespürt, in alter Laktüre irgendwas übersetzt und dann findet man irgendwo einen einheimischen Stamm, die da irgendwas weitergeben. Das wurde von der Pharmaindustrie nicht nur teilweise aufgesaugt, diese Informationen, die besitzen die Unternehmen. Das ist Kapital, das ist der Joker sozusagen, den sie in der Hand haben, ja. Der mitunter auch natürlich in Forschung betrieben wird, wenn wir nochmal an das Thema Biowaffen gehen, ja, keine Frage, ja. Und natürlich deren Immunisierung auch, ja. Und hinzu gibt es auch noch, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist spekulativ. Ich habe Berichte dazu gefunden und ich halte sie auch, das ist jetzt eine Glaubenssache, muss ich aber vorsichtig sagen, ja. Ich halte es nicht für abwegig, dass durchaus überall auf der Welt mal irgendwelche nützlichen Arzneimittelpflanzen gestanden haben, ja. Also die sozusagen die Einheimischen als wertvolle Stoffe schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden teilweise genutzt haben, gegen entsprechende Krankheiten, die dann allerdings ganz plötzlich verschwunden sind. Es sind in Flugzeuge geflogen, die haben irgendwelche Sachen verspritzt und plötzlich sind die Pflanzen alle eingegangen. Es sind wo ganze Felder abgebrannt worden, darüber gibt es Nachweise. Einige einheimische Dörfer wurden vertrieben, ja. Da herrschte dann plötzlich auch eine Seuche, dann waren sie alle tot, ja. Andere, die was wussten, sind verschwunden. Das klingt schon alles ziemlich, ich weiß, ja, das klingt alles schon ganz schön abgehoben, aber überlegt mal, wie viel Geld dahinter steckt, ja. Und es ist schon ziemlich kurios, dass man damals im Altertum, in der Antike und so weiter, finde ich, gegen viele Sachen irgendwas hatte. Da gab es ja noch keine Pillen, die ich mir einschmeiße, ja, von Bayern, Monsanto, was weiß denn ich, BRS F0815 hinterher, ja. Und trotzdem sind die Leute nicht alle daran gestorben, ja. Und trotzdem konnten sich einige da selbst teilen. Wie viel, weiß man nicht. Nichts davon kann man jetzt wirklich noch beweisen heutzutage, ja. Aber dass es das gegeben hat, das dürfte außer Frage stehen, ja. Und, aber heute ist nichts mehr davon vorhanden. Komisch, oder? Kann man mal drüber nachdenken. Ja, ich will so ein paar kleine Denkansätze hier mal geben, ja. Ja, und damit verhindern denn praktisch die Erkrankungen in den Entwicklungsländern die sozioökonomische Entwicklung, ja. Und führen zu massiven volkswirtschaftlichen Schäden, weil praktisch Investitionen ausbleiben, keine Touristen ins Land kommen, ja. Das Land hat sozusagen keine Chance, sich selbst zu verbessern. Auch hier könnte man wieder drüber spekulieren, wenn wir jetzt von Drittweltländern oder Entwicklungsländern, wie man es dann nennen mag, reden mag, ja. Afrika, ja. Wer ist schon daran interessiert, dass jetzt zum Beispiel, ja, können ja auch noch ein paar andere nennen, aber Afrika ist ja so der Klassiker, ja. Wer wäre denn schon groß interessiert daran, dass plötzlich da die Industrie boomt, ja. Da könnte man sagen, das ist doch bloß eine Konkurrenz für andere Industrien, oder? Ja, da müssten wir uns das Geld auf der Welt irgendwo teilen, so nach dem Motto auch noch. Da gibt es auch tatsächlich, ich möchte es hier der Vollständigkeit halber erwähnen, ja, dass es Leute gibt, die davon überzeugt sind, dass praktisch solche Länder ganz bewusst klein gehalten werden, ja. Und in dem Zusammenhang, was ich auch mal erwähnt hatte, wenn man sich gerade mit dem Thema Biokarmstoffe, irgendwann habe ich dann aufgehört bei der Recherche, weil man ist ja noch auf Seiten gekommen, wo, ja, meine Freunde bei der NSA begrüßen, ja, die man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag aufsuchen sollte, in regelmäßigen Abständen zumindest nicht, ja. Und da habe ich dann, wie gesagt, aufgehört zu recherchieren, aber es führt dennoch irgendwo zu einer entsprechenden Ahnung, schrägstrich Erkenntnis, wo man auf den Trichter kommen könnte, wenn man eins und eins zusammenzählt und da bei einem dann tatsächlich auch zwei und nicht drei rauskommt, dass tatsächlich irgendwo immer wieder gewisse Experimente gemacht wurden, ja. Und es gibt das bis jetzt hierhin, ja, so halb und dann sage ich mal jetzt vorsichtig mit spekulativ, ich möchte keine Halbwahrheiten verbreiten, aber ich sage es der Vollständigkeit halber. Es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass irgendwo zum Beispiel in Afrika ganz bewusst gewisse Epidemien und solchen zum Ausbruch gebracht wurden, aus mehrererlei Gründen gleich. Einmal Nummer eins, wir müssen den Kampfstoff testen. Und Punkt Nummer zwei, wir wollen das Land kurz halten. Das ist natürlich Spekulation, ja, ich möchte nicht dazu aufrufen, irgendwelche komischen Glauben zu verbreiten, die nicht hundert Prozent belegbar sind. Ihr wisst, ich bin rational, ja, ich schaue mir die Fakten an, gucke, was ich hier und heute beweisen kann. Ich weiß, dass das ein Blatt der Stieleiche ist, weil das sicher ist, ja. Alles andere kann ich nicht sagen, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber sagen. Und ich sage ja, alles, was nicht unmöglich ist, darüber können wir diskutieren. Das ist zumindest meine Meinung, ja. Meinetwegen können doch die grünen Männchen vom Boden holen, ja. Können wir über alles drüber reden. Von mir gibt es jetzt keine Tabuthemen, ja. Kann man drüber nachdenken, ja, ob das irgendwie so ist oder ob es nicht so sein könnte. Aber es gibt entsprechende Zusammenhänge, wo man zumindestens eine Richtung erkennen könnte. Da muss man so. Und dann, ich hatte es auch schon ein paar Mal erwähnt bei dem Flugzeugmalaria, ja, Flughafenmalaria, ja. Durch weltweiten Handel und Reiseverkehr, Globalisierung, ja, mein absolutes Freundeswort überhaupt, ja, sowie durch zunehmende Erwärmung erreichen immer mehr Krankheiten auch führende Industrieländer der Nordhalbkugel, ja. Und sind dann erst die reichen Menschen und deren Wirtschaft akut bedroht, dann kümmert man sich meistens kurzfristig um Behandlungsmethoden, ja. Allerdings ist das dann meistens auch eine eher überstürzte Notmaßnahme, weil das alles eigentlich völlig unausgereift ist, weil man ja nicht rechtzeitig langfristig irgendwas erprobt hat, ja. Ich möchte jetzt nicht auf aktuelle Viren, die da grassieren, die gerade in den Medien seit einigen Jahren publik gemacht werden, extra nochmal hinweisen. Denn es betrifft wirklich, es ist so ein Schema zu erkennen. Das ist schon eigentlich, kennst du euch nicht die ganze Menschheit durch, kann man sagen, ja. Jedes Mal, wenn irgendwo, irgendwo aus dem Busch sozusagen was auftaucht, dann sagt, interessiert mich doch nicht, juckt mich doch ein Kram, ja. Und wenn denn aber, ach du großer Gott, ich könnte jetzt hier irgendwie da mein Kapital verlieren, die Volkswirtschaft bricht ein, unser, äh, unter Bruttoinlandsprodukt fällt dann um wie viel Prozentpunkt, du hast nicht, jetzt müssen wir was machen, ähm, macht mal schnell einen Impfstoff. Ihr habt, äh, fünf Minuten, ja. Und zack, 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 ah, der ist schon fertig, wunderbar, super. Reingespritzt, super, wunderbar. Ach, das hilft schon. Nehmenwirkung gibt's gar nicht. Nehmt das ruhig alle, bestens. Ich möchte damit jetzt hier nicht irgendwelche, äh, Impfdiskussionen anfangen, aber es ist nachgewiesen, das ist, das steht außer Frage, ja. Das, wie gesagt, doch, ich impfe mich, ja, also jetzt hier nicht mich in irgendeine Ecke stecken, das darf ich ja nochmal sagen, ja. Ich wiege es immer ab, das ist der Punkt daran, ja. Es ist nachgewiesen, dass die, oder bewiesen, dass die Krankheiten, die schon länger existieren, Infektionskrankheiten, wo man schon seit mehreren Jahrzehnten mitunter einen Impfstoff hat, dass die Impfstoffe natürlich, äh, entsprechend ausgereifter sind und auch, was die Nebenwirkungen angeht, bekannter. Und man kann ja möglicherweise da auch noch dran rumfummeln, ja. Das ist praktisch, wie wenn ihr euch ein neues Auto kauft. Das sollte man tunlichst unterlassen. Der erste Modell kommt auf den Markt, will ich gleich haben. Ja, na klar, wer testet? Der Kunde natürlich. Genauso ist es bei Impfstoffen doch genauso. Wer soll der Hersteller das dann wissen, gerade auf dem Markt geschmissen und dann, wo soll denn die, wo soll denn die zehn Jahre alte Studie herkommen? Kann man mal drüber nachdenken, ja. Und von daher kann man denn schon verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, ich will mich erst mal nicht impfen lassen, ich warte jetzt mal ab, bis es das schon gibt, ja. Wo man sagen kann, ja, ach, Tetanus ist jetzt kein Problem, das gibt es jetzt schon seit 40 Jahren, ja, das haust du mir rein. So kann man das grundsätzlich erklären, dass es Menschen gibt, die sagen, gegen das möchte ich nicht impfen lassen, gegen das aber habe ich jetzt schon keine Probleme, eher weniger. Und da muss man ja immer noch abwiegen, die Anzahl, die Höhe der Nebenwirkungen, was ich ja auch, wie gesagt, erwähnt hatte. In welchem Verhältnis stehen die zur Krankheit, ja. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einer Nebenwirkung schwer, vielleicht sogar tödlich erkranke, ja. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ja. Das ist natürlich Statistik, ja. Und da weise ich nochmal auf den Spruch meines Statistikprofessors und damals meiner Mathelehrerin, da waren sich beide einig, obwohl da mehr als zehn Jahre dazwischen lagen, ja. Ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst empfällst, ja. Also von daher. Soviel nochmal dazu, ja. Wollte ich nochmal so ein kleines abschließendes Fazit zum Thema Immunisierung, Impfen, Industrieländer, Entwicklungsländer und Ausbreitung der Krankheiten geben, Nord-Süd-Gefälle, ja. Das sollte so ein bisschen vielleicht hängen bleiben aus dem ganzen Punkt, ja. Und beenden würde ich meinen Vortrag denn genau mit dem Thema, wo ich es angefangen habe, es ging ja um Parasiten, dass wir hier auch wieder die Kurve bekommen. Ich hatte ja gesagt, es kommt noch ein bisschen was zum Aufschlauen hinzu, ja, ich habe jetzt ein bisschen was zum Nachdenken angegeben und jetzt natürlich das Ganze ein bisschen, damit sich das Bild abrundet sozusagen, ja. Möchte ich noch was zum Thema Parasiten sagen, weil jetzt ist natürlich der Eindruck entstanden, wer sich jetzt noch nicht so viel mit Biologie und so weiter beschäftigt hat oder nicht aus dem Grund, er sagt ja, das ganze packt, so wie ich jetzt gesagt habe, ich stelle sie mit einem Flammenwerfer hin, bekipp die mit Öl, klatsche die alle tot, wo man jetzt den Eindruck erwecken könnte oder bekommen haben könnte. Das sind alles Schädlinge, die uns ja praktisch, wozu nutzen denn die, ja. Die können wir doch alle umbringen, ja, wo man ja grundsätzlich dabei ist, wo man sagt, man sterilisiert jetzt irgendwo alle Mücken oder verpasst denen irgendwo allen Pilz und so weiter. Es gibt ja durchaus einige Menschen, die sagen, nein, das dürfen wir nicht machen, ja. Und dafür gibt es ganz wirklich rational vernünftige Gründe, die ich auch nachvollziehen kann. Und da möchte ich jetzt hier nochmal so ein bisschen Neutralität vermitteln, nicht, dass jetzt jeder rumrennt und alles, was irgendwie sticht und beißt, erschlägt. Ja, weil das möchte ich hier mit diesem Vortrag auf keinen Fall bezweckt haben. Ja, gut. Parasiten dezimieren dicht aufeinander lebende, dominante Arten, verhindern damit, dass eine bestimmte Art überhandnimmt und schaffen somit Raum für andere Arten beziehungsweise halten die Artenvielfalt aufrecht. Es ist sozusagen ein natürlicher Artenbegrenzer, könnte man so sagen, ja. Von dem, wie ich es jetzt schon gesagt habe. Denken wir mal einfach daran, unsere aktuelle Weltbevölkerung. Ich glaube, wir dürften jetzt bei knapp 8 Milliarden liegen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So Pi mal Daumen, ja. Wo ich damals in der Schule war, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Hatten wir Geografie und so eine Geografielehrerin, da sind wir gerade auf die 5 Milliarden zugepoltert. So Pi mal Daumen, ist schon eine ganze Weile her, erkennt ihr daran, ja. Dann hatte die die These verbreitet, dass sie sagte, es gibt bereits Modellrechnung und das war auch so eine rationale irgendwie. Das war eine Mathelehrerin eigentlich, ja. Ich habe mit Mathe nichts am Hut. Die hatte gesagt, es gibt Modellrechnungen, die besagen, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Menschen auf der Welt ist, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen können, wie Safai im Geografieunterricht, wo wir das hatten, ja, mit einer so Weltbevölkerung und so, dass sie sich dann nicht mehr versorgen können und dann praktisch mehr Schaden machen, also nicht mehr im Gleichgewicht mit dem Planeten leben können und das Gefälle dann kippt. Und wenn es dann gekippt ist, wäre wohl dieser Vorgang irreversibel. Dann war natürlich die Frage, wann sind wir denn so weit? Könnt ihr euch vorstellen, wer diese Frage gestellt hat, um euch? Da ist es, ja, genau jetzt, sag ich, wie jetzt? 5 Milliarden ist die Grenze. Dann bin ich an dem Tag, weiß ich, schon sehr lange, das werden die vergessen, da bin ich echt mit dem Kopf nach Hause gegangen, wo ich mir denke, warte mal, die hat mir jetzt erzählt, man weiß ja nicht, ob Lehrer sowas stimmt, ja, aber da war man ja noch wirklich jung, ja, wie gesagt, und da denkt man ja nochmal drüber nach, ja, bin ich auch nicht gleich hingegangen und habe jetzt selbst recherchiert, sondern habe mir das erstmal ein bisschen zu Gemüte gezielt. Das fand ich schon ziemlich bedenklich. 5 Milliarden kippt die Erde und können wir uns nicht mehr selbst versorgen, ja. Das heißt, wir sind für Nahrungsmittel, sind wir auf andere angewiesen, die irgendwo uns was geben, ja, weil ich war zu diesem Zeitpunkt, wir hatten, glaube ich, Japan schon behandelt, das war so ein klassisches Land, was ich praktisch nicht mehr selbst versorgen kann mit Rohstoffen, weil alles mögliche importiert werden muss, weil sie nichts mehr haben, Bevölkerung zu, das gleiche wie ich passt nicht mehr. Deutschland war auch auf dem besten Wege dahin. Mittlerweile dürfen wir auch überschritten haben in Deutschland. Wir sind auch, bin ich der Meinung, nicht mehr fähig, uns selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wo soll es denn herkommen? Von welcher landwirtschaftlichen Fächer denn eigentlich? Ja, also, das war damals schon so und jetzt, um die Kurve zu kriegen, ja, Dezimierung, Weltbevölkerung, könnte man wirklich sagen, dass der Mensch die Welt schon genug bevölkert hat. Und wenn man jetzt sich das Wachstum anschaut, ich habe mal nachgeschaut, es gibt, wie gesagt, die Modellrechnung, wann man dann so bei 10 Milliarden wäre und so weiter, 2050 soll das wohl angeblich der Fall sein, ja, da soll man wohl bei 10 Milliarden wären, weiß es nicht, ja, 2023 sind wir wohl bei 8 Milliarden irgendwie, also es gibt wohl so mathematische Rechnungen. Naja, und die lange Rede, kurzer Sinn, ist natürlich jetzt bedenklich, wie lange kann sich der Mensch überhaupt noch auf der Welt halten, ohne dass er sich sozusagen nicht selbst auffrisst, ja, bevor, kann natürlich auch sein, dass er vorher die Erde zerstört hat und wir dann eher vielleicht auch den Mars besiedelt haben, man weiß ja alles nicht, ja. Aber Fakt ist jedenfalls, darum geht es ja hier, dass die Parasiten, egal welche Art jetzt, und wir erinnern uns nochmal daran, nur an das Thema Viren, ja, ich hatte erwähnt die These, mehr Viren als Lebewesen überhaupt, da kommen noch Bakterien, Würmer, der ganze Scheiß jetzt, noch dazu, dass die natürlich das Ganze begrenzen können und jetzt kann man sich natürlich überlegen, es ist natürlich blöd, ja, keiner möchte irgendwie der Gefressene sein, es ist immer blöd, aber wir wissen ja selbst, natürlich, die Kreislauf ist gefressen und die fressen werden, ja, keine Frage, und wir denken als Mensch, wir stehen am Ende der Nahrungskette, aber ich sagte ja schon zu Anfang, das könnte auch ein Irrglaube sein, ja, und, natürlich ist es ein blödes Gefühl einzustehen, ja, wir müssen uns irgendeinem, irgendeinem winzigen Einzeller unterlegen geben, ja, weil der uns kaputt macht, aber seien wir mal ehrlich, eigentlich ist es so, oder, denn würden die uns, ja, würde ich jetzt hier keine Impfung haben gegen Tetanus und würde meine Hand hier reinreiten und würde jetzt hier ein richtig schön Bakterium kriegen oder nehme einfach mal das Ding jetzt hier Hand mit, mit der Bremse und hast nicht gesehen, ja, denn, weg weg vom Fenster, wie viel wären denn denn so weg vom Fenster? Tausende, Hunderttausende, Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ja, und das ist der Punkt, was der Parasit macht, er begrenzt einfach, wenn eine Art zu viel vorhanden ist, gefällt uns nicht, ja, aber, was soll ich dazu sagen, es ist ein Fakt, und wir sehen es ja, es kommen immer mehr Krankheiten, es leben immer mehr Menschen auf immer weniger Fläche, ja, wir machen unsere Lebensfläche, machen wir ja tatsächlich auch noch kleiner, das kommt ja auch noch hinzu, aber machen uns selbst immer größer, ja, und da wir uns ja selbst nicht limitieren können, wer würde das schon machen, das wäre ja sowas wie Selektion, und da greifen wir ja dann in rassistische Sachen ein, das hatten wir alle schon mal, brauchen wir nicht nochmal, könnte man ja durchaus, wenn man darüber nachdenkt, die These vertreten, dass es irgendjemand anders, eine höhere oder eine ganz niedere Kreatur gibt, die Unzeit limitiert, nur um das Gleichgewicht der Erde, naja, ich bin der Meinung, das ist schon gekippt, ja, aber um vielleicht die Erde grundsätzlich noch am Leben zu erhalten, man weiß es nicht, das ist Spekulation, und ich möchte hier nur zum Nachdenken anregen, ja, ich will jetzt hier keine wilden Thesen aufstellen, sondern das soll einfach nur ein bisschen, ja, das habe ich selbst formuliert übrigens, das ist jetzt nichts, was ich irgendwo abgeschrieben habe, das ganze Pamphlet habe ich selbst formuliert, aber ihr merkt das schon, und das sind so meine eigenen Gedanken, ich lese es aber trotzdem so vor, weil ich das mal in einem Zusammenhängen Satz gefasst habe, ja, ich jetzt hier weit aushole, ja, von daher, die Bezeichnung Schädling für einen Parasit ist ganzheitlich gesehen also nicht korrekt, Wirte und Parasiten leben in einer engen Wechselbeziehung und entwickeln sich ständig miteinander weiter, dies ist ein Merkmal der Evolution, auch das ist ein Punkt des Parasitismus, er sorgt dafür, dass es überhaupt Evolution gibt, denn würden wir uns nicht anpassen, also würde es keinen Parasiten geben beispielsweise, würden wir uns ja auch nicht anpassen, versteht ihr? Thema Immunisierung zum Beispiel, oder grundsätzlich auch andere Dinge, es gibt eine ganze Menge Tiere, Pflanzen auch auf der Erde, die sich nur aufgrund eines Parasiten weiterentwickelt haben, verändert haben, das heißt, der Wirt verändert sich weiter, entwickelt sich weiter, der Parasit entwickelt sich weiter, das ist wie mit Militär, der eine erfindet eine Waffe, die fliegt jetzt 100 Meter weit, dann sagt der andere, oh, jetzt muss ich eine Abwehrwaffe erfinden, die dir auffällt, dann sagt der andere, oh, dann erfinden wir wieder eine, die fliegt 1000 Meter weit, dann sagt der Nächste, oh, jetzt erfinden wir eine, versteht ihr, was ich meine? Das ist Evolution, ist also auch der Parasitismus dran, mit beteiligt. Und jetzt noch etwas, ich hatte es ja erwähnt, ein bisschen auch vielleicht zu meinem Lebensstil und ich filme das hier nicht ohne Grund hier draußen, ein ständiger Kontakt mit Erregern ist wichtig für das Immunsystem, denn vor allem können so regelmäßig Antikörper gebildet werden. Ich hatte es ja erwähnt, Thema Sommergrippe, ich möchte gar nicht wissen, die viele Krankheiten, ich von diesem Zettel, die ich hier rausgefummelt habe, eventuell schon hatte, ohne dass es darüber jemals einen Befund gegeben hat. Aber grippaler Infekt, grippale Symptome, das stand da bei gut zu fast jedem irgendwo, Virus oder was auch immer. Das wissen wir alles gar nicht, wie viel wir da schon gehabt haben. Und das ist natürlich der Klassiker, wenn wir es gehabt haben, sind wir da, ich will jetzt nicht sagen immun, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit, das ist möglich, muss aber nicht immer sein, aber es stärkt zumindest unser Immunsystem. Und auch wenn es schwer fällt, dies zu akzeptieren, trainieren Parasiten unsere eigenen Abwehrkräfte damit. Das, der eine oder andere, will mich jetzt hier nicht besonders hinstellen, es gibt bestimmt noch viele andere Menschen. Aber der fragt immer, Mensch, du kannst das Wasser da aus der Dreckfütze trinken und du wirst jetzt schon fünfmal gestochen und hast immer noch diese kriegst. Ja, das ist ja auch bei dir und bei dir und bei dir und so weiter. Ja, aber das kann sich ja jeder selber aussuchen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich das mir ausgesucht habe. Weil, nämlich, jetzt kommt der Punkt, im Gegensatz dazu führen übertriebene Hygiene, ausbleibender Kontakt mit Tieren und Pflanzen, sowie viele vermeintliche Annehmlichkeiten in unserer modernen Gesellschaft zur Zunahme von Autoimmunkrankheiten und Allergien. Und das dürfte wohl, weil vielleicht so ein bisschen Spekulationen, die wir jetzt hier betrieben haben, eigentlich der logische Menschenverstand in jedem Fall, bejahen, dass dem so ist. Ich kann euch eine ganze Menge Leute, auch eigenen Bekanntenkreis, wie gesagt, die wirklich ganz normal irgendwo in der Stadt wohnen, irgendwie alles schon mal schön sauber, Bude fegen, hier, Desinfektionsmittel immer ein bisschen gesprüht, immer schön gewaschen und so weiter. Ein Stich, ein Tropfen, ein falsches Essen und es ist sofort der ganze Körper aus dem Gleichgewicht gebracht. Und mitunter führt es auch zu ziemlich schweren Krankheiten, Allergien. Das ist ja der Punkt. Wie viele Allergien ich da kenne, das ist unglaublich. Das hat man schon von frühester Kindheit auf. Was ich sehe, bei einigen Menschen, wie krank, also in meiner Augen ist es schon krank, die würden mich jetzt natürlich auch als krank bezeichnen. Jetzt muss man aber mal sehen, wie ich lebe. Ich hatte es ja erwähnt, meine Tür von meiner Hütte steht den ganzen Tag auf. Ich habe mehr Dreck auf dem Boden zu liegen, die ich in einer Woche zusammenkehren kann, als das andere in einem ganzen Jahr bei sich in einer Wohnung zusammenkehren. Ich lasse mein Essen, also nicht mein Essen, mein Abwaschkram, eine Woche gestapelter liegen, was schon total verkrustet ist, wo man schon sagt, ah, da sind die Fliegen dabei, das kannst du nicht mehr. Ich mache so einen Scheiß hier, permanent. Ich liege den ganzen Kram, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Schwein bin, das nicht falsch verstehen. Aber was ich ganz bewusst, und das mache ich wirklich bewusst, dass ich mich nicht hypersensibilisiere, beziehungsweise in diesem Fall diese Übersterilität unserer Gesellschaft, die immer mehr zunimmt. Ich finde es extrem bedenklich, dass junge Mütter ihren Kindern verbieten, ah, Honig ist nichts für mein Kind, das hat zu viele Bakterien. Ja, na klar, hat es. Aber wenn es die nicht kriegt, was ist die Konsequenz daran? Mal drüber nachdenken. Ich sehe zumindest immer mehr Zunahme von Allergien, Unverträglichkeiten, Autoimminkrankheiten. Das nimmt immer mehr zu. Und, meine, ich kann jetzt jedem, die Schuld, also, das muss ja jeder selber wissen, woran das jetzt liegt. Ja, das ist eine Glaubenssache irgendwo. Ich habe euch von meinem Glauben jetzt berichtet, wo ich, wo ich der Meinung bin, dass es daran liegt. Ja, die Leute sehen das möglicherweise anders, und so wie ich den Eindruck habe, wird dort teilweise denn das Ganze noch weiter verstärkt. Das heißt, wenn ich schon sehe, ich habe etwas und ich lebe schon in diesem halbsterilen Bereich, muss man mal sagen, im Vergleich zu meinem zumindest, ist es tatsächlich so. Dann wird es noch steriler gemacht. Dann kaufen wir einfach noch mehr Desinfektionsmittel. Und was ich da nicht erlebt habe, die Leute kommen mit Sakrotan, Pumpsprühflaschen und Tüchern raus und wischen dann irgendwo welche Gegenstände ab, um sie sich dann da hinzusetzen. Während ich mir gerade mit den dreckigen Händen hier durchs Gesicht gewischt habe, müsst ihr euch mal vorstellen, wie kaputt das ist. Ja, das sollte noch mal so ein kleines, abschließendes Wörtchen gewesen sein. Zum Thema, ihr seht ja, bei mir ist ja auch mal eine kleine Lektion dabei. Auch wenn es jetzt fünf Minuten länger gedauert hat, über das normale Thema ein bisschen so hinaus, war mir das noch mal wichtig, sozusagen, wo ich noch mal so einen kleinen Denkanstoß geben wollte, wo man der eine oder andere vielleicht mal sagt, könnte was dran sein, oder vielleicht doch, der Typ erzählt totalen Mumpitz. Ich stifte hier keinen dazu an irgendwo, dass er in der Jauche grübernachten soll. Das mache ich auch nicht. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich kann es nur empfehlen, übertreibt es nicht und seht zu, dass der eine oder andere Parasit durchaus mal an euch rumknauert, wenn man es nicht übertreibt. Ihr werdet nicht von jedem davon sterben. Das steht außer Frage. Und zum Thema Impfung, Immunisierung, das muss jeder selber wissen und immer die Sache abwägen. Nicht in Panik betreiben. Gucken, wie groß, auch wenn es eine mathematische Rechnung ist, ist vielleicht für mich irgendwo die Wahrscheinlichkeit. Lebe ich auch vielleicht in einem entsprechenden anderen Gebiet? Das ist auch ganz wichtig. Ja, und ansonsten natürlich, wie gesagt, daran denken, an die entsprechenden Maßnahmen, die man direkt machen kann, um sich sozusagen vor einem übermäßigen Überfall von Parasiten oder natürlich auch einzelnen, besonderen, gefährlichen entsprechend zu schützen. Und das ist eigentlich der Punkt, was man denn auch irgendwo konsequent betreiben sollte, wenn es denn angemessen, also wenn es dann notwendig ist. Und da kann ich sagen, da habe ich es teilweise erlebt, dass es denn inkonsequent gemacht wird. Ja, da wird sich denn irgendwo eingesprüht oder an einen gewissen Körperstellen. Ja, und dann legt man sich aber praktisch nachts ihr Waschen ins Bett, ohne dass man da sich unter das Mückennetz legt. Zum Beispiel. Ja, also wenn, dann sollte man solche, solche Schutzmaßnahmen, wenn es denn notwendig ist, konsequent betreiben. Ja, auch was die Kleidung angeht. Und nicht nur jetzt irgendwie sich vielleicht auch nur auf irgendwelche chemischen Sachen verlassen. Dazu, zu einem gewissen Schutz, weil das sind nie 100 Prozent. Es gibt keine 100 Prozent. Aber man kann es so weit wie möglich irgendwie steigern, dass man es so wirkungsvoll wie möglich macht. Und dann muss das gesamtheitliche Konzept passen. Ja, also sich nicht nur auf eines verlassen davon, sondern so eine Kombination anwenden und wie immer natürlich ein bisschen vorausschauend denken. Und dann, das war mir nochmal ganz wichtig, ich habe eine ganze Menge Krankheiten hier aufgezählt. Man könnte das natürlich auch nach entsprechenden Krankheiten sortieren. Ja, das heißt also, ich zähle die Krankheiten auf und sage dann, welche Krankheit von welchem Parasit übertragen wird. So kann man natürlich auch herangehen. Das wäre jetzt wahrscheinlich die medizinische Herangehensweise. Wir haben es hier aus der biologischen Ecke gemacht, denn hier ging es ums Thema Grün. Wir setzen den Parasiten nach vorne und sagen dann, was da rauskommt. Und genau darum ging es ja um diesem Video Zecken, Mücken, Fliegen und die übertragbaren Krankheiten davon. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was Sinnvolles auch mit auf den Weg geben. Erinnere nochmal an den Lesebericht bei mir auf der Webseite, wer das Ganze nochmal haben will. Und ansonsten, ich hatte es ja auch erwähnt, glaube ich hier, wir haben hier noch Flöhe, Läuse, Wanzen über. Wenn ihr nochmal so ein Ding haben wollt, dann sagt ihr einfach Bescheid. Ja, dann können wir das auch noch bringen. Aber momentan habe ich noch ein paar andere Projekte, die erstmal wichtiger sind. Für mich war es erstmal wichtig, das loszuwehren. Denn ich hatte schon im letzten Jahr die eine oder andere Frage, kannst du mal bitte dazu ein Video machen? Von daher lag mir das schon einige Zeit auf dem Herzen. War jetzt Zeit, das rauszubringen. Insofern wünsche ich euch, genauso wie wir, im Gehen von all diesen schönen, wunderbaren Parasiten, die hier gerade meine Evolution beschleunigen, wie immer, viel Spaß draußen!